Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Okay, zeig mir deine Hadith. Zeig mir deine Hadith. Okay. Hier, die Autaz. Was steht das? Hier. Einen Moment. Das steht. Okay. Was meinst du mit Autaz? Autaz, ja. Autaz hat doch die Leute so verabschiedet, dass die auch mit verheirateten Frauen schlafen, den Jungen. Ja. Der Prophet. Wie geht's dir, Habibi? Miral. Alles Gute, Gottes Segen. Tun wir mal einen Heuchler, wieder aufdecken. Leute. Hab ich vorhin. Er konnte nicht antworten. Der Prophet von Gott. May Sallam, on the day of Hunayn, sent an army to Autaz. They met an enemy. And they captured captives, who had husbands from the police. And their Muslims were sinning, because of their infidelity. So Allah revealed this verse, They are all full for you, and their numbers best. Ich zeig's dir mehr, dass ich noch am Leben war. Ja, zeig was du willst. Ich lasse dich riesig. Daha. 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 ist verbieten zu you except what you both with your money you used to say selling a female slave means divorcing her bist du fertig? darf ich reden? rede 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 guck mal ich habe dich allerdings weitergeredet ja also noch mal eine frage was bedeutet die Mohsanat hast du gesagt? die geheirateten die die nicht angefangen die du nicht abfassen darfst aber du hast mal gesagt Mohsanat sind frauen vom krieg und blablabla nein malekat aymenukum wirf nicht wörter in meinen mund rein lüg nicht 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 ohallah du bist lügner guck mal du hast gesagt Mohsanat die frauen was die muslimen vom krieg genommen haben du lügst du lügst du lügst du hast gesagt er hat gesagt multiliamin hast du dir gesagt multiliamin was man lügner bitte lass mich mal kurz bitte lass mich mal kurz lass mich mal ganz kurz was fragen ich sag zu allen leute hier im live jetzt sagst du ich bin lügner ganz kurz ja ok lass mich mal ok lass mich mal ganz kurz Taris weißt du was dein problem ist? ich sag's dir jetzt ganz ehrlich die leute sind nicht mehr geild die leute fangen an zu lesen ja und das ist das beste was je passieren konnte weil damals haben die leute sich nicht damit beschäftigen können weil sie durfte nicht lesen nur die lehrten sollten das machen und so aber jetzt wir sind in einem zeitalter wo jeder liest wo jeder auch lesen wird und da eure lügen schon da waren die werden jetzt alle aufgedeckt und das einzige was ihr noch machen könnt ist um gnade zu bitten dass ihr den richtigen weg findet und ich bete dafür nicht jetzt für den geist sondern dass die leute noch mehr wach werden um nicht das ist so und so und so sondern genau das lesen was da steht damit sie sehen dass das was ihr versucht die leute zu manipulieren dass das gar nicht so ist und da bin ich froh darum dass der jesus christus jedem die erkenntnis gibt dass er lesen tut und jetzt kann zu machen was du willst gottessegen atmosSEGEN bist du fertig ja ich habe nichts und geheirateten und möglichen sind die ihr festgenommen krieg also wirf keine wörter in meinen mund rein und lüge nicht ich hab dich grad in den korner ich hab dich kann ich wäsche Ich habe dich erwischt, ich habe deine Lügen ertappt, ich habe dir deine Lügen ertappt, jetzt antworten. Kann jemand aufnehmen, kann jemand aufnehmen, damit wir auch dann nach ihm zeigen, was ich gesagt habe? Ich habe alles aufgenommen, ich werde zeigen, die Stelle, wo ich gesagt habe. Perfekt, 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 perfekt. Im Ahsanatu sind die Geheirateten, Hulkemin sind die Sklaven, ich werde es posten und ich werde auch posten, wie du gelogen hast, wie du Wörter in meinen Mund reingestellt. Nein, nein, du bist Lügner, benimm dich mal. Du bist der größte Lügner hier. Oh Allah, so hast du das in den Bibel gelernt, ja? Tahir, Tahir, du hast auch vorhin gesagt, Tahir, auf das, was ich nicht gefragt habe, hast du sowieso falsch geantwortet, weil du keine Ahnung hast von dem Islam. Du hast mir gesagt, das ist Brautgeld, was man gibt. Ich habe dir gesagt, das ist kein Brautgeld. Das heißt, erst mal mach dir Mut'a und dann bezahlt. Seit wann, wenn du beim Heiraten gehst, erst mal schläfst du mit der Frau und dann bezahlst du dir Geld oder was ist denn da bei dir im Islam? Das, was hast du in deinem Gehirn? Du hast keine Ahnung von Islam. Aber so steht doch, diese Verse steht doch. Aber hallo, da steht doch da. Aber hallo, da steht doch da. Ich habe dir gesagt, lesen Sie doch. Was heißt denn das? Da gehst du doch noch, liest doch mal den Dings da hier. Wieso machen sie auch die Schiiten diese Verse auch zur Mutter? Haben sie alle Milliarden Menschen alles geschrieben? Du bist der einzige, der mich verstanden hat. Da steht doch eure Frauen. Ihr könnt eins, zwei, drei, vier Frauen... Wie willst du mit deiner Frau... Also warte, 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 warte. Ich antworte, ich antworte auf dir. Also das heißt, deine Frauen, ja? Das heißt, du gehst mit deiner Frau Mut'a machen und danach gibst du deiner Frau auch noch Geld. Also die Frau ist ein, äh, äh, sei sechs Slavin. Ja? Du gehst mit ihr. Möte uns mit einem Frau schläft zu geben, gibst du ja Geld. Also jedes Mal, wenn du mit dein Frau schläfst gebset und gibst du ja Geld. Ich mag, ich mag. Lech schämt auch, ich so ein Scheiß, zu erzähl. Lech schämtă. Lech schämt auch ein Schaiß, dazu a-t-Selman. wenn du sagst du mal wenn du sagst es geht um euer frauen ist doch noch schlimmer junge du behandelst deine frau wie wie eine sh verstehst du so also jedes mal wenn du mit deiner frau schläfst gehst du gibst du ihr geld ja ist deine frau arbeitet deine frau im puff oder was dass du ihr geld gibt danach wenn du mit ihr schläfst so dass er noch schlimmer was du da sagst was einfach mal schaltet doch dein gehirn ein da steht doch auf arabisch was heißt es dann tat um beheben mit was hat man ein mann lust aus ihrer links unten genommen kannst du antworten du hast keine ahnung von dem koran und keine ahnung von der frau lerne ja ich bin lügner ich bin lügner und du hast kein gehirn das ist das problem zwischen uns beidem das bruder bringt diese nehmen die wahl er seid schwach er hat angst lass mich antworten ja du kannst du nicht antworten du kannst du nicht antworten du kannst du nicht antworten du antworten aber er sagst doch das ist das geld von du sagst das ist braut geld von dieser mutter sagt braut geld junge du hast keine ahnung von der religion du kommst die religion verteidigen du bist viel zu schwach gehore ja es meine ist meine ex-religion deswegen bin ich raus aus dieser mühe leute langsam bitte macht mal langsam am ende wie junge du kannst doch nicht antworten ich habe dich geantworten lassen du hast falsch geantwortet du sagst das ist braut geld diese vers ist kein braut geld schalte mal den gehirn ein dazu eine moderatoren weil es ist ein moderatoren ich habe eine frage macht das ist eine frage macht es was ist deine mission gerade willst du sagen dass mutter noch halal ist oder was willst du gerade sagen der mutter laut koran ist doch halal ja ist doch halal hat die hat die sind muslim der prophet sallallahu alaihi wassallam hat es verbunden bis um die rösten punkt muslim ist stark als voran alles im reden weiß was abrogation bedeutet habe abrogation durch korn oder ich hatte das immer wieder ich habe ich habe mir sogar hat die ich habe sogar nicht so gerade mit dem anderen schritt und voran ich rede mit koran ja erstens beides durch beides kann es passieren zweitens der prophet sallallahu alaihi wassallam hat in mehreren hadithen verboten das einzige und es gibt immer immer bar bahari rahimahullah überlieferten schon dass eine jahre unter lust und neue jahre gibt das mutter halal ist bisschen und unter den vierern ist es erlaubt das heißt was willst du uns die gerade irgendwie beweisen in koran steht in koran steht in koran steht in allah allein ist derjenige da probiert ja nein war ist die sonne von allah nach unserem glauben ist warte wer abrogiert laut koran mohammed und an war die sonne eine abrogiert laut koran antworten wir haben zu gehen laut koran allah dazu hören willst du mir zuhören aber du willst ich habe deine fragen beantwortet jetzt meine frage ja oder nein wer abrogiert laut koran mohammed laut koran inna nazenna zikra wa inna lahula hafidhun inna nahnu nazenna zikra wa inna lahuna hafidhun dankeschön weil ich wie hat was ist denn der zikr was ist denn der zikr mahoa 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 und du kannst du arabisch ich habe hier in saudi arabie ich weiß genauso was ich mein hat umar al mutter verboten oder nicht umma hat mutter nicht aber die kohann in die sunna ist verboten und mutter ab und korn ist halal nein es ist nicht abrogiert von wem Von wem? Von wem? Aber wer ist höher? Allah oder der Prophet? Sag mir, wenn du so redest, dann widerlegst du dein Koran. Also das heißt, dein Koran ist ein falsch. Ist das falsch? Also du hast mit einem Hadith dein Koran abrogiert. Super. Klatschen, Jungs. Jungs, alle klatschen. Also Hadith abrogiert den Koran. Super, Habib. Aber mein Freund ist... Es gibt sogar Leute, die sagen, die Sunnah abrogieren. Natürlich, die Sunnah abrogiert den Koran. Leute, lasst mich mal was fragen. Warte mal, warte mal. Ist der Koran Allahs Wort? Immer noch. Allahs Wort. Seit wann kann ein Mensch Allahs Wort aufheben? Erstens, der Koran ist Kalam Allahs. Nein, 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 das geht nicht. Habibi, der Koran ist Kalam Allah, das ist richtig. Aber Allah hat gesagt... Wie kann ein Mensch mit Kalam Allahs spielen, wenn er will und er will und er will nicht... Ticaro, mein Bruder, guck mal, er sagt was sehr wichtiges. Allah hat gesagt, das ist sehr wichtig. Zu wem hat er das denn gesagt? Allah subhanahu wa ta'ala hat Kalam. Allah weiß nicht, er ging zu Jibril und dann zum Propheten. Insallallah. Ah, okay, er ging zu Jibril. Hab Jibril auch gefragt? Nein, wir bleiben beim Thema. Das Problem ist nur, ich weiß, dass du lügen darfst. Das ist ja auch in Ordnung, weil das steht in deinem Wort so. Sei bitte leise und lass mich kurz eine Antwort auf. Du hast nicht zu sagen, dass ich leise bin. Du kannst mich darum bitten. Nein, nein, ich bin nicht gegen dich. Ich bin nicht gegen dich. Du kannst mich bitten. Ich werde drei Minuten reden lassen. Ich werde ihn reden lassen. Mach den Punkt. Fünf Leute, die mit mir reden, Junge. Ich werde mich jetzt muten. Mach deinen Punkt. Und wenn du fertig bist, sag ich bin fertig und ich hebe ab. Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Religion bewahren. Denn er hat gesagt, dass er den Dhikr herabgesandt hat und ihn bewahren wird. Zudem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Und er bringt ihnen das Buch bei und die Weisheit. Drittens, der Prophet ist von Allah abgesandt worden. Und genau sagt Allah, dass der Prophet, wenn der Prophet und Allah etwas für Haram erklären, so gebührt es den Gläubigen nicht, dass sie irgendwas dazu sagen. Das heißt, der Prophet und Allah machen Haram. Und natürlich, der Befehl kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet macht keinen Befehl, ohne dass Allah das will. Der vierte Punkt ist, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nicht Umar, hat in einem authentischen Hadith in Sahih Muslim, die Zeit eher bis Yom al-Qiyama verboten. Das heißt, der Punkt, der hier irgendwie geschildert wird, ist unnötig. Weil der Prophet hat es verboten. Khalas, nicht wichtig. Kommen wir zur Bibel. Moses, Musa alaihi wa sallam bei euch. Was hat er getan? Er hat die Menschen getötet und dann, was hat er getan? Was hat er getan? Lass nicht zum Thema wechseln. Hallo, hallo. Nein, nein, das ist das Gleiche. Nein, nein, das ist das Gleiche. Wir reden jetzt von Mutter. Wir reden jetzt von Mutter. Das ist auch Mutter, aber egal. Aber ich habe ein Hadith. Ich habe ein Hadith für dich. Tayyid, warte, warte, warte. Ich habe ein Hadith für dich. Lass mich zu Ende reden, Habibi. Danach kannst du reden. Es geht von mir. So, viertens. Er hat gerade ein Hadith oder ein Tafsir gezeigt, der irgendeiner im Chat meinte, das war Tafsir Tabari. Erstens, Habibi, wir sind Tafsir aufgebaut. Heißt, alles, was in einem Tafsir steht, ist authentisch oder akzeptiert? Nein, denn Tabari nimmt in den Tafsir sogar Maudu-Hadithe und Da'if-Hadithe. Warum? Weil man einem Tafsir alles... Ja, aber der Hadith von Autas ist sahih und du weißt es selber. Wer hat das als authentisch klassifiziert? Der Hadith von Autas ist in Bukhari. Habibi, den Hadith nun gerade gezeigt, das wird ihn als authentisch klassifiziert. Bukhari? Wenn Bukhari nicht klassifiziert hat, dann bin ich leise darüber. Bukhari? Ja, okay. Außer dieser Hadith hat Erklärung, dann kann sein, dass ein anderer Gelehrter das erklärt hat. Ich meinte nur, weil jemand anderes im Chat behauptet hat, dass du diesen Tafsir benutzt hast von Tabari. Und Tabari? Nein, nein, nein. Aber Autas? Ihr habt sechs Stück in Sunna.com von Muslim und Bukhari. Also alle sagen, sind da mit einem Autas. Er hat passiert und dieser Vers ist gekommen, also 424, der erste Part ist dafür bekommen. Also wirklich. Es gibt auch in Sunna.com. Taib Khalas, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es verboten. Wir haben kein Problem, dass wir akzeptieren, dass es eine gewisse Zeitspanne gab oder einen Vorfall, wo es halal war. Wir sagen, es wird abrogiert. Wer das nicht versteht, die Abrogation oder kein Wissen darüber, soll leise sein und bitte nicht irgendwie anfangen zu philosophieren. Barakallahu fikum. Taib, meine Zeit könnt ihr haben. Ja, Gottes Willen. Ganz kurz, nur eine Frage, dann bin ich direkt wieder draußen. Ganz kurz, also so wie du das jetzt erklärt hast, ja, schau mal, was nämlich total unlogisch ist, Gott gibt was, erlaubt was, Gott verbietet danach was. Was ist das denn? Also haben wir einen Gott, der vorher sagt, jetzt dürft ihr machen und dann macht ihr später, jetzt dürft ihr es nicht machen. Lass mal meine Mutter bleiben, bitte. Leute, lass bei Mutter bleiben. Weil ich habe einen Hadid, da steht, dass Omar in der Zeit von Mohamed wurde immer noch Mutter gemacht. Kennst du noch den Hadid, Siekario? Ja. 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 Nein, du, das ist, nein. Zeig uns den Hadith, zeig uns den Hadith. Er hat den Hadith, ich habe den Hadith. Sexmaschine, mach mal groß, mach mal groß, bitte, diese Hadith. Ja, okay, ich muss ihn noch finden. 1.000, 1.406, 1.406. Und er soll selber lesen. Ich habe den Hadith, ich habe den Hadith. Ja, kann er selber lesen, soll er selber dort lesen, was da steht. Ich will das mal aus seinem Munde hören. Muslim, das steht. Heil Muslim, genau, lest das mal bitte. Abdullah reported, we did Mota giving a handful of dates or flowers during the lifetime of Mohammed and during the time of Abu Bakr until Omar forbade it in the case of Amr ibn Khuraif. All right, okay. Nein, es ist kein Game Over. Wallah, es ist kein Game Over. Ich sage euch, warum. Nein, nicht Game Over, das sagt keiner. Erklär das mal. Nein, Wallah, es ist kein Game Over. Wallah, es ist kein Game Over, ihr versteht die Hadith nicht. Ich erkläre das jetzt. Game Over sagt keiner. Erklär das mal bitte. Ich kann nicht verstehen. Sei leise, bitte, sei leise. Es gibt ein Prinzip bei uns, wenn es um Hadith und Hadith-Überlieferung geht. Manchmal wusste eine, manchmal hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ein Hadith oder einen Befehl gegeben, den dann eine Gruppe der Sahaba mitbekommen haben. Bis es ist Pflicht oder es ist nicht eine Sünde auf ihnen, dass wenn sie etwas praktizieren und sie der Verbot nicht erreicht hat, dann ist keine Sünde auf sie. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Mut'ah praktiziert haben, weil es Halal war und dann der Hadith kommt, dass es verboten ist, ab da müssen sie aufhören. Das heißt, davor war es keine Sünde, weil erst wenn ich der Beweis erreicht, dann ist es verboten. Das heißt, wenn ich gar nicht mitbekomme, dass Mut'ah haram ist und ich dann Mut'ah mache, natürlich denke ich, dass es Halal ist, weil es Halal war. Aber wenn mich der Befehl erreicht, dass es verboten ist, genau so wie Alkohol trinken, die... Kur'an, Kur'an, ist Islamweb für dich, okay? Ist Islamweb für dich, okay? Lass mich ausreden. Du sagst doch, ich zeig dir dein Bum jetzt für dich. Lass mich ausreden, ich geb dir ein Bum, weil du... Aber vor sich dein Gesicht, ja, also vor sich dein Gesicht, ich zeig dir gleich den Bum. Also immer noch. Kuma, Islamweb, Islamweb. Kuma, Islamweb. Alhamdulillahi wassalati ala rasulillahi wassalam. Das ist, was ist denn das? Nicht von Nefes. Das geht gar nicht von Nefes, Habib. Wannaha anha, wannaha anha. Der hat sie abrogiert, Omar hat sie abrogiert. Und das ist wo? Das ist bei Islamweb. Das ist bei Islamweb. Warte, warte. Kala, Nawawi. Ist ein Nawawi was für dich? Ja. Wer ist denn ein Nawawi? Kennst du den Nawawi? Nein, natürlich. Glaubst du den Nawawi, ne? Mahmahullah. Aha, okay. Und wer sagt das? Guck mal. Warte, ich mach mal ganz anders. Er soll mal selber lesen. Kannst du Arabisch lesen? Ich zeig dir auch ganz genau, wo das ist. Aber bitte dein Gesicht weg von dem Telefon, weil damit diese Bumm nicht in dein Gesicht platzt. Nein, nein, nein. Warte, ich zeig dir. Mach mich groß ganz kurz. Du hast ihn kurz fertig gemacht. Ja, ich kann mal. Mach, 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 mach. Ich zeig ihm schwarz auf weiß. Weil der Quatsch nur scheiße, der hat keine Ahnung von seinem Leben. Fax-Maschine. Ja. Laxikario, sei mal leise. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Was steht denn hier oben? Was steht denn hier oben? Was steht denn hier oben? Fax-Maschine. II-Slam web. Islam web ist kein na事. Islam web ist keinρχig ist, wow. Islam web ist kein na Jar McD. Nee 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 nee. Von auch nicht. Nein, nisch in Ta livro geht mit des underscore Leute haben. Fax mal. Und so weiß ich das noch nicht. Walk mal, auš 22 war. contar eine. Koum carte, eine Wordsignation. Tal, Ad difficile, ad zu weiß ich nicht geben? 만ig? card hin VI SAP�� ich mich. bet, alle Aus jemanden zu retten. Ich steig mir Luckily. 1, 2, 1, 1, 3 Jahre hin zu filmen ist. Et puis,ıyor sich noch nicht. Was steht,st du wöps war es im Lauge zie. Die ich muss mich auch wenn die Menschen ddrüben mit ihm denken. Sie sind nicht nur die über die Welt. Sie können auch schon an dieser Hüackern sagen und haben die Hüackern. Sie gucken uns nicht nur die Hüackern. Sie können ein bisschen einfach zu im Hintergrund von dem Hüackert sein. was meine Hüackern? Ich sage meine Hüackern. Was ja diese Hüackern mit dem Hüackern kann. Ihr Hüackern Teich. Ich kann mit der Hüackern empfangen. Sieht ihr nicht, Leute, raus mit den Idioten! Schau mal, das steht ganz genau! Es geht um die Mut'a, es geht um die Mut'a, Dipp! Wir konnten uns beantworten, wir sind beantwortet, mit einer Zangehörigen von dem Tamer, mit einem Däckigen, mit dem Rassul, und dem Rassul, mit einem Rassul, auch mit einem Umar, von der Mut'a, Baghel! Du, 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 du nicht gehen, Europa! Geh' dir, geh' dir! Sicaro, mein Bruder, weißt du, was mir jetzt gerade nochmal in den Sinn gekommen ist? Wenn sie merken, weil sie versuchen immer die Lüge weiterzumachen, das Problem ist, du kannst denen wirklich die Sachen so wie du das zeigst, das ist ja die Wahrheit, die akzeptieren das nicht, weil die wollen das nicht sehen. Verstehst du? Wenn du einen Apfel in der Hand hast und du zeigst ihm den Apfel, dann sagt er, das ist eine Bier. Verstehst du? Bruder, das ist diese Verdummung der Islam. Nein, das ist meine Vollpfosten. Der andere Vollpfosten, was sagt er? Ich sag ihm, schläfst du erst mal mit deiner Frau und danach bezahlst du ihr? Er sagt, nein, das ist Brautgeld. Ich sag, schläfst du, gehst du zu ihren Eltern und sagst, okay, ich will sie erst mal probieren, durchnehmen und danach bezahle ich für sie oder was? Ja, die sind einfach dumm, die labern irgendwelche Scheiße nach. Habibi, ich muss gleich runter, ich bin ja gerade bei Arbeit, wir sehen uns später, aber die haben keine Ahnung von Islam. Bruder, ich wünsche Gott segne dich auch, bleib fest. Oder diese Hadith, jeder kennt dich, ich bin hier, ich komme aus Frankreich, ich kenne diese ganze Vollhadith, das stimmt, das ist Oma, das ist der Brugier, Mutter ist halal im Koran, das war's, hör auf, dass diese ganze Lügerei, Leute. Das weiß man, guck mal, ich sag das nochmal, guck mal. Weißt du, das Problem ist, die denken noch, dass die Leute sich darum sich nicht kümmern, dass sie nicht lesen, dass sie nicht auch hinbleiben. Aber das ist schon vorbei, die Leute fangen an zu lesen, weil die sehen, Mensch, das stimmt doch nicht, der eine lügt, der andere lügt, da muss ich jetzt mal selber. Und gerade, weil sie anfangen, das zu lesen, da sehen die, dass sie so lügen, so verblendet werden von diesen Leuten und die haben jetzt keinen Ausweg. Guck mal, wo er, du sagst ihm, das steht da, oh ne, das steht da, das hat damit nichts zu tun, das hat damit nichts zu tun. Das hat der geschrieben, das hat der gesagt, Gott hat das mal erlaubt, hat das nicht erlaubt. Ich sag dir ganz ehrlich, die Schlinge ist schon zugezogen, ja, und die wissen das. Ich hab eben das Beispiel genannt, wenn du ihnen einen Apfel vorhältst und sagst, guck mal, das ist ein Apfel, da gucken die ins Gesicht und sagen, nein, das ist eine Birne. Verstehst du? Das ist denen sein Glaube, weil sie glauben an die Lüge und deswegen kannst du denen sagen, was du willst. Jetzt, das sind diese Manopalizieren, nur, wie gesagt, jeder sieht jetzt die Lügen von denen und dann heißt es auf einmal, ja, der hat gelogen, da war das mal so, dann musste das gewesen sein und so und so. Und dann, wo kommen sie dann direkt hin? Ah, in der Bibel ist das auch so und so. Das Problem ist, in der Bibel ist es nicht so, weil in der Bibel kriegt man genau die Antwort, die da drin steht. Wir kriegen das nicht aus irgendeinem Buch oder einem Mann oder irgendeiner, sondern das steht da drin. Das ist denen sein Problem. Verstehst du? Also, und ich finde, dass die Menschheit wirklich wach wird und vor allen Dingen die Wahrheit jetzt auch sieht, wie manipuliert sie sind, weil ich denke immer gerne zurück an meine Großeltern, ja, oder an meinen Opa. Der hat zu mir gesagt, habe ich gesagt, Opa, hast du den Koran mal gelesen? So, sagt er, den brauche ich doch nicht zu lesen, das wurde von meinen Eltern so gesagt und danach halte ich mich. Und da habe ich gesagt, wie, hast du nicht, ach Jung, sagt er, wie soll ich dann lesen und schreiben, wir haben so viel Arbeit und das und das. Ich nehme das noch nicht mal böse ihm, ja, weil zu der Zeit konnte man das nicht. Aber jetzt wird es aufgedeckt, weil die Zeit naht und der Herr Jesus Christus hat sowieso prophezeit, dass bald sein Kommen ist. Ja, wann es ist, weiß ich nicht, aber man sieht an der Bewegung, dass die Menschen wach werden. Ja, und das ist gut so. Ich wurde rausgekickt, ich will kurz was sagen. Gerne. Erstens, er hat gesagt, dass Omar naha'anil mut'ayani, Omar hat gesagt, dass man die Mut'ayani praktizieren soll. Exakt. Omar kann bei den Sahabern oder egal wo in der Ummah keinen eigenen Befehl bringen und das ist immer so. Ein Sahabi kann keinen Befehl bringen oder nichts haram und halal machen, ohne dass er den Dalil hat vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, oder der Koran. Das heißt, naha'anil mut'ayani nicht von Nafsi, ja nicht von seiner, von seinem Nafsi, von seiner selbst, sondern den Beweis, und weißt du, was der Beweis dafür ist? Dass der Prophet in anderen Hadithen, die ihr nicht erwähnt, weil ihr Hadith nicht versteht, in anderen Hadithen hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, und warte, und unter den Sahabern gibt es Ahkam, also Urteile, die nicht bekannt waren, bis sie der Hadith erreicht. Und das ist logisch, denn damals war Alkohol nicht verboten sofort, und danach wurde es verboten. Das heißt, es ist erst verboten, wenn sich der Beweis erreicht, dass es verboten wurde. Ah, laut Koran ist es ja nicht verboten, ja, aber so. Nein, der Koran ist verboten, Alkohol, alhamdulillah. Nein, das ist nicht. Stimmt, oh du billah. Ey, Junge, wirklich. Da ist ein anderes Thema, bleiben wir bei Muslima. Du musst update, du musst update. Und ich werde, warte, Qumani, bitte, danach kannst du so viel, wie du willst. So, und ich werde beenden, weil Sicarius ein Kadhab, und ente Kadhab, wallahi ente Kadhab. Ja, ja, wir sind Lügner, Schwab. Aber warum beleid zu ihm? Nein, alles gut, wir sind Lügner, ja, wir sind Lügner. Tayyib, Tayyib, lass mich ausreden, danach könnt ihr so viel reden, wie ihr wollt. Ja, dann können wir lügen, so viel. Tayyib, Imam Bar-Bahari, Rahimahullah, der Großgeleiter der Sunnah, der Großgeleiter von Ahlussunnah, der Jemaah, sagt in Scharh-Sunnah, überliefert er, dass Mut'a'a Haram ist nach dem Konsens der Sunniten und der Muslime. Ja, aber ja, stimmt nicht, in London, die macht das alles. Warte, Giovanni, du sagst, das ist alles. Warte, ich will mit ihm diskutieren, hallo, guck mal, ihr habt jahre dafür gebraucht, Mut'a'a verboten zu machen. Abu Bakr, bei ihm war es noch halal, bei allen Sahabas war halal, aber bis Omar kam, und er auf einmal, oh, ich habe es mit Mohammed Gott, ist Haram. Ja, also so weinst du. Also die wussten alle davor nicht Bescheid, dass Mut'a'a verboten war. Erstens, es gab eine Gruppe der Sahabas, die wussten, dass Mut'a'a verboten war. Na, Omar, das ist... Hör zu, hör zu, hör zu, hör doch mal zu, hör erst mal zu. Hör erst mal zu. Es gab eine Gruppe, die wusste, dass Mut'a'a verboten war, und genauso gab es Gruppen, die nicht wussten, dass es Haram ist, bis sie der Beweis erreicht. Dann gab es eine Zeit, wo es klargestellt wurde, klargestellt, dass es nicht erlaubt ist. Ja, erst nach Jahren, aber diese Zeit juckte mich nicht, mich interessiert die Zeit früher. Also, Mohammed hatte immer noch Mut'a'a gemacht, anscheinend, oder? Nein, der Prophet Sahabas hat keine Mut'a'a gemacht. Noch nie? Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Akil, ich habe eine Frage kurz. Jetzt mal eine Frage, die ich dir stellen möchte. Wenn das Mut'a'a geht, ja. Ja, ja, ja. Hast du keine Angst, dass das, was du da sagst, ja, und das, was du da den Leuten versuchst beizubringen, dass du auch irgendwann dafür Rechenschaft ablehnen wirst, dass das vielleicht falsch ist, was du sagst? Und hast du keine Angst davor, wenn du irgendwann mal wirklich davor kommst und du wirst auch sehen dann, dass es falsch ist? Hast du irgendwie keine Angst davor? Oder die Frucht oder so? Ganz ehrlich. Also, erst mal, Alhamdulillah, ich habe keine Angst darüber, das zu sagen, was wir glauben, auch wenn ihr das ablehnt. Zweitens, habe ich keine Angst, den Menschen zu verbreiten, dass Gott kein Baby wurde und Milch gebraucht hat. Drittens. Aber Allah ist doch kein Gott. Ja, ja, ich rede vom Koran. Ich rede von dem Koran. Hallo, hallo, Leute, Leute. Ja, Jesus, nicht Gott, Baby, ja. Aber was steht im Koran? Ihr dürft Babys heiraten. Das steht bei uns nicht. Nein, du nimmst einen Vers, der über die Menstruation geht und sagst dann, dass der Baby stimmt. 65.4, alle Tefassir sind nicht. Habibi, du sagst, nein, nicht alle Tefassir sagen das. Du nimmst einen Vers, du nimmst einen Vers über Menstruation, und dann sagst du so, Wallah, toll. Alle Tefassir sagen, sie sind nicht Kinder, alle nicht. Nein, keine Kinder, wie du sie definierst, nein. Faxmaschine, 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 Faxmaschine. Ich war ja noch gar nicht, ich war ja noch gar nicht fertig. Warte, 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 ganz kurz. Wer hat Tefassir Jalalain geschrieben, Tafsir Jalalain, wer hat das geschrieben? Äh, zwei Jalals haben es geschrieben, Jaludina Suyuti war eins und der andere, wer hat es geschrieben? Ah, du armer, ne? Ja, du armer, ah, du armer. Ah, du armer, ah, du armer. Warte, warte, leute, leute, hallo, ihn lässt ihm wegrennen, damit lässt dich ihm wegrennen. In Koran, wer weiß mir, du kannst Babys heiraten und du kannst sogar mit ihm schlafen. Erstens, nein, darfst du nicht, dass es bei den Schiiten nur erlaubt? Nein, nein, ist bei euch, ist bei euch. Nein, bei uns nicht. Es gibt Konsens darüber, dass man das nicht... Alle Tefassir sind sich einig. Oder alle Gelehrte, die du da aufzählst, Habibir, alle Gelehrte, die du da aufzählst, sie haben einen Eijmahl, das ist nicht erlaubt, sich mit Kindern zu schlafen nach going. ist nicht erlaubt ist nicht erlaubt also ich meine ich das bei euch erlaubt ist mit minderjährigen zu schlafen sondern schenkelverkehr und 1 2 hier hier langsam langsam zurück 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 war nicht diese nicht diese fahrt war eine andere langsam hier wenn eine frau aufgrund des jungen alt dass es nicht erträgt was heißt wenn es nicht erträgt das heißt du musst es ausprobiert haben oder nein nein das heißt so weit wird bringen den beweis dass es das bedeutet wo weißt du dass seine frau ist nicht erträgt und einen bringen den beweis dass das damit gemeint ist zweitens ich spreche ich habe den beweis hier gebracht wenn du bringst kein beweis gemacht hast du nimmst eine aussage erstens ist nicht der arabische text zweitens nimmst du eine aussage und es mir egal es mir egal ist mir egal ja wenn es egal ist dann sei leise heute leute warte leute war es geht nicht so ausmacht und sei schwerst du kannst babys heiraten schon die noch in der fahrt von al dorar wenn du willst also erstens mein ganzes handy ist voll mit kinder heiraten hallo mein händler hinein wenn du sein lügner du nimmst vertauern okay dann lass dafür sie gucken zusammen oder du kannst dich mal ein tafsier lesen du weißt gar nicht wie tafsier aufgebaut sind okay ich kann ich bin nicht leise ich ich expose deine religion bin deine bibel muss ja mein ja 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 zu viel faks maschine weiß was du was ich noch fragen wollte sonst aber runter gekickt ihr macht das richtig gut, ich finde das richtig klasse, ja? Das ist für die Leute, die wirklich Ahnung haben, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, weil die müssen auf den Zahn gleich gefühlt bekommen, ja? Damit sie aufgedeckt werden, weil sie lügen. Aber, was ich sagen wollte ihm, eigentlich hat er ja recht, weißt du warum? Er sagt ja das, 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 er sagt ja, seid Lügner, das und das, aber er glaubt ja da dran, und das ist richtig. Wenn einer nach dem... Ich zeige es jetzt vor den ganzen Leuten, ich habe keine Ahnung, ja, ja, bleib da unten, kipp es und drück auf das. Ja, und er hat gar nichts vernünftig gebraucht. Drück auf das. Nee, haben wir auch nicht, kann auch nicht. Nur gesprochen, blablabla, nix. Ja, ich bring's den jetzt hier vor den Augen, vor jedem, hier, 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 von seinem Buch, von seinem heiligen Buch. Hallo Leute, erst mal, ihr habt es gerade was aufgeschlagen, lasst doch den Koran-Typen kurz hoch und das weiterlesen, weil das steht noch was interessantes dabei. Ja, aber der ist auf Bibel gesprungen, der ist auf Bibel gesprungen. Ja, immer, machen Sie immer. Ich schlafe mir zu Ende lesen. Nein, nein, Bruder, hier ist Koran, hier ist nicht Bibel bei mir. Ja, nein, das, was ihr aufgeschlagen habt. Hier ist Koran, hier bei mir ist Koran, kein Bibel. Sowieso, das meine ich, ihr hattet doch gerade was aufgeschlagen. Ja, ohne Jesus, das Problem ist, er sagt, das ist zwar im Koran, aber der andere hat das geschrieben, der andere hat das gemacht, der andere hat das gemacht, der andere hat das gemacht und der andere hat das gemacht. Ja, langsam, 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 hier, 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 hier. Ja, ja, ich krieg nur, weil du zu viele säufst, du springst auf Bibel. 5 und 6 und 4, hier, ich werde es für die ganzen Leute machen Gott Almighty explaining the waiting period jeder weiß was Haid da ist for the woman who is the one who stopped menstruating due to heart age, it is three months instead of the three menstruate cycles for the woman who menstruates, as indicated by the verse al-Baqarah, and also for young children who have not reached the age of menstruation young children who have not reached the age of menstruation young children who have not reached the age of menstruation und nochmal, young children who have not reached the age of menstruation also, komm hoch und mach taqiyah yallah, wir warten zeig mir jetzt das arabische Wort, Habibi yallah, lese vor du liest es, die Leute hier verstehen kein arabisch, ich mache es auf englisch weil die Leute es hier nicht verstehen ich muss gar nichts machen du gibst mir keinen Befehl ich mache so wenigstens eine Übersetzung von tepsidem und tepsidem und tepsidem ist mir egal es mir egal es mir egal es mir egal es mir egal young children was, young children es mir egal es mir egal ich bin sicher ich bin sicher er kann kein arabisch er kann kein arabisch ich bin sicher er kann kein arabisch ich bin sicher er macht aber nicht richtig wie die gelernt er kann kein richtig wie die gelernt er kann kein richtig aber es geht darum dass er eine Übersetzung nimmt und dann darauf Hujjah machen will und Beweislagen bringen will dadurch Lass ihn das mal lesen Lies, lies, lies lies, lies 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 komm habibi ich kann nur flüssig mit Harkat lesen ich kann nicht ohne Harkat lesen ich weiß ich nehme es nicht übel du bist ehrlich so sicher dass die bb wacca 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 ließ 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 auch die kleinen auch auch die kleine 65 4 nachbar aber ich kann nicht ich kann nicht flüssig ohne dinge lesen kein problem weil du nicht lieben kannst du kannst du kannst du kannst keiner habe ich ich kann auch ohne harriket lesen ich gebe es zu ich kann auch ohne harriket nicht lesen so 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 albacara an also for young children als errede wert gesagt wer will das die überlieferung habibi das ist das ist die akte f7 vom 64 jünger ist mich verarschen ja aber nicht alles was im tefzir steht ist die noch nicht die noch nicht geblutet haben genau aber der tefzir muss ein beleg haben wo ist der beleg dafür es bleibt nur so jalla wollen wir machen es bleiben nur so aber er bringt die auch ein hadith dafür die leute sind gefragt zum leute sind zu mohammed gekommen die haben ihn gefragt was ist mit den kleinen was ist mit den alten und die schwangeren und dann kam der vers ja 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 bis zum ende ok aber die kleinen ist mir egal also was ich dich noch mal fragen wollte hier haben wir es ein sekunde mein bruder tut mir leid tut mir leid wir wollen hier alles zu ende bringen es wird nur so ok and for so blablabla 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 ok amen und sagt oh messenger of allah what is the waiting period of the woman who does not menstruate and the woman was not menstruated yet and what is the waiting period for the pregnant woman and so allah exalted revealed what here here he asked him he asked him and who are they he said those who are too young so young here i'll get here diese angelegenheit es gibt regelungen es gibt regelungen ja 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 alles kann man eine frau heiraten ohne dass man geschlechtsverkehr mit ihr hatte was hat muhammad gemacht ja mit subhanallah das ist kein heirat vollziehen machst du mit nikah aber du kannst sie an jemanden zum heirat geben so pro ist man kann man kann sie heiraten ohne dass man geschlechtsverkehr mit ihr vollzogen hat genauso gibt es eine eier dass wenn man sich entscheidet ohne dass man ihm nahe gekommen ist richtig dankeschön dankeschön 340 um warum gibt es ja dafür die jüngere man muss die angefasst haben oder wer sagt das ja die die 33 49 gesagt wenn du eine frau scheide ist dann gibt es keine aber hier gibt es dafür die kleine bum 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 ja jetzt denkt nach macht den kopf auf was selber dich beerdigt hier noch haben du glaube ich nicht weil ich weiß dass es dazu gibt es gibt schon rot es gibt man kann ich einfach so alle waren die gemacht im jahr 1100 mit diese ganzen leute aber die ersten jahren ihr habt gemacht was ihr wollt deswegen immer so gibt es schon rot in dieser länge kann man also ich habe sie gerade gezeigt ja du kannst du kannst es machen laut koran also wirklich nein kann man nicht denn es gibt alles bruder es gibt bedingungen in den kommentaren sagt wieso sie sich dann dann bleibt nicht wenn du dich schämt wenn du es so ist die bedingungen in diese angelegenheit ich habe die bewiesen was hast du mir bewiesen sagen was du mir bewiesen ist ja sie ist ganz einfach mal kann man ja dass ich was sagen kann du kannst mit den heiraten mit wem heiraten mit wem mit der noch nicht ihre menstruation erreicht haben okay du hast hat babys gesagt dass die die keine menstruation haben ja da sind die ich will jetzt nicht ich will ich bin ich von tiktor ich bin ein baby kann ich trinken gg du verlierst du dein zeit mit das problem ist das problem ist ich habe mit leute geredet die hatten viel mehr wissen als der du hast recht und jetzt kommt der und sagt mir nein ich habe kein recht ich habe mich wirklich auch regelungen du sagst man kann die bisher das geht nicht der prophet hat gesagt wenn eine frau ohne ihren willen verheiratet wird ist die ihr ungültig warte langsam hallo eine frau die jungfrau ist oder eine frau die schon geschieden ist beides hat die traus holen weil das beides natürlich einfach kann ich nur die die geschieden nur die witwen und die die geschieden wurden nur die können nicht ohne ihren willen verheiratet die 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 jungfrauen nicht nein wie die jungfrauen ich wusste mir diese hadith dazu gesagt das bringt mir kommt kein problem bringt man bringt man hier er macht schon ein screenshot er würde nicht bringen noch er wird bringen er wird bringen das steht demetron demetron note oder die alten ja die geschieden haben die die ja genau ich war eben oder diese ganz spielchen haben wir auch in frankreich gemacht dass immer das gleiche selbst auf deutsch verstehen genauso was du mein und was er bringt diese lüge was er bezogen also ich hätte in berlin jetzt hat es rausgegangen schon er kann nicht mehr kommen weil er hat kennengelernt und ich habe dich da klein ich habe es nicht gesagt ich habe ihn sein bildschirm groß gemacht ich bin auch blöd guck matron matron mir was heißt matron matrone eine mama ja die die menopose diese krankheit denke sie dass die keine mehr bringen können ja immer so daulis die die lügen nicht diese daulis ich den gerade zu rennen und ich mag das problem ist jetzt die zute zwar der wird das jetzt nicht finden aber er kriegt jetzt eine andere ausrede dafür aber das ist ja nicht schlimm worum es auch geht ich würde denn gerne noch mal fragen ob er eine neunjährige frau die die jungfrau sollte nicht zu ihr gegeben werden außer mit ihrer erlaubnis wo steht es schlag auf schlag auf bei muhammad zahle die matrone die ältere dame die matrone der hadith sagt die matrone hier schaut kurz mich groß machen der hadith sagt über matrone die metron englisch auf deutsch matrone gehen wir unten ältere dame eine die schon geschieden ist 1419 1419 1419 bukhari ja dann ein muslim dort steht dass die junge frau nicht verheiratet werden kann außer mit ihrer erlaubnis die wirst oder wieder boom boom jetzt auf dich boom 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 auf dich ich kann diesen radit ja ja tschuldige schulden diese sunna.com laden kann ich mir bei mir auf was ist das die gar nicht gebannt ip glaube ich zu viel sunna.com gegoogelt ja lehle macht man hat auf bildschirm kann screenshot machen auf bildschirm machen machen den englischen du musst kamera machen pass auf dass man dich nicht sieht bei dieser wenn die kamera macht da bevor du auf ok drückst da kannst du gucken man braucht irgendwie berichtigung ja du hast dingst was wenige leute die sich abonniert haben aber guck mal ich schulden die a woman without a husband die worst or widow die worst or widow die ich abonniert habe gottes segen gottes segen ich mein pc hängt jetzt schon wieder kannst du kamera machen achmet bei dir nein bruder also ja ich kann aber was soll ich denn aufmachen 1419 dankeschön bruder das hängt bei mir also wirklich keine keine ausreden wirklich sind schrott pc ich höre es dir man ist groß bruder ja wenn du willst komm oder wenn du sagst komm hier statt scheinen also da haben wir das was steht da entwürdig was ich lese für dich meine ich lese weil ihr habt gesagt und ja 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 ich habe mich ja ja ließ ließ wir haben gesagt eine junge frau kann nicht zustimmen sondern sie kann zwangsverheiratet werden da steht eine version must not be married until her permission sort und jetzt bis sie ist aber die einverständnis ist die von keep on keep on the house the prophet sallallahu alaihi wasallam how her virgin's consent can be solace he the holy prophet said that she keeps silent also das heißt ich bring dir ein baby sie sagt nicht ja nein nein wie soll ein baby zu ihr zu stimmen ja die frau ist silence minziers nein zeit genaues dagegen sagt ein baby redet nie dagegen jungen dollar was es geht darum dass die frau sprechen kann dagegen oder leise sein kann und das bedeutet ja wenn sie leise ist heißt es ja das ist genau das ich bin eine disco ich bin eine disco ja ich bin ein dreckiger ich bin ein dreckiger jahr und da ist eine frau und ich mache mich so groß bei der ich mache so ist ja immer mit und dann sie mit leise seien sie mit angst kriegen sie wird so sie wird kein wort sagen ist es jetzt eine analogie es ist die gleiche analogie weil es geht es geht nicht um irgendwie machen mit der ok dann halal halt ich gehe zu meinem disco da irgendwie ein verkwalt man zu ihrem vater halt ich gehe zu dem vater ich gebe in eine million euro ich sage ich will ein tochter heiraten für eine million die tochter wird leise sein sie wird angst haben das ist ungültig ein wort und es ungültig nene sie sagt nicht der vater zwingen sie leise zu sein weil sie kann es trotzdem aufheben der vater kann sich schlagen kann sie nicht wenn sie geheiratet ist nicht mehr dann ist mir zeigen die zwangsweise jetzt will ich von dir nein ich bringe jetzt will ich von dir zeig mal zeigen dass die jungfrau von alleine scheiden kann ich bring dir ein mann ein vater hat seine tochter zwangsverheiratet in der zeit des propheten ohne ihre erlaubnis der prophet ist zu ihr gang hat gesagt möchtest du mit dem mann verheiratet bleiben oder nicht sie hat gesagt nein aber das ist eine frau was war das eine jungfrau da was ein metro habe ich das urteil ist das gleiche ist nicht der gleiche dann bring mir ein gelehrter der gesagt hat der hukum ist nicht gleich und bring du mir jetzt ein hadith erst mal ich geh nicht auf den gelehrten ich gehe nach koran und sunnah ich höre nicht auf den gelehrten gehen nach koran und sunnah bei uns nein gehen sie nicht bringen sie nach koran und sunnah das was ich jetzt verstehe du sagst schon wieder gelehrte und so also glaubst du jetzt an das wort des allahs oder glaubst du an die gelehrte an was glaubst du überhaupt erstens ich glaube daran ich glaube an all das wort und an der sunnah des propheten sallallahu alaihi wa sallam aber die gelehrte holma holma diese eine holma die gelehrten haben sich die mühe gegeben und die gelehrten haben sich die mühe gegeben dass sie diese bücher und alle hadith und den koran den sie auswendig können analysiert haben und danach ein eine schlussfolgerung daraus gezogen haben das ja eine fatwa ist keine ist keine hutsche ist eine fatwa und hukum weil da steht nein eine feste ließ mit mir ließ einfach mit mir okay warum springst du warum bist du jetzt weg gerannt von nein das ist nicht wenig weg gerannt ist gesagt man kann keine man kann ja kann man ja ich hab dir ein hadith gezeigt dass er nicht mal ja sagen sie muss einfach nur leise sein ist es dein ernst ist es denkst du denkst du eine fünfjährige kann ja oder nein sagen man eine fünfjährige kann weder ja sagen noch nein das heißt ja und du kannst ja ich habe mich genau das gehört das bedeutet gehört nicht zum hadith du idiot was du kannst eine fünfjährige heiraten ist sie kann ich ja oder nein sagen nein wenn sie nicht zustimmen kann kannst du gar nicht seine fünf jährigen wird sagen ja ja erstens wenn eine person nicht ein kleines kind heiraten in einer religion ja dann ein man darf in unserer religion eine frau heiraten wenn sie reif genug ist körperlich aus als auch nicht genau wie soll eine frau und kein wie keine abgeladet die kein gehirn hat nein sagen zu so bist du sicher solche solche vorlesen was paulus gesagt hat egal was paulus gesagt hat trinkt eine runde kommen hoch lassen doch oben wurde an die es zu viel kamilorin leute ich er sagte bei jedem wort bei jedem wort sagt er ja glaubt ihr das glaubt ihr das soll schon was sagen der ist total verwirrt ist ja der ist verwirrt weil er mehr hat dass wir auf die lüge und von ihm nicht aufspringen ja guck mal guck mal leute leute wie perus gesagt hat eine fünfjährige sie wird von dem mann hingestellt eine sechsjährige sie werden die fünfjährige fragen willst du denkst du sie wird ja oder nein sagen längst sie kann überhaupt reden ja genau das ist ja dann möge der herr den wirklich die gnade noch geben dass sie wirklich den richtigen weg finden und ich verstehe das also ich habe jetzt wirklich in dem screen ich habe überhaupt nichts von ihm verstanden jetzt ganz ehrlich der meint wir sind dumm und glauben an sachen die er sagte denken wir hätten werden so unwissend und da muss das so sein fünfjährige hat dass das den gedanken nein zu sagen ja zu sagen okay dann ist das so das war da mein bruder mein bruder in islam in islam du kannst du kannst deine tochter schlagen okay jetzt stell mal vor ich habe eine siebenjährige ich bin jetzt muslim okay ich habe sie hier ich würde sagen in drei tagen ich werde ich heiraten mit den eltern sie wird sagen nein eine du sie ja und dann der mann kommt der mann stellt vor ihr und sie will sie wie sie wird erstmal den mann an sie wird sich umdrehen sie wird mein gesicht angucken und schätze ein sauren gesicht machen okay macht euch den bilden kopf so dann die wird gerade ausgeliefert heulen aber sie wird nicht nein sagen ah ich glaube es drin lassen sollen weil dieser eine sache gerade wieder bei dem es ist ganz eindeutig okay ich sage euch mal eins wenn ich als erwachsener mann vor einem kind stehe eine mädchen egal 678 und ich bin fremd und ich spreche sie an das mädchen kriegt den mund nicht auf verstehst du die sind schüchtern das sind kleine kinder so genau das hat mohamed damit gemacht also er hat nicht gesagt wenn sie ja sagen hat einfach gesagt wenn sie nichts sagen dann passt es verstehst du so es ist einfach so verrückt mit diesen mit diesen sachen kannst du so viel anstellen er kann drehen und wenden was er will damit wird so viel schandtat betrieben das kann er nicht leugnen das passiert auch im islam seit jahrhunderten 1400 jahre lang verheiraten sie kinder schon und er will mir erzählen das ist irgendwie ja das ist anders und so oder ich hatte muslime ich hatte muslime ich habe mit muslime diskutiert sie haben gesagt ja du hast recht und jetzt kommt er und nennt mich lügner raus mit dem trinkt woanders irgendwas muslima muslima die können muslima so trüben ich habe mit den englisch diskutiert sie haben gesagt ja du hast recht du hast recht und da habe ich ihn rausgekriegt ich habe gesagt ich rede nicht mit leute wie dich und jetzt kommt er und sagt mir es ist richtig schlimm ich sage ich kenne nur beispiele freunde haben kinder ja die sind keine ahnung acht ich komme dazu besucht die haben mich zwei drei monate nicht gesehen die kriegen erst mal nicht aufweichen hallo so weiß was ich meine das ganze mal nicht und so ist ein mädchen mädchen noch mehr als jungs so und ja was will er da jetzt erklären der prophet sagt sie muss nichts sagen wenn sie schweigt dann passt es was ist das für ein satz auch was ist das für ein prophet so selbst dann dastehen würde die muss ja sagen werde es noch die sind unzurechnungsfähig mit 678 irgendwas von sich zu geben jetzt verstehe ich diese christian prinz aber wenn die leute rausschmeister jetzt verstehe ich den schwestern werde ich telefonieren die war raus mit dem es ist leider ganz weg oder es kann ja ich rede nicht mit ich habe das gesagt ich habe das was er macht spaß ich mache keinen spaß ich mache keinen spaß ich Ja, Bandito, Bandito, ganz ehrlich, Bandito, ne, ist das? Ja. Ja, Bandito. Was ist immer als Moslem? Mach mal bitte, Moment mal, ich muss gerade was machen. Alle waren doch Moslems. Nein, Bandito. Bist du groß? Ja. Bandito, siehst du mich, ne? Mach mal bitte deine Kamera. Sag das mal. Ah, gut, Bandito. Mach mal kurz bitte an, ja? Und sag mir immer noch, dass der Islam friedlich ist. Sag mir das mal. Was bringt dir das, bitte? Das bringt das, siehst du das? Hast du gesehen? Ja, damit du gesehen hast, kannst du Steamshot machen. Das ist der Islam, wo du sagst. Damit du das weißt. Aber du weißt, das stimmt doch nicht, Bruder. Ja, der weiß, der weiß doch. Der macht Spaß. Nee, also ich bin jetzt noch ein bisschen verletzt. Also ich weiß jetzt nicht, warum sowas jetzt nicht. Der war schon hier bei uns im Stream. Der war schon bei uns. Das ist mein Bruder, wir kennen uns sehr, sehr, sehr cool, sehr gute Junge. Habib, wie du mal? Ah, Islam, Mann. Für mich, ich sage immer, wichtige, gehen wir verleben in einem islamischen Land, dann wirst du sehen, die Realität. Aber nicht säkulare Länder, richtig, so Saudi-Arabien, Oman, Bahraim, sowas, dann wirst du sehen, die Wahrheit. Wissen, was es ist, in Deutschland. Ihr müsst mal Muslime was fragen, okay? Das ist die beste Frage überhaupt. Ihr müsst sie mal fragen. Sie wollen ja alle die Scharia und die Scharia ist so perfekt. Und dann fragt sie mal, in welchem Land auf der ganzen Welt herrscht die Scharia? Also die Richtige, wir reden von der Perfekten, die sie ja so bewerben immer und die so toll sein sollen. Es gibt nicht ein Land, die diese Scharia hat. Die herrscht nur in ihrem Topf hingespinst. Und vielleicht bei der Taliban oder bei ISIS oder so. Also echt jetzt, Leute. Da kommt, der lügt mich in die Fresse. Ich habe mit Leuten diskutiert, dieses Thema ist schon längst vorbei. Ich weiß ganz genau. Und jetzt kommt der Hikam. Der hat sich selber beerdigt mit 564 und 349. Der hat sich selber ins Grab geschossen, Mann. Aber wie? Und er versucht ja noch... So viel Blabla ist viel zu nix, Leute. Also wirklich, Leute, wenn man euch das zeigt, euch man das belegt, geht es nicht in euer Kopf hoch? Die Medien, ja, ich bin selber Ex-Muslim. Die Medien haben eure Köpfe gespült. Diese ganze Scheiche, wie heißt er nochmal? Mofti Menk und diese ganzen Zbill da. Fausan. Im Scheu Fausan oder keine Ahnung. Der ist das Schlimmste. Exakt. Die ganzen Leute, wo er zbill, purer zbill, nö, 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 nö. Weißt du, Bruder, wo der Live-Stream von Christian Prinz. Ich bin so kaputt. Ich war so kaputt. Manche sind rein, die haben nicht mal überlegt, fünf Minuten oder drei. Das war so schnell. Der hat dem alles auseinandergenommen. Ey, wirklich. Wir brauchen, weißt du, was wir hier brauchen? Ich muss mich gut machen mit so einem Salafi, mit so einem richtigen Hardcore-Muslim. Ich muss mit denen gut werden und den hier holen für solche Leute wie der. Ich schwör's dir. Den für solche Leute wie der holen. Wie du sagst. Wer hat die Medien gekauft? Diese ganze Qatari-Jazira-Bande, die haben die Medien gekauft. Ja, ja, komm rein, komm rein. Willkommen. Komm rein, erzähl uns. Alles, die 72 für Frau haben. Das ist normal. Die träumen und sowas. Unten rechts, Amama. Unten rechts bei diesen zwei Personen. Du drückst da rein. Aber ich glaube, du hast zu wenige Follower, deswegen. Ja, du kannst nicht hoch. Ja, du kannst mit deinem Account nicht nachführen, Leute. Also unten, wo du kommentierst, rechts. Das sind so zwei Personen, zwei Menschen. Islam ist Frieden, gell? Es kommt vom Wort Salam. Also Frieden. Islam ist purer Frieden. Allah, Allah. Komm, soll mir jemand kommen, Taqiyah machen, ja? Ich brauche Taqiyah, Leute. Ich kann dich nicht einladen, tut mir leid. Ich brauche Leute, die Taqiyah machen, bitte. Jemand, der kommt und lügt. Amar, Amar, du spielst Nio 2. Amar, du spielst Nio 2. Amar, du spielst Nio 2. Amar, mach das Mikro an. Du spielst Nio 2. Das war Nio, gell? Das habe ich schon durchgespielt. Musst du nicht mal was essen gehen, Brudi? Ja, ich mache gleich. Bei mir war es. Ich mach doch, ich mach Ramadan. Also ich schaue mir gerne den ganzen Tag. So ist es nicht, aber ich sorge mich schon langsam. Na, manchmal ich lasse mein Handy hier. Ich lasse die Leute reden. Ich gehe, ich mache Bambam. Alles klar, Brudi. Dann gehe ich schon mal raus. Holt mich hoch, wenn was ist. Ich gehe gerne mit. Ansonsten bin ich im Chat gerne aktiv. Sehr gerne, Bruder. Viel Liebe an euch und bis später. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich. Fax Machine, du machst das richtig gut. Wirklich, wirklich. Ich freue mich, wenn ich komme rein, weil man sieht wie die Lüge. Hey, es ist egal, welche Sprache, es ist egal, ob Arabisch, Englisch, Deutsch, Meutsch, Deutsch. Hast du gesehen, wie der macht, der sagt, bringt das Arabische? Ich habe ihn das Arabische gebracht. Hier, Lies, Gott. Das ist das Haraket. Okay, nicht schlimm. Aber warum sagst du dann, bring das Arabische, so was du lesen würdest? Verstehst du, was ich meine? Sag von Anfang an, ich kann kein Haraket lesen. Ja, ohne Haraket lesen. Soll ich mich von Anfang an sagen. Aber, dass er so spielt, so lange spielt, bist du, okay, ich hole die hier, boah. Sag es mir, ich versuche, und ich muss auch weg, weil ich muss einkaufen und auch Essen machen. Gott segne dich, Bruder. Ich erde dich auch, Mann, und alle anderen Geschwister hier auch. Dankeschön, Bruder. Mach's gut. So, wo sind die ganzen Muslime hier? Wo ist der ganze Taqiyah? Wo ist das Ganze hin? Wo sind die ganzen Lügen? Komm, machen wir es mal so. Allah leitet in die Ehre. Es gibt Ischmer zu keiner Kinder. Ich hole ihn jetzt ein Ischmer. Hier, ich habe den Ischmer in meiner Hand. Was redet er für Müll? Hier, Junge. Ich habe den Ischmer bei mir. Hier, warte. Ich habe es bei mir. Was redet er da? Ich hol es den gerade raus und er sagt, lass ihn springen. Ich springe nicht vom Thema. Was ist das? Hier, ich hole den Ischmer. Hier, Mamba. Hier, boom. Konsens, agreement with the four jurisprudential doctrines. Hier, habt ihr es? Ja. Without her permission. Without her permission. Aldorar. Ja, Allah. Soll jemand jetzt hochkommen und mir sagen, äh, 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 äh? Nee. Hier habt ihr es. So. Also hier habt ihr den Ischmer. Hier habt ihr das, Leute. Macht Screenshot. Das ist von Aldorar.com. Da gibt es kein Links, kein Rechts, kein Oben, Unten. Da habt ihr es. So, die Mechanische Hild kommen. Lügen. Was du meinst. Hermano, ich gehe jetzt, weil ich jetzt im Stadion mit meinem Kind. Ich kann später wieder zurückkommen, wenn du live bist. Ja, Hermano. Okay, ein abrazo. Okay, ein abrazo. So heißt die Seite. Okay, bravo. Okay, Hermano. Aldorar. Da findest du ganze Müll. Okay, Faxmaschine. Ich bin kurz raus. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich wünsche euch Gottes. Macht weiter so, Jungs. Und wie gesagt, Leute, die, du hast eben was sehr Wichtiges auch gesagt. Du hast gesagt, ich würde gerne mal mit einem reden, der richtig gelehrt ist, der richtig an den Koran glaubt, der das und das. Weil dann wird ihr sehen, dass alles, was da drin steht, ob es mit Kinder-Ehe ist, das und das und das. Die glauben an alles und die würden auch alles projekte zitieren. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch Gottes Segen und der Friede des Herrn sei mit euch. Danke, dass du mich hochgenommen hast. Ich folge dir ja sowieso. Amen, Bruder. Dankeschön. Die habe ich gefolgt, ja. Ja, Mann. Ich danke dir, Bruder. So, Leute. Ich glaube, ich mache nur so fünf Minuten. Wenn kein Muslim hochkommt, mache ich auch Schluss. Also bis 18.10 Uhr. Dann dreh ich eine Ründchen irgendwo draußen. Dann komm ich später wieder. Aber so, Amar, hast du alles gehört? Du bist noch da, du spielst immer noch Nioh 2. Mach mal auf dein Mikro, Mann. Du bist ein kleiner Chris. Soll ich für dich beten? Soll ich ein Video machen, wie ich bete? Einfach so. Und posten, damit die Leute mir nicht sagen, du hast keine Ahnung. Also echt jetzt. Also hier, ich muss die ganzen Tag hier besteht nur aus Koran rezitieren fast. Mit diesen kleinen Muslimen. Gottes Segen, Hope. Gott segne dich. Slimani Kode. Ja, hier haben wir einen. Seht ihr, Leute? Ciao, Amar. Hallo? Servus. Servus, grüß Gott. Hallo. Ich habe eine Frage. Ja. Was bringt dir das jetzt, über Muslimen zu reden oder über Christentum oder keine Ahnung, was bringt euch das jetzt? Bist du gerade in den Stream reingekommen, oder? Ich frage dich. Aber ich habe eine Frage. Bist du gerade im Stream reingekommen oder hast du alles mitbekommen? Ich bekomme den ganzen Tag mit dieser ganze Krieg. Aber was warst du bei mir? Hier? Was warst du bei mir hier? Okay. Ich hatte Muslime hier, die sind hochgekommen, die am Anfang zu lügen über ihre Schrift. Ja, okay. Ich war, ich komme, lass doch jetzt diese Muslimen Christentum, keine Ahnung, jetzt wirklich beiseite. Meine Frage war jetzt nur an dich. Ist ja auch scheißegal, ob man ist ein Buddhist ist, Christentum ist, Moslem ist, keine Ahnung was. Jeder soll doch an das glauben, was ihm gut tut. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin mit diesem Punkt, aber ich bin mit einem anderen Punkt. Der Islam, der richtige Islam, Koran und Sunnah erlaubt nicht die Freiheit von anderen Menschen. Ja, okay. Aber meine Frage war jetzt an dich, was bringt dir das jetzt? Was bringt dir das? Ich will, ich möchte, dass keine Islamisierung von Deutschland stattfindet. Okay. Und warum lebst du? Das heißt, was darf ich fragen, ist deine ganze Familie jetzt Ex-Muslim? Nein, nur ich. Also deine Eltern müssen jetzt abgeschoben werden? Nein, müssen sie nicht. Aber ich möchte, dass keine Islamisierung Deutschland stattfindet. Das heißt, Geht auch für deine Eltern? Meine Eltern, sie können gerne hier sein. Also ich meine ja nicht, man soll die Muslima abschieben, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte nicht, dass zum Beispiel morgen hier eine Moschee gebaut wird und man den Ersan fünf an am Tag hört. Okay, finde ich sehr schön. Aber eine Frage an dich. Willst du mir sagen, dass dein Papa nicht zur Moschee geht? Er kann zur Moschee, aber ich möchte nicht, dass man Minarette hier baut und den Gebet rufen von am Tag hört. Das will ich nicht. Guck mal, mein Bruder. Diese Erde, diese ganze Erde, in der wir leben, es hat keinen Besitz. Das gehört alles Gott. Und wir müssen alle eines Tages, ob jetzt jemand Christus an Gott glaubt, Moslem, Jude, keine Ahnung was. Im Endeffekt, diese ganze Erde, in der wir leben, gehört dem lieben Gott. Ja. Ist und jeder, das ist meine persönliche Meinung, jeder in jedes Land soll auch alle Religionen geben. Jeder Mensch soll an das glauben, was ihm gut tut. Und ich verstehe nur eine Sache nicht. Den ganzen Tag, ja, wirklich. Ich will jetzt nicht gegen die Schießung, Gottes Willen. Deswegen alles gut machen. Nein, es ist schon rein. Ja, ich finde es nur eine Sache. Ich zeige auch den Grund, warum ich die ganze Zeit im Stream bin. Mein Arm ist gebrochen hier. Ich kann nicht arbeiten, nur irgendwas. Ah, okay, schade, schade. Gute Besserung, auf jeden Fall. Dankeschön. Ich finde es nur, das ist meine Persönsermeisterung, oder? Siehst du? Ja, ja, alles gut. Siehst du, wie die Metallplatte da rauskommt? Gute Besserung, guter Besserung. Also, weil es die Leute mir sagen, hier... Nein, nein, es geht nicht um dich, sondern ich rede wirklich über allgemeine. Ich finde es nur schade, dass die Leute sich bekriegen. Jeder Mensch soll doch an das glauben, was ihm gut tut. Und das ist, was ich meine. Und das ist meine persönliche Meinung. Er soll auch diese Freiheit geben. Nur das Fakt wirklich allgemein ab, ja, TikTok sportlich, dass jeder zweite, ja, Islam widerlegen will. Dann kommt der Christ, der will Christentum widerlegen. Dann kommt der Buddhist, der Buddhismus, keine Ahnung, wie der Liga. Oder ich will nicht über den Christ, ich will jetzt nicht, Islam widerlegen. So, ich gehe jetzt nicht in die Aqibah, ich gehe nicht in die Bücher. Guck mal hier, Allah locken und Allah ist das und ich kann es auch schon alles. Aber mein Punkt ist, ich möchte keine Islamisierung Deutschlands, dass es stattfindet. Ich will nicht, dass irgendwann ich stehe auf und wir hören, dass es wie Nizza, diese Autor irgendwo Leute überfährt. Ich will nicht, dass wir hören, dass irgendwann Charlie Hebdo, dass ein Gebäude eingelaufen wird vom Muslimen, und ich will nicht, dass ein Lehrer seinen Kopf abgetrennt wird, TikTok sportlich, nur weil eine Karikatur von Mohammed gezeigt hat. Das möchte ich nicht. Okay, super. Ich bin Kurder aus Nordirak, Bruder. Okay. Ich rede jetzt von meiner Stadt, Slimani. Okay. Hör mal bitte ganz gut zu. Wenn du, wenn du wirklich nach Slimani gehst, bei uns sind teilweise zu 8% Muslimen. Stimmt's? Iran. Nee, Irak, Bruder. Nordirak, kurdische Gebiet, genau. Und Bruder, bei uns gibt es auch Kirchen. Bist du Kurde? Ja, ich bin Kurde aus Nordirak. Oder was Islam mit euch Kurden gemacht hat, du bist noch Muslim, Bruder? Bruder, egal. Auf jeden Fall, ich will dir nur damit sagen, bei uns gibt es auch Christen, Bruder. Die gehen wirklich, ohne Witz jetzt, wirklich, wenn ich mal nach Slimani wieder, würde ich das auch posten. Also sind Leute wirklich, da ist auch eine Kirche dort, die Leute gehen hin, und ich finde es auch schön. Jeder soll doch an das glauben, was er für richtig hält. Nur auch in Dubai vor kurzem, die haben irgendwas, so ein Buddhismus, wieso ich das, ich weiß nicht, wie man das nennt halt. Die haben schon ein Haus dort gebaut. Verstehe ich nur? Ich finde, in jedes Land, ist egal wo, jeder soll doch an das glauben, was er für richtig hält. Und ich persönlich, ich habe auch christliche Freunde. Ich habe wirklich alles. Ich bin ja selber Friseur, ich habe auch mittlerweile mit verdammt vielen Menschen zu tun. Am Ende des Tages, Bruder, jeder soll doch an das glauben. Wir sollen Hand in Hand laufen. Alles ist doch cool. Und das funktioniert wirklich in Deutschland. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil wir hier unter der Demokratie leben. Aber wo wir hier unter der Demokratie leben. Ich sage dir, die Moslemen und die Christen bis morgen, bis Jahre, das soll auch Hunderte von Jahre dauern. Du kannst Christentum widerlegen, du kannst auch Moslem widerlegen. Deswegen hat es gar keinen Punkt. Es hat keine Ende. Mir gesagt, ich bin hier nicht, um irgendwas zu widerlegen. Ich bin hier um aufzuklären, dass der Koran auf jeden Fall nicht in der Konstitution eines Landes gehört. Wer? Dass der Koran, ich will aufklären, dass der Koran in keiner Konstitution, in keinem Land heute in 2024 gehört. Ihnen gehört. Was soll ich dir sagen, Bruder? Was soll ich dir sagen? Auf jeden Fall, ich wünsche dir gute Besserung. Ich wollte nur das loswerden. Mir geht es gut, Bruder. Mir geht es gut. Und ja. Aber danke schön, Bruder. Bitte, bitte. Ciao, ciao. Danke dir auch mal. Alles gut. Danke dir, ciao. Ciao, ciao. Gottes Segen, Jakobus. Und die Gute Segen, Jatikala, für ihr mal. Amin. Geh für mich. Allah, Khair. Alhamdulillah, Kuschel, alles gut, mein Bruder. Und dir? Ja, Habibi. Ja, der hat schön gesprochen, der Typ. Er hat natürlich vom Herzen gesprochen, aber leider Gottes ist nicht wahr, was er da alles gesagt hat. Das wäre schön, was er da gesagt hat, dass die Christen die Kirchen da bauen, dass sie nicht zerstört werden, dass in Mekka dieses Buddhismushaus oder was da gebaut wird, dass wir hier in Frieden leben. Jeder soll glauben, was er will und die Freiheit genießen. Aber leider ist das nicht so. Der Koran sagt, nur Allah und Mohammed das ist Fakt. Alles andere ist Heuchlerei. Das kennen wir schön von denen. Erzählen können die gut, aber die werden kniffig, wenn wir sofort die Sohren runterbringen, dann werden die schon ein bisschen launiger, Bruder. Hätten sie nur eine Sohre gesagt, dann hätten wir gesehen, ob er noch so friedlich geblieben wäre, wie er gezeigt hat. Hier sagt er, wie wir halt Khannazir und Jardin sind. Tvaddal. Wir können hier die ganzen Tage am Sucher zu posten sein. Also wirklich. Wir können von morgens bis abend eine Suche nach der anderen quasi zeigen, wie die uns beleidigen und beschimpfen. Und das ist der Frieden. Deswegen, was er da alles erzählt hat, ist alles nur, er hat kein Wissen, muss ich sagen. Er hatte gar kein Wissen, deswegen hat er auch so geredet. Hätte er Wissen gehabt, hätte er sowas nicht gesprochen. Exakt. Ja, ja, deswegen wollte ich auch nicht mit ihm sprechen, weil ich mag, ich sage mit Leuten nicht zu sprechen, die halt die mit ihrem Koran, mit ihrer Hadithe quasi sich nicht kennen, mag ich nicht zu sprechen, Bruder. Ja. Aber alles gut. Es gibt andere, die halt belehrt sind und sich damit... Jakobus. Oh, ja, ja, Asad. Frag mal Fax, der hat alles aufgenommen, die muss man auch mal gucken. Weißt du noch mal? Tahir. Tahir, Tahir. Und wie gesagt, ich sagst du ihnen, diese Fama Stamtatum Bihi, da sagt er zu mir, da sagt er zu mir, ja, du verstehst nicht, das ist ja, wenn du eine Braut heiratest, du musst ihr doch ihre Braut gelten, ich sagst du ihnen, also bist du sicher, das ist Brautgeld, ja, sagt er, ja, Brautgeld. Dann habe ich gesagt, komm jetzt, mach mal stumm, ich gebe dir den Bumm in dein Gesicht. Ich sag, gehst du, wenn du eine Frau handhaltst, ja, gehst du dahin zu ihr und sagst du dem Vater, ich nehme sie erst mal durch, also ich nehme sie erst mal, probiere mal sie und danach bezahle ich Geld, ja, machst du das, ja? Nein. Ich sag, ja, das steht aber, Fama Stamtatum Bihi, Min Hunde, Ati Hunna Jura Hunna Farida. Erstmal ist Timta, erst mal machst du Mutter, und dann gibst du Geld. Das ist ja kein Heirat, Heirat gibst du erst mal Geld und machst du Kattübktapp und dann, da kommt der andere Idioten, springt da hoch und sagt er zu mir, das ist ja für ihre Ehrefrauen, Ehefrauen. Ich sag, ach du Scheiße, ist ja noch schlimmer. Ehefrauen sag ich, er sagt ja, ich sag, ach so, ist deine Frau für dich eine NUTT? Ja, aber sagst du, ich sag ja, naja, wenn du jedes Mal, wenn du mit deiner Frau schläfst, musst du ihr Geld geben, oder was? Also, egal wie du rumdrehst und rumwendest, verstehst du? Da kannst du nicht abhauen, mein Lieber. Algeria, komm her hoch, komm her hoch, ist er Muslim? Ja, der Algeria war bester Freund, ich werde ihn, ja, aber der ist ein Schwachmartmann, der Idiot, der ist ein Idiot, der ist ein Idiot, der kommt ja nie hoch, der labert nur unten, nur labert er nur unten, ich habe ihn noch nie gehört, er ist auch so eine Versager. Ja, Jassin, du kannst so hoch, oder ich, Jassin, aber wenn du hochkommst, bitte stellen uns die wieder nicht die gleiche Frage, die du schon vor zwei Jahren gestellt hast, du stellst sie mal wieder, du hast auch nichts gelernt, bitte Jassin, rede was anderes, ich bitte dich. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich mag Jassin, aber Jassin, du fragst immer die gleiche Frage, was ist die Frage? Welche Fragen? Welche Fragen? Ja, die Fragen, die wir schon immer beantwortet haben, sieh den Islam nicht so wie das in deinem Auge siehst, du musst es ein bisschen kritisch sehen, warum stehen diese Sachen darauf? Du kriegst immer die Frage, du stellst uns immer die Fragen, kriegst immer die Antworten und dann kommst du wieder hoch, und dann stellst du die gleiche, das ist wie, ich sehe das als kritisch, stell dir vor, es wurde gesagt, nicht warum, es wurde gesagt, und warum wurde es gesagt? Nicht, es steht bei der Söhne, so bei der Söhne, also du kennst alles, du weißt genau, was ja Hadith in die Söhne haben, du weißt, welche Hadith bei euch in der Söhne, du weißt genau, was im Koran ist, entweder du nimmst den Koran, oder du sagst, dieser Koran ist ein geschriebenes Buch von Menschen, der ist nicht von Allah, und das ist alles Lüge, Punkt, es gibt nichts anderes, mein Lieber. Das ist sowieso von dich, Jakob geschrieben. Solange, ich nehme mir kein Urteil, darüber, solange ich den Koran nicht persönlich gelesen habe, du weißt du, hast du mal noch nicht gelesen, nur Koran? Ich habe ihn nicht durchgelesen, nein. Dann lass ihn, liest ihn, ich glaube mir, geh wie deine Vorfahren, geh wie deine Sippe, die lesen, die haben einen Koran gelesen, die sagen, alle, das ist ein gefälschter, falscher Koran, deswegen bleib, halt dich an deine Sippe, liest das nicht, das ist wirklich nur Katastrophe, nur ein Shira, also das ist wirklich ein Nasiha an dir, mein Bruder, glaub mir das, ich sag, was hast du für ein Problem, hier sehen, wo sind dein Problem, wo drückt der Schuh, sag mir mal, wir verstehen uns, wir sind beide Muslims, also ich war mal im Roswellen, wo drückt der Schuh, wo ist Schiri, was denkst du, wie sind diese Leser entstanden, man sagt ja, warum dessen, dass in verschiedenen Ländern die Dialekte anders waren, aber trotzdem, als Lerchen, warum da untertitelische Wörter drin stehen, nein, mein lieber, guck mal, verschiedene Dialekte, ist was anders, das habe ich doch letztes, habe ich nicht mit dir erklärt, eigentlich die verschiedenen Dialekte, nein, nein, du bist, was bist du, Iraker, nein, halb Iraker, halb Pole, ja, guck mal, das ist kein verschiedener Dialekte, zum Beispiel in Syrien sagt, in Damasko sagt man, Qalu, bei euch, im Irak sagst du, Galu, das ist verschiedener Dialekt, Galu und Qalu, aber es ist derselbe Bedeutung, verstehst du, was ich meine? Genau. Hast du verstanden, genau, aber wenn du zum Beispiel in einer Sura hast, zum Beispiel, Ibadur Rahman, Ibad, heißt das, was ist denn Ibad, weißt du, was Ibad sind? Ich weiß nicht, so diese, Anbeter, also diese, Abit, was ist denn Abit? Du betest, also Abit, also Sklave Gottes, Abdullah, Sklave Gottes, verstehe, Ibadur Rahman, und die andere heißt, Indar Rahman, in den anderen, Indar ist bei Gott, die eine ist bei Gott, und die andere ist, Gottes Anbeter, ist das dasselbe für dich, ist das eine Dialekt, oder ist das eine andere Meinung für dich, sag mir mal, bei Gott, und am anderen, Gottes Anbeter, dann zwei verschiedene, siehst du, also wie ist denn das ein Dialekt, bitte schön, die verarschen euch alles nur, die verarschen euch, das hat mit Dialekte gar nichts zu tun, mein Lieber, das ist nur Verarschung, weil sie kommen aus diesem Scheiße gar nicht raus, deswegen versuchen sie euch irgendwo zu verarschen, es gibt nichts, das ist nicht nur Dialekt, das ist schon fast ein Akzent, und fast ein ganz separatisches Wort, also das passt überhaupt nicht, das ist wie wirklich, wenn du sagst, die und sie, das ist ganz andere, er, er oder die, also das sind wirklich Wörter, als Arabisch Sprechender, du wirst dir selber fragen, warum ist dieser Fehler da drin, aber natürlich, die nicht Arabisch sprechen, die sagen, ach ist nur ein bisschen so, verschiedene Wörter, nein, das ist ein kompletter Satz, das sind Sätze, die falsch geschrieben sind, verstehst du, weil der Koran, der wurde, wie gesagt, 1924 als Habs dargestellt, und die haben nochmal alles korrigiert, im Allahasar Moschee, verstehst du, so, und die Koran, die da waren, die waren alle durcheinander, wir haben sich entschlossen, diesen Koran zu schreiben, und deswegen hast du auch so verschiedene Koranarten, und das ist wie gewährt, der Bruder sagt, da sind verschiedene Sätze drin, guck mal, guck mal, diese Nadia unten, diese Schlaumeier, Nadia unten, Abed, sagt sie, Ibad oder Abed ist nicht Sklave, zu wem sagst du, Nadia Abed, zu wem sagst du Abed, was heißt denn Abed, Sklave, Abed, Ta'abudullah, du bist der Sklave von Gottes, du Ibad, du betest Gott an, also du betest ihn, weißt du, man sagt auch, zu einem Sklave sagt man Abed, weißt du, wenn du sagst Abed, Abed, Sklave Gottes sagst du, ich bin eine Sklave Gottes, sagst du, verstehst du, so, ist es aber nicht Abed, ruht Allami Arabi, amu, ruht Allami Arabi, gehen wir Arabisch lernen, so, so, Aram, wie geht's dir, meine Nase? Aram, gut ist Ihnen, Mura, vielen, vielen Dank, Gott sei Dank, liebe Leute, Cesario, ja, mein Lieber, wie geht's dir? ich möchte nur kurz was sagen, dann geh ich direkt runter, Jakobus, bitte, ich habe eine Bitte, gehst du nie wieder bei islamischen Dingen, so TikTok, wer will, soll bei euch kommen, weil letztes Mal hast du eine Stunde mit einer geredet, wegen einer, Drekik hat dich runter am Ende gemacht, ich will bei niemanden reingehen, wer will, soll bei uns kommen, Bruder, ich war bis jetzt noch nie, am, vorgestern war ich ja bei einem, äh, Rishus, ne, oder habe ich mit in und da hatte, und da sind seine Koyoten hochgekommen, die haben mich abgekickt, aber mit ihm, nein, er hat mir gemacht, ich war drin, der hat gesagt, ja, weil du hast gesagt, ich bin drin, du sollst, dann hat dich runter gemacht, lass, der, weil, was will, soll bei uns kommen und reden, weil die sind richtig, echt, ich will nicht schlimme Worte sagen, weil, Wallah, hast du recht, aber guck mal, ich habe gestern, vorgestern, habe ich einen Razwa, Razwa Sicario, habe ich gemacht, auf Hamdi, ich habe die richtig auseinandergenommen, keiner konnte antworten, ja, so, dein Hamdi, dein Hamdi habe ich auseinandergenommen, und dein Joker, der schwule Joker, habe ich auseinandergenommen, sie haben mich, sie haben mich immer gestimmt, sie konnten nicht mal debattieren, die wollten nur nur privat, privat reden, sie wollten nur privat, ich sage, guck mal, quatsch nicht so viel, rede, komm, 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 wir debattieren, ja, 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 machen wir mal, machen wir mal, aber guck mal, guck mal, deine, was hat er, was hat er denn, guck mal, diese Filme, was sie machen, die haben keinen Sinn, und kein Verstand, überhaupt gar nicht, ich verstehe nicht, was für ein Filme, die dir machen, verstehst du, sind einfach Kinder, wenn wir bei denen hochgehen, die lassen uns nichts reden, entweder blockieren, oder stunden, ja, weil die Angst haben, die kommen hier bei uns, sie dürfen hier reden, verstehst du, wir debattieren, guck mal, vorhin war dieser Yasin, der hat, ich habe mich gestummt, er hat geredet, geredet, habe ich gesagt, bist du fertig, hat er gesagt, ja, ich sage, okay, komm mal hier, zeig mir diese Asura, ich habe ihn gezeigt, und der konnte nicht, nein, das ist nicht so, guck mal, ich habe, wir geben denen auch die Möglichkeit, sich aus, zu äußern, und zu debattieren, aber sie haben Angst, Bruder, sie haben richtig Angst, die kennen nicht zuzuhören, weil das ist diese Wissen, wenn Sicario kommt, reitet auf die rauf, verstehst du, die kennen nicht anders, die haut alle ab, die verarschen Leute, die bist du, bist du, Dadi, kannst du debattieren, Dadi, Dadi, kannst du debattieren, warum leugnest du deine Rache? Dadi, guck mal, guck mal, quatsch mich so viel hier, kannst du debattieren, kannst du mir erzählen, ist die Mut'a' bei dir im Islam halal oder haram? Haram, dann zeig mir ein Vers, wo ist haram im Koran, zeig mir, zeig mir im Koran ein Vers, sag nicht von dir, wer bist du, dass du sagst, haram und halal? Zeig mir ein Vers vom Koran, vom Koran, zeig mir ein Vers, wo steht haram, im Koran ist es halal, guck mal, im Koran ist halal, da steht, fama istamtatum bihi min hunna, äti hunna, ujurah hunna faridah, ok? Ja, das ist halal, Mut'a' halal, also, wer hat dieser, äh, wer hat die denn weggemacht, dass sie haram ist? Erzähl mir mal, wo gibt es, wo gibt es ein Vers, wo gibt es ein Vers im Koran, wo sagt, das ist haram, sag mir mal, ich warte auf dich, guck mal, ich gebe dir, guck mal, ich gebe dir die Zeit, auch so zu antworten, bitteschön, aber mit Belege bitte, ich mache mich stumm sogar, komm. Meine Frage wäre nur, warum verleugnest du deine Religion? Guck mal, guck mal, deine Mohamed hat alles, was haram in der Welt gemacht, hat nur haram gemacht, und er kommt zu einem, verteidigen mit Lügen, und, äh, ihr seid echt Kakerlaken. Passt schon. Siehst du es auch Kakerlaken, oder? Leute, Leute, TikTok-sportlich, bitte, am Ende meiner Konferenz, Gibt es Mutterverbot im Koran? Daddy, ja, ja, wo ist der Mutterverbot? In der Tafsir, kannst du sehen, Ali Abitale, nicht, darf sie, nicht, die Mutter wird noch gemacht, in der Lebenszeit von, von Mohammed und von Abu Bakr, auch Marats verboten. War schon. Alles gut. Ja, so ist richtig, so machen direkt, so ist richtig, nur, niemals bei denen gehen, wenn sie was wollen, die sollen zu uns kommen, weil, die kommen nicht, dann sollen die ihre Dings bleiben, weil wenn wir auch bei den hochgehen, die lassen uns nicht reden, die stimmen uns, und die blockieren uns, weil die haben Angst, wie diese Hadith, ich bin zweimal bei denen gegangen, ich rede, da hat mich direkt geblockt, das ist, die, wenn die was wollen, die sollen hier kommen, ihre Ski hoch, wir stecken in ihrem Zimmer, keiner kommt hoch, und redet über ihre Religion, kommen diese Penner, wo in Disco gehen, wo die Spielhalle gehen, die wollen ihre Religion verteidigen, das ist eine Bitte von mir, und immer, wenn was wichtig ist, immer aufnehmen, und wenn einer sagt, ja, ich will Schariah in Deutschland direkt aufnehmen und verteilen, die Europäer müssen die aufwachen, weil wir haben erlebt, in unseren Ländern, wir lassen diese Schlangen nichts vergrößern hier in Europa, das ist meine Bitte, leider, ich muss jetzt runter, und wo ist er denn hingegangen, wo ist er denn? Aber der Lüge, der antwortet nicht, guck mal, siehst du, da sind die Muslime, er kommt hier, er will seine Gelehrte verteidigen, Hamdi, aber er kann selber nicht, verstehst du, die können selber nicht, die schicken, guck mal, die schicken diese kleinen Kakerlaken, dass sie für sie stimmen, und sie trauen sich selber nicht zu kommen, wo ist Hamdi, ich warte auf Hamdi und Joker, kommt mal hier, ich lasse euch sogar reden, die Kakerlaken, kommt mal hier, Sikario, bitte, ich gehe jetzt runter, red mal von Kaum al-Zut, was haben wir mit Mohammed gemacht hier, ich habe doch, ich habe doch, Musnad Ahmad, mach mal auf, er weiß doch Bescheid, ich habe vorhin auch gesagt, Musnad Ahmad, ich weiß ganz genau, auswendig, also, du kannst Musnad Ahmad aufmachen, erste Buch, Seite 399, mach die auf, und guck mal, was haben sie diese Kaum al-Zut, mit Mohammed gemacht, ja, und weißt du was, weißt du was, gibt es für homosexuell, eine Moschee in Berlin, ich weiß, und nicht nur in Berlin, es gibt auch eine in Köln, und eine in Berlin, ja, und alles, KOMOS ZUT, also, leider, ich muss runtergehen, vielleicht komme ich nachher auch, ich habe kurz, Jani, Jani, KOMOS ZUT, meinst du, die haben ihn geritten, oder, was meinst du jetzt, mein lieber, wo ist Jack, habibu, meinst du, die haben ihn geritten, oder wie, natürlich haben sie ihn geritten, und wie, da kam er auch so zurück, der hat auch Schmerzen gehabt, meinst du, die schwarzen Leute, die gekommen sind, und dünne Beine, große Beine, und da kamen sie, und die haben ihn geritten, der Rasul, genau die, und kam richtig, Mujan, sein Popo hat wehgetan, die arme, ja, ja, und dann später, liest man hier, der Rasul, Allah, der Gesandte, und fühlte schwere, und Schmerzen, schwere Schmerzen, hat er dann angekommen, weil sie ihn geritten haben, er hatte starke Schmerzen gehabt, weil ihn genommen haben, der hatte starke Schmerzen, und das ist ein Hadith, und wie er sagt, von Musnad, Ahmad, wo haben wir das, noch mal gucken, wie er gesagt, das von Musnad, Ahmad, welcher war das jetzt, ist er rausgegangen, der Band, erster Band, genau, Seite 399, erster Band, Seite 399, ja, 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 die haben, wie alles bei mir, oben gespeichert, alles, wir haben ihn geritten, das waren dunkle Menschen, mit dünnen Beinen, und danach hat er die Folgen, hat er richtig starke Schmerzen gehabt, ne, hat er selber gesagt, ich habe sehr schmerze Schmerzen, von den Schwarzen bekommen, Dädi, 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 geh mal, geh mal, hilf mal, deinen Propheten, die Arme, der konnte nicht mehr laufen, der Arme, geh mal, hilf ihn, hilf ihn, das sage ich nicht, guck mal, ich sage nichts, Habibi, das ist gemacht, das sagt dann deine, Diggse, ja, Hadith, sag das, wir haben nur gelesen, also wirklich, hat Spaß, der Prophet gemacht, dieser, wenn du auch alles, na, w hac, du auch alles, wenn du selbst bei dir, warst du ja, 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 Und wie ist das? Nein, ich bin er nicht alle. Ich bin ein Begriff. Ich bin ein Begriff, dass ich vor dem Begriff, wie ich es könnte, und das Problem mit einem Begriff. Und wenn ich die Begriff, wird es wieder ein Problem. Das ist der Begriff. wo bist du die ganze zeit schon lange nicht mehr gehört es ist wirklich gut jetzt tatsächlich zieht es einen schon runter also ich merke selber dass es mir wirklich sehr viel energie und kraft kostet also wirklich dazu schon richtig das gut gemacht aber letzten endes lieber jahrzin wie weit bist du vorangekommen da war die erste person die mir so kam zu gezeigt hast die mir so zum nachdenken gemacht haben und ich habe nicht wirklich schlüsse geantworten dafür bekommen außer dass das irgendwie immer gemeint wird und zwar kriegszeit und so weit und so fort aber trotzdem habe ich damals in so fragen gestellt auch wenn es eine kriegszeit ist warum musste immer glaubensverweigerer oder ungläubig gestehen warum kann da nicht einfach stehen richtung die sich attackieren zu not werden also ich finde die definition war also nicht genügend weiß was meine dass er uns klar und deutlich raus verstehen könnte ohne missverständnisse das ist nur für eine selbstverteidigung ja richtig lieber jahrzin du hast du schon richtig gedacht ich meine aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind lieber jahrzin ich meine ich habe mir hatte der islam tobt ja schon seit 1400 jahren du kannst es aus überall aus jeder aus jeder nation geschichtlich erlesen dass die islam absolut nur mit dem schwert erfolgreich ist und nur mit dem schwert gekommen ist von daher müssen wir nicht einmal nicht einmal komplett den koran und die hadith auswendig kennen man braucht nur zwei drei suren wirklich einigermaßen zu lesen und paar verse von denen dann sieht man schon dass das definitiv nicht göttlich sein kann weil wenn gott auf diese art und weise die menschen aufeinander hetzt und sich widerspricht dann stimmt das nicht das kann von der logik hier verstehst du lieber jahrzin ist und du musst nicht einmal bezüglich dessen dass du so tiefgläubig sein muss nein allein von der logik hier funktioniert das nicht was genau meinst du das mit dem schwer zu viele widersprüche zu viele falsche aussagen von allein koran zu viele widersprüche von den aussagen von allahs die widerspricht sich heute sagt er dieses morgen jenes heute das übermorgen anderes das funktioniert aber wir haben doch dieses system also ob das jetzt logisch ist oder nicht einmal dahingestellt aber dieses abrogationssystem eine sure die neuer ist kann die ältere wieder aufgeben aber lieber jahrzin jetzt mal ganz ehrlich kann denn gott nicht wissen was übermorgen ist dass er eine sure obrogiert da bist du aber das heißt ja allein koran nicht das weiß ja nicht deswegen gibt es diese abrogationen als also in der bibel findest du sowas nicht und außerdem wie kann ich wie kann ich an etwas glauben wo nur nach der aussage eines einzigen menschen eine sache bestätigt wird und keine zeugen aussagen keine augenzeuge ich kann heute aussagen mir ist dieses und jenes erschienen und ihr müsst an mich glauben an das was ich euch sagen aber ihr dürft keine fragen stellen es ist einfach schlicht schlicht und einfach die thematik von mohammed und dem allah er war schlau diese damalige zeit war schlau und er hat sich er hat sich einen chef gegründet im hintergrund und er ist der angestellte und der angestellte bekommt die anweisungen und die anderen müssen natürlich dann auch diese sachen ausführen also es ist ich habe aber so viele theorie schon gehört von er hat gar nicht existiert bis bis dass seine frau hadija einer christischen gruppierung angehört hat die halt also lieber jahrzin wir können das belegen das hat ja eine christin war hundertprozentig das meine ich jetzt aber jetzt halt die einsagen so der hat existiert die anderen sagen der hat nie existiert weiß was was stimmt denn aber schon mal hier gehen wir mal davon aus dass er nicht existiert hat okay dann ist so oder so alles unsinnig jetzt gehen wir davon aus aber dass er existiert hat und wir belegen können dass hat die christin war und auch er sogar an christus geglaubt hat er hat doch für sie gearbeitet ja so er ist das sogar er hat wie kommt so darauf dass er sogar an christus geglaubt hat weil weil in der kabel auch christlich christus bilder waren die konen darin waren dieser später abgefallen und hat sich diesen diesen islam gegründet was ich mich auch gefragt habe also die der sind dahinter warum wurde er ganz kurz noch noch etwas ja sind und wir können dir auch bestätigen und belegen dass der koran auf aramäisch auf syrio aramäisch geschrieben wurde und ich kann dir auch garantiert dass circa ein viertel davon nicht einmal die ganzen gelehrten des islams entschlüsseln können weil das aramäisch ist immer noch mit dem manuskripten oder wie bitte meinst du jetzt weil du die bürger manuskripte vergleichen kannst mit der aramäischen sprache oder wie möchtest du mir das beweisen oder jemanden das können wir beweisen dass der koran am anfang auf aramäisch geschrieben wurde aber ich weiß nicht die ich kenne die birmingham-manuskripte tatsächlich nicht aber ich hoffe dass die brüder was darüber wissen ich weiß es nicht ich kann kein arabisch lesen leider bei da sind ich will dir was fragen ist gott allwissende weiß gott alles sicher ja bist du sicher ja ok also der weiß schon vorher was alles passiert und hin und hier ja ja guck mal suratel am fall suratel am fall sagt er die ja wohl einer kaffee vallahu an komo alima enna fikum dörfern die anja kuna minko mieter ansa wir ja liebuna mieter ein koma er sagt so die akkoma suratel am fall wo die da gekämpft haben mohammed hat sie hingeschickt ja den ding gesagt guck mal gott hat gesagt zu euch 100 von euch schaffen 1000 von denen und die die engel kämpfen und mit euch und hunderte von denen schaffen ding sei diesen hingegangen haben sie verloren weil sie sind gekommen wir hatten links dann hat er gesagt und jetzt hat er den andere eier gemacht gleich und jetzt wusste gott dass ihr jetzt musste gott musst du dir mal vorstellen also gott wusste vorher nicht dass sie so schwach sind jetzt musste gott dass ihr schwächer seid also mehr tonnen konnte also 100 von euch kann nur 200 leute von denen töten nicht mehr tausend von denen nur 200 jetzt verstehst du also vorher wusste gott nicht also gott waren der wusste nicht dass sie wenn die hingehender verlieren er ist so ist das ein gott für dich das war ja so klar aus einer von anderen hat dies nein das sind beide koran das ist suratel am fall 66 66 66 er sagt hier an einer haffe von lau ankommen war lieben anna wie kommt drauf an das ist so das oder im koran koran keine hadith kommen was ich bringe ist immer stark stark du musst lernen von von onkel sicario wenn sie karriere spricht er spricht nur die wahrheit und nur starke links ich bin kein bei ich bringe nur diese die ganz stark sind also oder direkt vom koran und diese vers ist direkt vom koran verstehst du hast ja gesagt suratel anfall nummer 66 66 also vers 66 machen die aufwachs machen macht ihr die mühe aber aber jassen anfall sich anfall 66 ja genau anfall 66 macht ihnen bitte auf kurz er soll sie selber lesen wir ganz groß machen weil gott wusste nicht verstehst zuvor hier soll ich das mal aufschlagen oder schlägt wie ihr wollt wie du willst lass mal lesen jetzt aber hat allah eure würde erleichtert denn er weiß dass die schwachzeit wenn also unter euch 100 sind die geduld haben so sollten sie 200 überwältigend und wenn 1000 unter euch sind so sollen sie 2000 mit erlaubnis allah überwältigen und allah ist mit den gläubigen siehst du und vorher hat er den gesagt und jetzt musste er gott hast du gehört und jetzt hat er gott auf arabisch jetzt musste er dass ihr also vorher wusste gott nicht und das ist surat im koran hast du gerade gelesen aber natürlich für sie übersetzen die übersetzung habe dieser wird die übersetzung ist sowieso falsch aber trotzdem 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 diese falsche übersetzung kannst du lesen lässt ihn noch mal ganz in ruhe also vers für vers ich erkläre ihnen mama ich weiß dass ihr schwach seid siehst du warte stopp er weiß ja weil er weiß jetzt ja guck mal hier was steht bei arabisch und einer war alli mal anna fikum alli mal anna fikum und jetzt weiß er ja wusste also jetzt wusste er und gott weiß jetzt aber vorher wusste nicht hast du verstanden weil es gibt es gibt ein vers wo er sagt hundert von euch schaffen tausend weil sie sind die hingegangen laut der hatte sind die hingegangen und sind die haben verloren die sind wieder zurückgekommen dann hat er gesagt ach ihr habt verloren also ihr konntet nicht die sagen ja die sind zu viel zu stark da hat er gesagt okay jetzt 100 gott wusste jetzt das gut wusste dass ihr schwach seid jetzt und jetzt von euch nur 100 schaffen 200 früher 100 schaffen 1000 also wo er die hingeschickt zum kämpfen und der erzählt hat dass 100 von euch 1000 schaffen da wusste gott nicht zum beispiel ja jetzt auf einmal wusste er gott dass er dass sie dass sie nur 200 schaffen woher weiß man dass diese zwei sonnen ein und dasselbe ein und dasselbe das ist dieselbe kämpft dingser geben auf die hat dies guck mal ist ich mach dir dann auch so okay dann machst du ihnen man zeigst du ihnen man so surat anfang manchmal allahu akkur weiß gar nichts weißt du aber man merkt allen kinder wusste ja nicht dass wir heute in menschen werden ja abu fottmau ja abu fottmau ich zeige ihn auf arabisch er soll sie er soll sie mal auf arabisch lesen kannst du arabisch ja sie haben bis zum leben aber ich verstehe ja lesen kommen reicht schon das zu lesen das aber auch sehr schwer diese diese wort kannst du lesen dann die haraka machen wir ein bisschen ganz kurz groß steht denn hier oben da also jetzt wusste alima anna fikum dorf an siehst du was ich meine jetzt hat gott mitbekommen hat dass ihr seid jetzt allein weißt du was allein ist ja jetzt wusste gott dass ihr schwach seid also vorher wusste gott nicht wieso wusste gott vorher nicht wieso ich dachte gott ist allwissend hast du selber gesagt gott ist allwissen wieso wusste dann gott nicht und schickte die einfach zum tod egal recherchieren wir später nach selber alleine was willst du noch wissen was willst du noch wissen also wo ist wo hat die schuhe also wo ist sag mir was ist denn jetzt seine deine links da hier was willst du denn wissen eigentlich was willst du denn wissen sagt mir ja denkst du dass diese leser entstanden sind weil die leute derzeit nicht richtig in ihrem gedächtnis hatten oder die sind die verschiedenen leserarten ist kein leser art mein lieber ist jeder hat anders gesagt du meinst weil sie das nicht richtig in erinnerung hatten wie das geht hat der eine sohn der andere so auch geschrieben romari ich hab dich hochgeladen du hattest da was geschrieben können wir dir helfen irgendwie salam ma habba li jami'akum achibbai aynama kimtum wa aynama halaltum wa ruch al-qadus bianama bin im jahres bianama mit jahres bianama im jahres bianama namen kum Wir sind von den Scherquen und der Scherquen. Wir wissen, dass wir nicht viel wissen, was wir haben. Wir wissen, was wir haben. Wir müssen Deutsch schreiben. Wir sagen, was wir sagen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, aber wir haben hier die Menschen in Deutschland. Wir sind hier die Menschen in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland in Deutschland, um die Welt in Deutschland zu machen. Wir machen die Allgemeine, in Englisch und in Arabisch. Und ich werde Sie mit Ihren Schrauben machen. Und ich werde all die Schrauben machen. Okay? was hat er gesagt nur super wird er ist interessiert sagte unser stream und er ist zufällig hier bei uns gelandet so und er hat sich ein bisschen gehört angehört was wir reden und so und wollte ein bisschen diskutieren nur halt es geht ja nicht weil er kein deutsch kann wie bei uns runter geht aus was man ja locker kum man kusat kum und holen wir haben syllabus ja aus ja hallo ja aus bürro wo wir wollen wir stehen stehen geblieben und also wo druck der schuh bei dir sagt mir ganz einfach wurde wurde weil jedes war fragst du da 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 sagt was willst du denn eigentlich bist du fühlst du dich immer noch verbundenen zum islam oder was ist denn dein problem eigentlich gerade bist du als vor moment oder bitte als was gemeint das was du gerade sagt nein nein ich frage ich frage damit ich weiß um was es geht vater habe ich ganz kurz ok dann kann ich sagen also er meint er meint er so nicht jetzt böse er meint der kummer du kennst schon alles du hörst ja schon so lange unsere hat unsere quasi unsere concept was wir hier tun und so weiter und er sagte er will sie er fragt sich selber ob was du von dem islam noch hält ob du an den islam glaubst er sagt ja nicht du sollst es verlassen sollst kriegst werde sagt ja was du davon hält ist das denn wirklich alles war was wir erzählen was hältst du denn davon dass wir natürlich beweisen durch die beweise die wir mal durch die bücher also für mich ist viel quatsch nennen hadithen weißt du und wenn wir jetzt nicht aus hundertprozentiger wahrheit ist also robe geschichtliche orientierung aber man kann das ja auch nicht als wahrheit nehmen sie meine ja und im koran auch nicht und noch nicht im koran auch nicht im koran auch nicht die fehler der drinnen sind die fehler als mit ein schiiten sprechen wir nie mit mit hadithen oder faszin ich immer nur mit suchen und da gibt da gibt es hunderte suchen die halt quasi und verse die falsche der dargelegt sind deswegen wir sprechen mit einem schiefer nur mit er hatte gerade ein koran suche quasi reduziert mehr nicht egal hat dies deswegen kein schwerbruch wie kann hat diese sprechen auf jeden fall ja also meint sie jetzt fehler oder meint jetzt diese sachen die so nach mord und rückschlag kriegen ja alles alles ob das mordschlag ob das bekämpfungsbefehle ob das frauenbefehle erniedrigungskinder quasi fehler drin steht alles mögliche du hast tausende sachen wo du da picken kann es war lieber aber alles gut ja sie nimmt die zeit nehmen die richtig zeit liest das noch mal und schau dir das alles an aber vergisst nicht dein richtiger koran der wird noch kommen der der macht der kommt ja denn dieser koran das problem ist sobald du ein muslim fragst nach diesem bei bahn tötungsbefehlen sagen sie dir immer ja das ist nur für eine bestimmte zeit das ist man für einen bestimmten krieg offenbart ist und er meint ist halt nur für die leute von damals das ist halt immer die sich bekommen habe aber natürlich habe ich auch mal gesagt ja warum ist das immer so hart und warum ist das denn da nicht genau definiert dass man genau versteht dass das selbstverteidigung geht und nicht warum muss da halt stehen so was wie und den klaus war weigeren schickt aber ein schreckliches gefühl in herzen so schlägt auf ihre auf ihre nacken und so weiter und so fort weißt was ich meine oder halt diese sache mit wenn du den ungläubigen wenn du auf die ungläubigen trist und da steht klammer auf klammer zu schlacht fällt also normalerweise steht im arabischen das wort schlacht er gar nicht steht dann weiter dann darfst du ihnen nicht den rücken kämpft sondern muss gegen sie kämpfen und wenn du ihn in den rücken kehrst so ist das ist der platz der hölle für dich wie da und später steht auch so dass wir nicht du hast sie getötet sondern man hat sie getötet nicht du hast einen stein geworfen sondern anleitung stein geworfen und ja ich habe halt also gesagt warum es steht doch oft immer dieses wort glaubensverweiger glaubensverweiger weißt du was ich meine weil es halt so man ist gut fachsie bruder ich habe meine meine sache nicht verstehe ist habe ich auch gesagt warum es nicht immer richtig gut genau definiert wird dass man weiß ist nur im verteidigungsfall dass man halt genau weiß der angreifer den du verteilt wenn du es verteilt dann darfst du und nicht so eine sachen wie ja das ist aber nur für den angreifen da du halt dann passiert und hat diese nicht glaubst und wir lesen das immer vor deswegen ist es du wirst jetzt nicht schnell verstehen was das was da drin steht das ist ja wirklich lange liste wir lassen das aber ich habe jetzt ein hadith der bruder fachsie der kann das gleich lesen aber ja nichts getroffen der sie gesagt hat ja das meint nicht und jihad von damer sondern meint auch heute für alle umgleichen hast jemals ein nichts salafisten zu nie getroffen der sowas gesagt hat oder ob 1400 jahre oder jetzt die haben das gleiche gedanke die haben das gleiche stil und das ist deren zukunft so denken die alle es gibt keinen unterschied ob du jetzt mit einer salafi gesprochen sprichst du da vor 1400 jahre die haben das gleiche gedanke verstehst du deswegen die können wir beweisen eigentlich dass der koran eigentlich alterer milch habe ich dir gestern gezeigt zeige ich ein anderes mal letztes bisschen nicht die passende zeit vielleicht fax maschinen bruder ich zeige ich dir später jahres ich zeig dir später dies was du meinst adam hörst du mir zu hallo mein name ist gefallen ja ich habe dich gerufen oder ich habe ein hadith und das ist ein hadith wenn du das hörst da fragst du dich zweimal wie kommen die auf sowas und hier ist ein beweis wir haben im islam nur an es sie ex gedacht wird nichts anderes also dann jetzt bin ich wirklich sehr aber du kennst ich fragte ich war doch die geschichte sehr gut kennst oder vom alttestament guck mal was muhammad hier befohlen hat fax maschine bitte schlag mal sahih albukhari 3 3 1 3 4 2 4 einer kuschmar muckkommun uja tumo guck mal was muhammad sagt genau übersetzt das jetzt schön der prophet sagte salomon der sohn von david sagte heute nacht werde ich mit 70 frauen schlafen und alle von denen werden ein kind gebären die ein bekämpft für allahs weg kämpfen werden und sein gefährter sagte wenn allah möchte aber salomon sagte das nicht und deswegen keine frau wurde schwanger außer die eine die ein halbes kind geboren hat halfer child okay dann der prophet sagte wenn falls prophet salomon hätte in schala gesagt dann hätte der kinder gegeben die für allahs weg gekämpft hätten was verstanden jassim gerade bis zum abgelenkt weil mich jemand in den chat beleidigt hat deswegen ist alles gut guck mal kurz hanif muslim ich weiß wem du folgst al jamaani ich hatte diskussion mit sonnen voll trottel vor drei monaten wird dieser planet diesen sommer kommen august sagt er sagt ihr dieser planet sagt er wird kommen und wird die erde zu stellen das ist diese sommer hanif muslim und der jassim hast du diese hat nicht verstanden warte kannst du es noch mal lesen bitte ich höre jetzt aufmerksam zu der salomon hat gesagt der widmet 70 frauen schlafen diese nacht und die werden für allahs weg kämpfen und der gefährde von salomon sagte in schala aber salomon hat es nicht gesagt und das ist auch deutsch doch mal deutlicher guck mal oder der profit friede sei mit ihnen sagte salomon der sohn david sagte heute nacht werde ich mit 70 damen also frauen schlafen von denen jede ein kind empfangen wird dass ein ritter sein für allahs sache kämpfen wird salomon sagte es ist nicht deshalb wurde keine diese frauen schwanger außer einer der ein halbes kind zur welt brachte der profit friede sei mit ihnen sagte weiter wenn der profit friede sei mit ihnen salomon es gesagt hätte wenn allah will er hätte kinder gezeugt die allahs sache kämpfen hätten subhanallah also hier allah bringt frauen für salomon damit er die es man mit ihnen nicht krach macht damit die kinder gebären und für allah kämpfen al-jihad was sagte dazu wie soll das funktionieren man darf darum nur vier frauen haben möchte 70 frauen sagt allah verstehst du es gibt noch mal ein das ist aber den muss ich noch rausfinden jungs sogar könig david hat den koran gehabt stellt sich das mal vor was sagst du diesen hadith also hier ganz kurz der prophet sagt salomon der sohn david sagte heute nacht werde ich mit 70 frauen schlafen von denen jede ein kind empfangen wird dass ein ritter sein wird der für allahs sache kämpft sein geförter sagte wenn allah will aber salomon sagte das nicht daher wurde keine dieser frauen schwanger außer einer die ein halbes kind gebar der prophet sagte weiter wenn der prophet salomon es gesagt hätte das heißt wenn allah will hätte er kinder gezeugt die für allahs sache gekämpft hätten also von daher schau mal her lieber jassin jemand das ist ja so etwas total unsinniges wie gesagt es gibt noch mal ein hadith wo gesagt wird dass sogar könig david den koran gehabt hat also von daher ich meine ich meine ich habe letzten menschen geredet werden ich habe gefragt warum steht nun bohari sowas oder moslem dass der prophet auf dem dach von seiner hafst steigen runter kann und er sagt zu mir du musst die weisheit hintersehen so welche weisheit er sagt so sein rücken war in richtung der kabel und seinen oberkörper in der anderen richtung aus respekt davor hat er nicht mit seinen vorderkörper in richtung kabel gemacht so ist das hat er hat quasi der hat den arschloch quasi den hinter zu kabel gedreht oder wie das war diese weisheit das ist aber schön das weiß ja sind jetzt mal ganz also das ist doch eine unsinnige weisheit also das ist doch keine weisheit wo ich da die beträgt die weisheit dahinter aber ist ja wohl das lassen wir mal das weg man kann so vieles da hinein interpretieren das ist unsinnig aber mein lieber jassi du willst jetzt schon länger darin die frage ist nimmst du nimmst du den koran an so wie es drin geschrieben steht ja oder nein wenn ja dann können wir aus dem koran so viel lesuren die wo sie widersprechen dir zeigen und geben wir können ja auch so viele so geben die wo gegen die anderen menschen hetzen wenn du sagst nein du akzeptiert nur koran mit zungen dann ist es noch katastrophaler nein also ich habe da keine sommer so wie wieder da wo sie ja stehen geblieben das audio ganz gut also jazin ich meine wenn wir aus den schulen etwas rausholen wo sehr 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 schlecht für die anders denkenden menschen dann kann das doch nicht richtig sein mein lieber jazin nicht mehr das ist einfach einfach logisches denkvermögen einfach menschlich wenn man denkt eine persönliche frage an sich weil ich war ja letztens noch was nun gezeigt dass man nicht nur als getötet von allah getötet und kläger glaubt vorweiger auf ihren nacken und dies ist weise gegen die gesagten und das ist die surah das die surah 8 versippten und das ist mir das wurde gezeigt mit allah hat viele von den menschen und gyms für die hölle erschaffen und ja wir sind schlimmer als oder irgendwie unter dem schirm richtig genau diese sachen habe ich dir gegeben ja ja und das habe ich also ich habe die antworten nicht verstanden also also ich habe wirklich die antworten leider nicht so wirklich verstanden also aber guck mal meine frage an dich persönlich war ja nicht der meinung wenn jemand sagt ja das ist halt nur gemein verteidigung wenn man sich im krieg befindet dass man sich verteidigt und das war zu den damaligen zeiten offenbart weil die sich im krieg befunden haben als selbst verteidigung aber bist du nicht der meinung dass man eine selbst verteidigung nicht anders ausdrücken soll das ist klarer deutlich dass man nicht immer wieder diese wörter benutzt so ein taugter die glaubensverweigerer oder irgendwie so weiß was meine richtig richtig also von daher von daher ist es unsinnig dass man das man immer wieder mit dieser kleinen ausrede rüberkommt aber der koran gibt das nicht her dass das nur im kriegsfall war das stimmt nicht im kriegsfall als in verteidigung waren es glaube ich zweimal im ganz in der ganzen zeit von mohammed und die anderen sind glaube ich über 20 27 nagele mich nicht fest aber über 20 30 mal hat er kriege geführt und nur bei zwei bei zwei diesen aktionen waren alle verteidigungskriege ansonsten waren alle angriffskriege also von daher das ist unsinnig aber ich meine selbst wenn das alles selbst wenn genau richtig nicht warum man das nicht genauer definiert das ist meine gott muss noch wissen dass irgendwelche isis barbaren jetzt kommen diese surah fall fehlinterportieren und man kann ja die bibel nicht so viel interpretieren wie den koran sonst hätten wir mehr christliche terroristen weiß das schon mal richtig was man manchmal richtig lieber ja sind sehr gut gedacht sehr gut gedacht absolut richtig wie man sich in den fuhren wie viele ganz guten guter das ist das gute gefühl für die gläubigen schreckliche gefühl für die glaube ich habe gelesen und da in der ganzen schule steht nicht einmal in der oder wenn sie euch attackieren oder wenn du dich wärst nein sondern da stand irgendwas mit kriegsbeute irgendwie die meiste ist gehört den propheten und tausende engel und das ist halt das problem sagt mir halt immer aber ja das ist so in einer kriegszeit lieber jazin du hast genau richtig gedacht und das ist ein gesunder menschen menschenverstand und die 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 gelehrten die muslime die können sich drehen und wenden wie sie wollen die lüge wird entlarvt das ist nun mal ein faktor und wenn du in der wahrheit bist lieber jazin dann wirst du dich auch vor nichts schämen du wirst dich auch vor nichts drücken du wirst dich auch vor niemanden verstecken müssen oder diesbezüglich dahin und dorthin die schmeißen und versuchen auf teufel kommen heraus irgendwie das gerade zu biegen das was schon verbogen ist und richtig eckig schon geworden ist lieber jazin das wird nicht mehr gerade das geht nicht weil lügen haben nun mal kurz kurze beine und das ist gut so das ist von gott auch so gewollt du hast richtig das überlegt und gedacht durchdacht das ist richtig das ist die reine logik und allein das normale menschliche denken besagt das kann nicht wahr sein das kann nicht richtig sein das kann nicht gut sein wie gesagt aus der aus den ganzen suren können wir das auch also wie gesagt die hat diese wenn wir sie dazu nehmen dann wird es katastrophal absolut also absolut viel schlimmer und besonders besonders lieber jazin wenn man das tatsächlich auf arabisch lesen tut und übersetzen tut also dann dann ist es viel viel schlimmer weil hier auf deutsch ist das wirklich sehr human übersetzt wie gesagt ich kann kein arabisch aber wir haben sehr viele brüder die wo das perfekt können also nicht dass das dass sie das ein bisschen beherrschen sondern die beherrschen das richtig perfekt weil sie eben mit mit in den arabischen lernern aufgewachsen sind und die kennen genauso arabisch wie die wie die anderen sprachen auch aber weiß was mich noch interessieren würde ja ja erwähnt widersprüche und ich habe es jetzt noch keine so sagen so was es gibt aber ich habe es jetzt noch keiner mitbekommen aber ich könnte das wundert mich lieber jazin also allein ich sage dir jetzt so frei heraus aus der sure 17 85 da ist der geist von allah beschrieben und dann in der sure 78 38 wird jibril als geist von allah beschrieben also ich habe den ersten satz akustisch verstanden wer wird den ersten satz als geist von allah beschrieben also schon mal in der sure 17 85 ist geist also allahs geist heiliger geist der hat das der gehört zu allah und in der sure 78 38 ist jibril der geist und es schon mal her es heißt ja auch sehr oft dass alle propheten vorher muslime waren aber in der sure 355 nein in der sure 6 14 sagt klipp und klar mohammed ist der erste muslim ganz einfach jemand allein die sura mariam sura 19 da gibt es so viele widersprüche da ist da können wir die hundertprozentig belegen dass diese mariam in im koran nicht die mutter von jesus von unserem jesus ist weil im koran wird besagt dass mariam die schwester von harun ist und harun der sohn von im ran und im ran ist der vater von moses und harun und miriam und diesen 1500 jahre vor christus ein riesen riesen schlamassel das gibt ja fünf theorien die eine theorie ist also die leute so gesagt haben und das stimmt deswegen das ist also ja das ist ja ich gebe dir von am ende ich lieber vom ende her kommt damit wir nicht so viel hin und hier reden willst du ein gott hinterher gehen der einfach dir sagt du sollst andere leute töten weil er nicht an ihn glauben willst du oder nicht okay pass auf dann nimmst du sollte tauber ja oder 9 vers 29 vers 5 gehst du dahin dieseselbes oder gehst du ein irgendein imam ja dann gehst du zu ihnen und sagst du zu ihnen sollen wir es im jihad pflicht im islam oder ist nicht pflicht im islam gehört kannst du dich aus ich glaube unter gewissen bedingungen was das nicht genau das ist pflicht also das ist ein bisschen bedingungen so und dieses nur ist doch dieses jihad wie soll es ja auch die anderen leute dinge sein wenn du schon schwarz auf weiß hast dann gehst du ein gelehrter von imam von muschee ist und fragst du diese surah ist für jede zeit und jeder jeder wenn dir ja sagt und du wirst gewidt dir ja sagen weil der koran geschrieben für jede zeit und für jede zeit und für jedoch ja dann ist die sache geklärt da braucht man nicht tausend eier und zuhören hin und hier wenn du wirklich diese gewalt nicht verherrlicht dann ist die sache erledigt da wollen wir nicht so viel zu suchen es reicht schon eine sache im koran dass du ausbrechen ist so wenn das das wirklich für dich wichtig ist dann geh und such das so laut musik oder man kann ja ich bin ja hier auf arbeit deswegen ich hatte aber ich will aber auch den bruder armer sagen und zwar die schwester meinte das stimmt gar nicht was gesagt das versteht nicht geil ist aber gar nicht wenn sie hat keine ahnung oder jessin es ist ja keine chance aber oder du hast ja gerade guck mal jassin merkt hier du hast du koran vor dir kann den nehmen wenn ich möchte ja guck mal der bruder adam hat die doch gerade eine suche vorgelesen dass muhammad der erste und der letzte moslem ist stimmt genau so der erste muslim und der letzte profil ja ok ok der letzte profil ok schlag jetzt dann selber der koran auf mach mal den koran auf erwartet er braucht nicht so stark er weiß das bestimmt ist das nicht muslim und die ganze haben ja nicht muslim genau genau zeige jetzt die suchen ich zeige jetzt die so schlag war jetzt guck mal was hier was da was für marsch hier zusammen ist hast du jetzt ein buch wo dir warte ich muss ich mich an der küche und dann reicht es auch dann haben wieder genug suchen erst mal erzählen jetzt kommt man einfach mit der fاسent und ein bisschen mehr auf flragen ich sag mich voran trache jetzt um dass du nicht schlag aufmacht stöken jehüeyemdago ist dir ist schlag, ich schlag aufmacht wird Ja im Grund haben wir in 3.0.0.0.0.0.0.0.0 wird blabbs wir haben, hatte bürbbsen auf dem dreiellen orientiert irgendwas, wir haben alles hier gemacht und es geht um mich zu schlag aufmacht ja so wenn er gleich kommt und er hat den koran karim in der hand dann werde ich in drei suchen geben und hört euch das dann an wie widersprüchlich deren suchen sind einfach vom koran nicht diese hört sich das gut an ja alles klar mit marina droge hoheu bislang im tagen die mir auch rucki oh mit rachy bschainu ahlo sahla galak pkheri oh rabbi musrahi sarschawa galki pkheri brei mein gott segne dich und deine familie schawai lo zum aufräumen fachs maschinen schon hier oder bis zum aufräumen aufräumen wie bei mir so machen wie geht es dann abend wie geht es dann besser aber ich muss auch krankengymnastik das dauert noch ein sechs monaten bestimmt die müssen erst mal heraus ja du hast erstmal diese therapie dann dieses gymnastik was dazu kommt und so weiter es ist nicht ohne insgesamt musst du rechte mit ein jahr und dann hast du immer noch schmerzen dankeschön leute dankeschön ich habe pseudoarthrose gehabt sarah also mein knoch war gebrochen für ein jahr dann bin ich zum arzt gegangen ich dachte meine platte kommt raus und der knochen ist nicht zusammengewachsen und dann haben die knochen aus meinem becken genommen in meinen armen reingestoffen wieder eine platte ich kann euch meine alte platte zeigen was hast du denn gemacht aber geht es jetzt oder also ich habe jetzt eine andere platte in meinen arm weil die haben das noch mal operiert weil die haben ja aufgemacht weil die mussten knochen rein machen und dann wieder eine platte und das war meine alte dankeschön dankeschön wo bist du kommt irgendwann mal die die nächste platte dann auch raus oder nicht das ist in januar ok die haben angst deswegen kommt immer spionieren dann so wenn sie einem männer sind und haben dann sollen sie hochkommen und debattieren wieso haben sie einfach ab die kommen hier nehmen sie auf die schicken ihre kakerlaken die mir kommen selber nicht die konnten sie schicken ihre kakerlaken sie nehmen das ist für die oder sie regeln oder die werden heute im video die wenn wir dann video quasi da zerlegen ach der ist entweder aramäer oder der ist jeside oder der ist kurde und er hat aber nicht gesprochen oder der cd ist gesprochen jetzt kommt die wieder mal neue video auf die jacobus ja gut das interessiert mich so von scheißdreck ist mir egal was sie glauben wollen wenn sie glauben wollen dass ich ein christ bin dann bin ich eben christ wenn ich hier sie dir bin da bin ich eben hier sie trotzdem mache ich die alles interessiert mich nicht sie gar nicht zusammen wo du sagst ich bin christ ja ja genau es ist gut super du deswegen sage ich doch ist mir egal wenn sie sagen dann sage ich bin ja jetzt recht christ und dann trete ich auf euch jetzt noch recht außer dem bruder es wird zeit dass du auch einmal jetzt die bibel bisschen lest bruder liest jetzt auch einmal die bild hat ja ein bild von davon machen was da drin ist steht und du könntest an dem koron der vergleichst du und dann schaust du dir welcher gott wirklich barmherzig ist mein lieber ich brauche nicht zu vergleichen also grausamer als diese religion kann ich mir nicht vorstellen dass irgendwelche religionen gibt also grausamer als diese religion wenn man denn eben wirklich liest und versteht da gibt es keinen grausamer als diese religion verstehst du es egal was ist keine buddhisten keine sadisten kann es nicht mal die sadisten soll so sind so herz dies ist richtig schlimm also wenn man sie versteht das katastrophe ist doch egal was wir glauben ist doch wurscht ich kann an meine schuhe glauben meine schuhe die schutz meine füße vor scheiben vor steine hast du nicht gesehen das ist ich glaube an meine schuhe ist doch egal aber fakt ist die soll wissen was in deren buch ist du lest immer von deren bücher ist doch egal was du glaubst ja das ist sieht man sehen was in deren bücher sind ganz kurz ganz kurz ganz kurz viele muslime sagen warum warum wir über den islam sprechen oder diskutieren oder lesen also normalerweise müsste ja eigentlich die ganze welt den koran lesen das ist doch legitim weil es heißt ja das ist das update für die menschheit und wenn wenn man behauptet das ist ein update für die menschheit dann ist es doch legitim dass einer jeder mensch eigentlich diesen koran lesen sollte damit er begreift dass das dieses update etwas besonderes für die menschheit ist aber nachdem wir darin gelesen haben sehen wir klipp und klar es ist kein update als ist ein upgrade also von daher einfach rückständig wird die menschheit diesbezüglich gemacht nicht fortschrittlich und es ist nun mal ein fakt liebe leute jeder sollte oder jeder der wo den koran gelesen haben sollte dann wird das sehen dass dieser koran tatsächlich nicht nichts göttliches in sich beinhaltet und das kann nicht von gott sein also liebe leute lest im koran lest die hat diese lässt die tafsiri das ist ein guter ratschlag von uns allen und tut nicht jammern warum lässt ihr den koran wie gesagt ihr behauptet dass es das update ist also sollte es jeder lesen um zu begreifen was dieser quasi ich sage nicht gott allah von den menschen will und nur so kann man das nachvollziehen indem man darin lesen wird also lest darin und macht euch eure eigenen gedanken darüber ob das tatsächlich göttlich ist oder doch nicht ob das gut ist oder nicht ist es menschlich oder doch göttlich also von daher liebe leute lesen 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 und vergleichen und denken so kann ich jetzt so kann ich sagen und nicht mehr also tut nicht jammern dass wir warum wir den koran lesen wie gesagt es ist sagt er ist das update von allem ganz einfach wo ist er jetzt jetzt runtergegangen der bruder da kommt auf menschen weg der der amie vor mit was machte über der vertreibt nur seine zeit bitte der ist ja halt das so aber bruder du hast doch da diese suche gelesen dass mohammed sagt der ist der erste moslem du schreibst mir immer ja aber nicht für später schon mal her wir spotten nicht wir spotten nicht wenn wir da drin lesen und dann wortwörtlich selbe für selbe aus dem koran zitieren spotten wir nicht denn diese sachen sind ja drin beinhaltet und wenn ihr sagt wie spotten dann müsstet ihr eigentlich eure bücher angreifen und eure gelehrten nicht uns wir tun nur zitieren aus der schrift wir tun nicht verdrehen wir tun nicht missinterpretieren nein absolut nicht wir zeigen es euch nein machen wir nicht das stimmt doch nicht wir zeigen doch so der fissur hat dies für hd ist wortwörtlich was da drin steht guck mal was haben wir bis jetzt verdreht ich kann deinen namen nicht lesen was haben wir bis jetzt verdreht und ich glaube das safran safran oder vielleicht sehr heiß die heilig kenne dies türken dies koraniten das ist ja okay okay die ist dieses abwandern die soll doch drauf kommen und die hat auch die genügend verfolger kommt doch hoch safran komm hoch geld schick ja ich halte dich hoch und dann zeige ich dir dann zeige ich dir wirklich im koran noch nur ein jacobus nein jacobus nein wir machen es ganz einfach die soll hoch kommen wir sagen wir haben wir sagen die sohren die soll in ihrem koran diese sachen aufschlagen ich kann es hier auch auf türkisch aufschlagen ist überhaupt kein problem also ich habe die tierinnen nicht so wie ich es verstehe sondern wie es in den schriften drin steht also bitte tun mir nichts zu unterstellen wo nicht der wahrheit entspricht wann habe ich irgendetwas aus meinen gelüsten interpretiert noch kein einziges mal ich lese wortwörtlich aus den übersetzungen wenn du sagst im original ist es anders würde ich dir sogar zustimmen im auf dem arabischen sind sie noch sogar noch schlimmer also wie gesagt die übersetzungen sind sehr human wirklich interpretiert sehr human zu kario bist du da ja gut ich bin ja da aber ich höre zu besser habe ich bin ein lieber habt ihr gehört jungs nimmt man das ich freue mich also liebe safran wenn du wenn du willst komm hoch und ich garantiere dir dass keiner der brüder hier irgendetwas schlechtes böses oder schlechtes wort sagen wird mit sicherheit ich verbirge mich egal wer was sagt wo wo nicht der anpassend ist denn den kick ich raus und dann will ich auch sehen und hören wo ich da von mir aus irgendetwas philosophiert habe oder misinterpretiert habe oder einer von den brüdern also ich habe noch nie von denen irgendetwas gehört dass sie aus ihren eigenen gelüsten irgendetwas interessiert haben lesen aus dem schritt wachsmaschine 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 Ja Die sind die Kuckels und die sind die in der Kuckels und die sind die. Wie kannst du das mit? Ja, das ist die Kuckels und die wir so machen. Wo ist die Kuckels und die sind? Das ist das der Kuckels und die ja. Ja, das ist die Kuckels und die Kuckels und die Was war? Ja. Wir zahlen ihn vor der Nacht von Spider-Man. Ist das Spider-Man? Was ist das denn? Batman. Das ist doch Batman, oder nicht? Batman, Batman ist das. Ich dachte, ich wollte vorher sein. Spider-Man und Batman haben schon Islam gefunden, Jungs. Ich schwimme noch mehr. Ja, aber du hast recht, Zitario. Weißt du, warum? Es gibt ein Surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ist ja die Spinne. Die Spinne, die Mohammed in der Höhle gerettet hat. Die ist ja heilig bei der Muslimin, die Spinne. Al-Ankabut. Alles ist heilig. Surah Al-Kuh, Al-Baqarah. Alle, 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 alle. Die Spinne hat Mohammed vor dem Fluch gerettet. Es gibt das Ding dazu, dass sie wirklich heilig ist bei denen. Al-Ankabut. Jakobus, glaubst du mir, wenn ich da sage, ich hasse Spinnen? Hi. Erwohl. Die sind auch ekelhaft, mal die Spinne. Die sind auch ekelhaft. Die sind auch ekelhaft. Du weißt doch selber in den arabischen Ländern, wie groß diese Viecher werden können. Ja. Natürlich, ich weiß, aber den Koran versteht ihr nicht und was ihr sagt, stimmt nicht. Ja, dann komm mal hoch und du sollst dir wirklich dreist. Ja, dann komm mal. Jakobus... Mal kalam. Hati kann kein arabisch. Buker Rahim Tau. Saddek. Ne, ich weiß nicht was. Ganz kurz, wir lesen mal, wir lesen mal der Schwester Safran. Sura 33, Vers 50 mal vor und schauen wir mal, was hier gemeint ist, ob wir da was falsch verstehen oder einfach das so anzunehmen ist. Sura 33, Vers 50. O Prophet, wir haben dir zu heiraten erlaubt, deine Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast, das, was deine rechte Hand an Sklavinnen besitzt, von dem, was Allah dir als Beute zugeteilt hat. Die Töchter deiner Onkel väterlicherseits und die Töchter deiner Tanten väterlicherseits, die Töchter deiner Onkel mütterlicherseits und die Töchter deiner Tanten mütterlicherseits, die mit dir ausgewandert sind. Auch eine jede gläubige Frau, wenn sie sich den Propheten ohne Gegenforderung schenkt und falls der Prophet sie heiraten will. Dies ist hier vorbehalten unter Ausschluss der übrigen Gläubigen. Wir wissen wohl, was wir ihnen hinsichtlich ihrer Gattinnen und dessen, was ihre rechte Hand an Sklavenbesitzpflichten gemacht haben. Damit für dich kein Grund zur Bedrängnis bestehe und Allah ist allvergebend und wahrenherzig. Also, liebe Safran, was verstehst du hier drunter? Der Mohammed kann so viele haben, wie er will und wie viele so viele auch haben, die sich ihm eigentlich anbieten. Und er darf auch sehr viele andere auch heiraten. Onkel, Töchteronkel von seinem Onkel, Onkels von seinen Tanten. Bruder, du hast hier die 50 jetzt gelesen, war 33, 50? Ja. Dann lest doch mal 49, einen davor noch. Lest doch einen davor, Bruder, die 33, 49. Ich bin der neue Abu Huraira, ne, dir? Ja, Abu Huraira. Das ist die 49 auch. Oh, die ihr glaubt. Oh, die ihr glaubt. Wenn ihr gläubige Frauen heiratet und euch hier auch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt habt, dann dürft ihr für sie keine von euch berechnete Wartezeit aussetzen. Gebt ihnen eine Abfindung und gebt sie auf schöne Weise frei. Okay. Hier wird ja von Frauen, Bruder, die versklavte Frauen gesprochen. Und du liest jetzt die berühmteste Sure, die wir haben an Talak, 65, Vers 4. Das passt ja zu der gleichen Sure. Das ist das Gleiche und hier bestätigt er nochmal, wie er mit der Sklaven, die kleinen Mädchen, Nikah machen dürfen, heiraten dürfen. Das ist das Passende Sure dazu. Die 65, Vers 4, das kennt jeder. Das ist die Lieblingssuche von Paxmaschine. Guck mal, wir auch machen, ja. Guck mal, nee, nee, wir tun keinen Fitnah. Wir tun vom Koran und Sunnah und das sie lesen. Also wenn jemand meint, dass das Fitnah ist, dann verstehen wir die Welt nicht mehr. Wir zitieren aus der Schrift, wortwörtlich, Satz für Satz. Und von daher, wenn es euch nicht gefällt, liebe Leute, dann stimmt was mit euren Schriften nicht. Dann stimmt etwas mit eurem Allah nicht. Dann stimmt etwas mit eurem quasi Gott nicht. Also von daher. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Warte seit drei Monaten. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Also liebe Freunde, wen meint er denn damit? Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Also laut Ibn Kathir sagt er, das sind junge Mädchen. Also Ibn Kathir sagt das. Nicht ich. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Also erst mal, ihr sagt ja, dass ihr nicht mit Tafsire und mit den Hadithen und so sagt ihr. Es mir erst mal gehört, dass es nicht legitimiert, es gehört nicht zum Koran. Das ist nicht die Schrift. Die Schrift ist nur Koran. Deswegen verstehe ich nicht. Es ist ein bisschen widersprüchlich. Er sagt, dass es was mit dem Islam zu tun hat. Islam ist nur Koran, nur die Schrift. Oder habt ihr schon mal andere Schriften zu der Bibel gelesen oder andere Schriften zum Beispiel zu der Tor? Also die Urschrift ist immer die Schrift, die gesendet wurde. Das heißt, sprich Tora, sprich Bibel und sprich Koran. Wir nehmen auch die Schriften von unseren Kirchenvätern. Ja, aber es gibt auch unterschiedliche Glaubensrichtungen. Ich kenne auch welche zum Beispiel, die zum Beispiel nicht diese Schriften nehmen. Also jeder Christ, ein Jesus glaubt, glaubt an die apostolische Sukzektion. Also jeder nimmt. Sogar die Evangelisten stimmen mit ein. Also wie gesagt, ich kenne das nicht so. Die Schrift ist nur, wenn eine Gottesoffenbarung ist, tatsächlich entweder nur Tora, Injil oder Koran. Bei den Juden gibt es auch noch die Talmud. Ja, weil die Juden haben Talmud. Talmud ist wie Hadith. Das kann man nicht zählen. Juden akzeptieren Tora, Talmud. Wir akzeptieren Tora, Injil und die Exegesis von unseren Kirchenvätern. Und ihr akzeptiert Koran, Sunnah und Tafsir. Nein, das ist für dich. Ich akzeptiere nur Koran. Ja, dann bist du keine Muslime. Also Koraniter. Zeig mir die Schrift. Sag mir, sag mir, zeig mir das. Ich habe eine Frage für dich. Das fängt doch jetzt schon mal an. Ihr geht ja gar nicht auf meine Fragen schon mal ein. Wer ist Seyd? Wer ist Seyd in Koran? Wer ist Seyd? Seyd ist der Stiefsohn. Von wo weißt du das? Das weiß ich aus den historischen Quellen. Welche historischen Quellen? Historische Quellen? Da gibt es keine historische Quellen, Safran, im Islam. Entweder nimmst du von den Hadithen oder es gibt keine historische Quellen. Dann nimm mir eine historische Quelle. Dann nimm mir bitte eine einzige. Moment mal. Historische Quellen kann ich nehmen. Oder woher soll ich denn jetzt bitte wissen, dass zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Geologen frage, Archäologen frage. Archäologen sagen, das existiert nicht. Nein, ich rede von historischen Quellen. Hippokrates zum Beispiel. Und so die ganzen von früher, die haben doch alles notiert. Da kann man doch das Leben... Dann zeig mir eine Schrift von Hippokrates oder Felisifus, dass er geschrieben hat, dass Mohammed existiert. Wenn du mir eine Schrift bringst, dann bist du ganz gut. Oder denn, wo es seit drinnen steht, in irgendeiner... Es wurde zum Beispiel eine Münze gefunden, zum Beispiel. Ein was? Es wurde eine Münze gefunden, da steht Mohammed drauf. Ja, aber weißt du, was da steht drauf? Das ist Mohammed und auf der Rückseite ist es Kreuz drauf. Komisch aber, wa? Ja, ich hab die Münze. Hier, hier, hier. Die Münze ist da. Auf Rückseite ist Kreuz und da vorne ist Mohammed. Das ist ja nicht den Mohammed gemeint. Weißt du, was heißt Mohammed auf Arabisch? Moment mal. Du hast mich gerade was gefragt. Ich hab dir geantwortet. Was machst du? Du machst meine Antwort und sagst gleich eine Gegenfrage. Nein, nein, hier, hier. Nein, weil das stimmt nicht, meine Liebe. Das stimmt nicht. Es wurde eine Münze gefunden. Weißt du es jetzt neu? Nicht mit dem Mohammed, den du meinst. Hier steht sie, guck mal. Du hast doch gerade gefragt, zeig mir eine Quelle. Ich nenne dir eine und gleich sagst du nö. Du sagst mir zu Seid. Der hat dich gefragt, hast du Seid? Dann hast du gesagt, ja, ich hab von einer Quelle, Seid. Dann hab ich dir gesagt, hol mal eine Quelle, dass Seid der Sohn, zum Beispiel Stiefsohn von Mohammed ist. Dann hast du gesagt, ich habe Quelle. Dann hab ich dir gesagt, zeig mir Quelle außer dieser Hadith. So wird das nichts. So wird das nichts. Also entweder frag mir Frage und Frage und Frage. Nee, guck mal, ihr seid hier, guck mal, wie viele ihr seid. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber wir sind ja nicht im Krieg. Wir sind ja nicht im Krieg. Ich mach's alleine und fertig. Ja, aber lass uns doch schritt für Schuttern, wenn ihr wahrhaftig seid. Lass uns doch schritt für Schuttern. Okay, okay, dann machen wir. Wir lassen dich in Ruhe. Dann machen wir mit Faxmaschinen. Noch mal mit Faxmaschinen. Sag, komm. Fangen wir an, komm. Ja Allah. Beweis mir, dass Seid historisch existiert hat. Los geht's. Achso, ich bin da. Ja, ich hab gedacht, ich hab das gar nicht gerade gesehen. Was mit Seid historisch? Ja, wie gesagt, ich nimm das aus historischen Quellen. Was ist deine historische Quelle? Alles, was ich finden kann. Was hast du gefunden? Wo steht Seid? Es gibt die Biografien. Welche Biografie? Von wem hast du geschrieben? Ibn Ishaq? Das ist keine historische Quelle. Ich nehme das einfach so erstmal hin, dass es der Friedshund ist. Wenn du die an... Solange ich es nicht besser weiß. Die Biografie zu Ibn Ishaq gehört zu Sunnah. Wenn du das akzeptierst, akzeptierst du auch. Das ist nicht Sunnah? Nein, die einzige Sunnah, die existiert, die ist im Koran. Nein, die Biografie von Ibn Ishaq gehört zu der Sunnah, zu dem Papier. Ibn Ishaq auch. Moment mal, der Prophet war der wandelnde Koran. Nein, es war der nicht. Er hat nur den Koran vorgelebt und alles, was er gemacht hat, steht im Koran. Nein, das steht alles nicht. Wer waren seine Frauen? Sag mir alle seine Frauen. Was soll ich machen? Seine Frauen. Es gibt immer noch Musik im Hintergrund, weil Leute, ich verstehe kaum. Sicario. Erzähl mir. Also auf jeden Fall das Dingens. Wer sind die Frauen von Mohammed? Was hat das mit meinem Glauben zu tun? Ja, du musst doch wissen, du hast gesagt, im Koran steht alles von Mohammed. Das steht nicht, aber wer sind die Frauen? Moment mal, nein, 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 nein. Wer ist die Frau? Guck mal, Seid steht im Koran. Wer ist die Frau, die er von Seid bekommen hat? Also erst mal musst du verstehen, dass es nichts mit den Glauben zu tun hat und dass ich weiß, dass sie Frauen sind. Doch, hat es. Achso, okay. Dann erklär du mir jetzt was. Was bringt mich jetzt in die Hölle oder Paradies, wenn ich jetzt weiß, wie die Frauen heißen? Du musst ja die Sunnah akzeptieren, du wirfst die Sunnah weg. Nein, 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 das ist ja genau der Punkt. Du willst ja nicht hören, was ich gerade sage. Du möchtest ja uns dennoch eine Frage beantworten. Ja, weil du die Sunnah nicht akzeptierst. Du mir im Gegenzug bitte jetzt, sei so fair und ehrlich. Was bringt es mir zu wissen, wenn ich weiß, wie sie alle heißen, ob ich jetzt in die Hölle oder Paradies komme? Ja, weil du, wenn du es nicht weißt, dann heißt es, du akzeptierst nicht die Sunnah und wenn du die Sunnah nicht akzeptierst, bist du eine Höllenbewohnerin. Okay, und wer sagt das? Der sagt Mohammed. Und wo steht das? In dem Koran steht auch, du musst Mohammed, du musst Allah und du musst die Leute in Autorität befolgen. Okay, nochmal, du sprichst von Thema zu Thema. Ich springe nicht von Thema zu Thema. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, zurück, zurück zur Ecke. Ja, ich renne von deinen Fragen, aber wir müssen uns systematisch. Du rennst von der Ecke weg. Ich renne? Ich versuche, auf deine Fragen einzustehen. Mit mir läuft sowas nicht. Ich werde dich auf einen Punkt bringen. In dem Koran steht, befolge Allah, Mohammed und diejenigen in Autorität. Da steht nicht Mohammed. Mit dem Prophet also, also Mohammed ist nicht der Prophet? Nein, da steht auch nicht Prophet. Siehst du, schon der zweite Fehler. Ach komm, soll ich es dir rausholen jetzt? Ja, also hol es mir raus. Wetten wir, dass da steht Rasul? Und nicht Nebi? Ja, Rasul, Rasul ist der Prophet. Komm, spiel jetzt nicht Semantik. Nein, Rasul, entschuldigen wir bitte. Rasul und Nebi sind zwei verschiedene Sachen. Spiel keine Semantik mit mir. Du nimmst den Koran, die Sunnah nicht. Also du nimmst die Sunnah nicht. Im Koran steht ganz deutlich, du musst die Sunnah des Propheten befolgen. Die Sunnah ist der Koran. Nein, ist es nicht. Doch. Wie oft betest du am Tag? Wie oft betest du? Thomas, pass auf. Wie oft betest du? Du, naja. Wie oft betest du? Komm zurück zu Sunnah. Wie oft betest du? Renn nicht weg. Wie oft betest du am Tag? Du redest die ganze Zeit von Dingen. Also ich verstehe das nicht. Ihr wollt gegen den Islam argumentieren. Ja, ich habe dich in der Ecke. Wie oft betest du am Tag? Was? Gar nicht mich in der Ecke. Du hast ja nicht mal... Ja, dann antworte meine Frage, wenn ich dich nicht mehr kann. Ich antworte die ganze Zeit, aber du lässt mich ja nicht ausreden. Okay, rede. Wie oft betest du am Tag? Yallah. Siehst du schon, die dritte, vierte Frage hinterher. Das ist die gleiche Frage. Das ist doch auch erst mal meine erste Frage. Wo steht da Nebi oder Mohammed? Ach komm, man. Rasul ist Prophet, ist Messenger, der Gesandte halt, der Messenger, der Benachrichtiger. Ach so, und wieso heißt denn Rasul... Wie oft betest du am Tag? Wieso heißt es denn Rasul Nebi? Wie oft betest du am Tag? Oh mein Gott. Also heißt Prophet und Gesandter... Komm, ich hab dich in der Ecke. Du rennst weg. Du rennst weg. Ich weiß ganz genau, was ich meine. Wie oft betest du am Tag? Wie oft betest du am Tag? Ich bete dreimal. Und jetzt? Du betest dreimal am Tag. Richtig. Nenn mir die Uhrzeiten. Es gibt keine Uhrzeiten. Wie, es gibt keine Uhrzeiten? Ja, weil es heißt... Okay, und wie wäschst du dich? Das ist keine Uhrzeiten. Und wie wäschst du dich? Ich will dir antworten, jetzt springst du schon wieder vom Thema. Da steht der Luki Shams Rasakalel. Und der Luki Shams Rasakalel ist eine Zeitspannung, keine Uhrzeit. Ja, okay, wie wäschst du dich vor dem Gebet? Na, steht auch in ganz normaler Aja. Erzähl mir. Guck doch mal, hör doch einfach zu, Baby. Okay, hör doch einfach zu und hör auf wegzurennen, weil du rennst weg und lässt mich nicht aus. Erzähl mir. Ich kann dir alles beantworten, weil alles drin ist schon. Da steht drin, dass ich erst mein Gesicht wasche. Dann soll ich meine Hände waschen bis zu den Ellbogen und dann über meinen Kopfstreifen und über meine Füße. In einer anderen Sura steht Dusch komplett und bete. Ja, das ist aber bei Junub. Wie Junub? Der Zustand des Junubs. Du bist keine Muslima, wenn nur drei Mal am Tag weht. Das ist kein Muslim, nicht mal die Schias sehen dich als Muslim. Das ist mir doch egal. Das hast du aber nicht so entscheidend. Okay, dann zeig du mir im Koran, wo steht im Koran, dass ich keine Muslima bin. Zeig mir das keine Alte. Ich würde ein bisschen gerne mit der Safran diskutieren. Kannst du mir sagen, wo wir irgendetwas falsch interpretiert haben oder vertreten haben? Ich rede nicht von den Hadithen oder von den Tarsir. Aber auch vom Koran auch. Wo haben wir da? Genau, bei Koran habt ihr gesagt, da steht Beute. Aber es steht ja nicht Beute. Das ist ja nur eine Übersetzung. Die Übersetzung ist halt ein bisschen unglücklich gewählt an einigen Stellen. Und da sollte man schon ein bisschen tiefer in die Materie rein. In Wahrheit steht da eigentlich Eigentum. Also es ist nicht mal richtig getroffen, wenn ich sage Eigentum anstelle von Beute. Aber im Sinne von beispielsweise, wenn jetzt zum Beispiel Krieg war oder irgendwas war und die Sachen sind da liegen geblieben und dann können sie es nehmen. Das ist damit gemeint. Aber nicht, die haben dann Beute ergriffen. Das hört sich alles komisch an dabei. Und Sklaven steht da auch nicht. Weil was eure rechte Hand ist, heißt nicht, dass es Sklaven sind. Das heißt von Rechts wegen, was du besitzt. Rechts wegen zum Beispiel, wenn du geheiratet hast. Also wo du vertraglich was abgemacht hast. Das ist von Rechts wegen gemeint und nicht Sklaven. Und das ist ein Fehler. Das stimmt doch gar nicht. Das heißt auf Arabisch, Ja, richtig. Heißt das damals, haben sie die ganze Sklaven, also die S-E-X Sklaven, haben sie genommen. Das ist Mulkiliamin. Weil, wo Zitat drauf ist, da sagt er zu dir zum Beispiel, Das heißt, ab heute darfst du deine Frauen nicht mehr tauschen. Früher haben sie ihre Frauen getauscht. Du darfst heute, ab heute deine Frauen nicht mehr tauschen, außer deine sechs Sklaven. Die darfst du tauschen. Und deswegen Mulkiliamin. Er sagt nicht zu denen, ihr dürft eure Frauen nicht tauschen und nur euer Geld oder was. Aber das ergibt keinen Sinn. Geh mal, lese mal richtig, meine Schwester. Das ergibt aber, ich lese doch richtig, mein Bruder. Ich lese doch richtig, mein Bruder. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Ich kann ja nichts dafür, dass die Mehrheit so beschreiben. Guck mal, du, du, das Problem ist, weißt du, was das Problem ist bei dir? Das Problem ist bei dir, du willst den Koran, ist doch schön. Ich finde es schön, das ist ein, ein Schritt vor dem Abtritt vom Islam. Guck mal, ich war auch so am Anfang an, ich bin auch Ex-Muslim. Ich habe auch am Anfang an gesagt, diese Hadith geht gar nicht mehr im Gehirn, weil, das kann ja niemals sein, Alter, was sie, die, die, die verachten sogar der Rasul mehr, als dass sie ihn als, als guter Mensch hinstellen. Verstehst du? Stimmt? So, dann habe ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein, das ist nur der Koran. Und danach habe ich recherchiert. Wann wurde der Koran geschrieben? Wie wurde der Koran geschrieben? Diese ganze Überlieferung von Koran, das kann doch nicht von Gott sein. Verstehst du? Diese verschiedenen Korane, die da gibt es, existieren. Verstehst du, wie der Koran dann entstanden, der kam erst mal mit 15 Buchstaben, dann kam er ohne Pumpchen, dann wurde der gepumptet, dann wurde der nochmal geschrieben. Was meinst du, wie oft dieser Koran, das gemacht wurde und hin und her? Wie kann das original sein? Wie geht das? Der Koran ist die Urschrift damit gemeint, die Mutterschrift, das steht auch drinnen. Die Mutterschrift. Das ist beschützt und bewahrt. Ich rede nicht von den Übersetzungen. Und ich rede auch nicht von dem Arabisch aus dem 12. Jahrhundert, das ist Hocharabisch. Und ich rede auch nicht von dem Arabisch von jetzt, das ist das Arabisch angelehnte Syrisch-Aramäisch aus dem 7. Jahrhundert, was angelehnt ist im Syrisch-Aramäischen und auf Konsonantenschrift ist. Das ist ein ganz anderes Arabisch-Kohar-Rech ist das. Und dann würden die Araber von Recherchen auch... Recherchen, ich gebe dir nur einen Tipp, guck mal, ich war in deiner Situation, deswegen sage ich dir, ich war genau in deiner Situation. Recherchen, mach mal richtig nach, meine Liebe. Recherchen, mach mal richtig nach, da wirst du schon sehen, dass ich überhaupt keinen Sinn und keinen Verstand habe, diese ganze Quatsche davon, diese ganzen Schriften. So, wer hat denn diese Koran überpumptet? Wer hat denn diese richtig, diese Punkt und Komma und da oben? Jetzt die Harikats. Harikats, nee, es gibt Punkte und Harikats, nicht nur Harikats, Punkte auch. Die Punkte und die Harikats. An-Nahu, das heißt auf Arabisch, An-Nahu, okay, wer hat das gemacht? Al-Tashkil, wa-Damma, wa-Tashkil, wa-Kasra, diese Harikats. Wer hat den gemacht? Das weiß ich, das interessiert mich nicht, das hat ja nichts mit der Urschrift zu tun. Natürlich hat er mit der Urschrift, weil der hat doch den ganzen Koran überwendet. Wenn du zum Beispiel einen Punkt oben packst oder einen Punkt unten packst, hat der Bedeutung überhaupt keine ganz andere Bedeutung, meine Liebe. Die Urschrift. Ja, dann guck doch mal, das ist die Urschrift, was verstehst du denn davon? Was verstehen die Araber selber jetzt davon? Keiner versteht was davon. Das sage ich doch gerade, das, was er gerade zeigt, ist die Urschrift, da steht kein Harikat und kein Punkt. Ja, aber du liest momentan keine Urschrift, Schwester, du verstehst immer noch nicht. Du nimmst den Koran jetzt oder liest du den Ursprung? Kannst du diese Sprache lesen? Also ich kann die nicht lesen. Ich bin sehr mächtig, also arabische Sprache bin ich wirklich sehr, sehr mächtig. Und zwar hocharabisch. Und diese Schrift kann ich nicht lesen, bei meinem Gotteswillen. Also das kann ich nicht lesen. Guck mal, wer sagt dann, dass ich das lese, so auf Deutsch? Ich arbeite mit vielen Büchern, ich arbeite mit sehr vielen Lexikern und gehe richtig in die Sprache rein. Ich nehme das sowieso nicht 1 zu 1, was da steht. Ach, okay. Wenn du diese lese, wenn du diese Worte da drüben, das steht doch nicht in Lisan und Arab, so wie der da drin steht, gerade was er dir gezeigt hat. Nein. Weißt du, wenn du ein Punkt unten machst, ein kleiner Punkt unten machst, das heißt Djemal. Djemal heißt das ein Kamel. Verstehst du? Hamel heißt das was anderes. Tragen zum Beispiel. Hamel Aschei, also er hat ihn getragen. So, wie willst du denn der hier verstehen, dass er die andere, du kannst ja gar nicht verstehen. Das geht doch gar nicht. Du kannst ja nicht von da nehmen und in Lisan und Arab einpacken. Das habe ich alles, meine Liebe, ich bin die arabische Sprache, ich habe alles versucht, glaub es mir einfach. Jeder Muslim, der einfach aus dem Islam ausgetreten ist, guck mal, jeder Muslim, der aus dem Islam ausgetreten ist, da kam immer in diesen Phasen, erstmal hat das alles verleugnet, diese ganze Hadith, diese Dings da hier. Und dann kommt mal Koranid und danach zum Schluss, wenn du dich richtig vertiefst in den Koran, dann siehst du, der Grund der Koran, wie er entstanden und alles ist, dann siehst du schon, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Es kann ja nicht von irgendwelche Gott kommen. Es gibt, also für mich, ich bin Agnostiker, also ich bin kein, ich glaube an nichts, ich bin Agnostiker, ich suche. Irgendwas existiert, aber weiß ich nicht, was es ist, verstehst du? So, bis jetzt habe ich nicht gefunden. Und deswegen sage ich dir, ich bin vertieft in dieser Materie gewesen, sehr vertieft in dieser Materie sogar, sehr, sehr vertieft. Und ich habe alles gesucht und es ist alles auf Arabisch sogar, nicht auf Deutsch oder auf Englisch oder sonst irgendwas. Und ich habe alles gelesen, wie du gesagt hast, Lisanul Arab, Al-Muhid, alles was gibt. Die ältesten Duden habe ich rausgeholt, also die ältesten Übersetzungen habe ich rausgeholt, verstehst du, was man lesen kann, verstehst du? Und deswegen, du kannst nichts, also wenn du den richtig packst, dieser Koran, es kann nicht sein, es geht einfach nicht. Der wurde so oft geschrieben. Guck mal, wenn du schon jetzt die Korane, jetzt schon mal zum Beispiel, diese Korane, was sie jetzt existieren, Hafs, Warsh, Khalaf, Kalun, da sind 39 Korane, die existieren. Und jeder Koran steht ganz anders drin, dieselbe, verschieden geschrieben. Warum lässt du mich denn jetzt nicht zu Wort? Bitte schön, bitte schön. Ja, komm, komm zu Wort. Wenn du sagst, ich sag Lisanul Arab, hast mich unterbrochen, hast jetzt die ganze Zeit geredet. Ich wollte erklären, ich nehme nicht nur Lisanul Arab, ich nehme auch Lenslexika, ich gehe auch in andere Schriften rein. So wie du gerade gesagt hast. Das Ding ist aber, die Konsonantenschrift, die du damals gabst, es war früher normal. Sogar die Hylogryphen sind auf Konsonantenschrift gewesen. Auch bei den Babyloner wurde auf Konsonantenschrift geschrieben. Das war Gang und Gebe. Nichtsdestotrotz haben sie es auswendig unter anderem gelernt. Und es gibt Dialekte. Guck mal, in Dort-Deutschland wird anders gesprochen, zum Beispiel in Osten sagt man ich. Aber im Hochdeutschen sagt man ich. Und es ist normal, dass dann einige Sachen, die du gerade sagst, hafs, harsch. Ich weiß, dass es so viele Auslegungen davon gibt, aber der Sinn ist immer noch identisch und ähnlich. Und es steht auch ganz klar drin, die Urschrift. Was du sagst, du glaubst dich daran und du hast es alles durch. Das ist dein Empfinden, was du letztendlich geschlossen hast. Das heißt aber nicht, dass es dann letztendlich bei mir das Gleiche sein muss. Jeder kriegt seine Rechtleitung auf diesem Wege oder so. Es hängt ja auch von dir ab, wie du hinterher bist. Ob du zweifelst, nicht zweifelst. Und du darfst eine Sache nicht vergessen. Der Koran beginnt womit? Auch außer mit Fatiha heißt es bei Bakara. Dieser Koran ist für die Gläubigen. Darum geht es. Es geht um die Gläubigen und nicht für diejenigen, die zweifeln oder sonst dergleichen. Eine Rechtleitung für die Gläubigen. Kann ich nicht was dazu sagen? Okay. Ich kann jetzt den Namen nicht aussprechen. Safran oder Safin oder sehr sehr viel Safran. Wie das Gewürz? Safran. Kennt ihr das Gewürz? Safran. Ja, kenne ich. Ich kenne das sehr gut. Safran. Das Rote quasi so rötlich mäßig. Weißt du, egal. Safran, ich wollte kurz was du sagen zu der Schrift. Und guck mal, da du halt auch nicht an Hadith, nicht an Tafsir glaubst, aber anders kannst du deine Schrift nicht beweisen, dass es halt arabisch schon immer war. Guck mal, ich liese dir eine Geschichte hier. Nicht eigentlich, sondern zwei, drei Sätze. Und ich habe mehrere Bücher. Du sagst, du kennst dich mit Büchern aus. Und hier durch die Professoren, ob das jetzt Deutsche oder Engländer oder Amerikaner, sind alle quasi im Grunde ein Wort. Ein paar Wörter sind im Unterschied, aber es sind alle quasi in der gleichen Rechtleitung. Was die da sagen, ist auf jeden Fall identisch miteinander. Die vergleichen sich alle so ähnlich. Ich zeige dir das kurz einmal, damit du mir auch ein bisschen glaubst, was ich da sage. Sekunde. Mach mal kurz, oder? Ich glaub dir, was du sagst. Das hängt immer nur von der Interpretation letzten Endes ab. Genau, genau. Guck mal. Dieses Buch ist, was ich habe, das ist ja die Schrift, die vorher auf Alt-Aramisch geschrubt wurde, die in Arabischen rübergetragen wurde. Das ist ja nicht. Das arabische Weyerhand, kennst du dieses Buch, ne? Du kennst diesen Schreiber vielleicht auch, ne? So. Dieses Buch sagt, äh, auch, ich hab auch was im Handy, zeige ich dir auch. Hier sagt der, äh, sagt der Buch, oder die Bücher, mehrere Bücher sagen, dass das arabische Schrift überhaupt nicht gab's. Das war, er hat alles aramäische, eckiges Schrift, wie der Al-Tabari sagt. Guck mal, der Tabari sagt, die Christe, die Erikete der Norden, die auf den arabischen Halbisten gab, ist eine andere Schrift, die im Norden Westarabien weit verbreitet war, nämlich das nabaterische Euschienen, zwei Formen, ein mit quadratischen Buchstaben und gemacht, und der andere ist natürlich hier erzählt, das ist von den aramäisch, also nabaterisch und aramäisch, ist das Gleiche. Das erzählt Eben Abbas. Eben Abbas ist der leibliche Cousin von Mohammed. Hier sagt er, erzählt er das. Die hatten keine Schrift gehabt, und da sind drei Männer gekommen, mit der Schrift, die das aramäische, ins arabische quasi immer wieder reingeschrieben hat. Hier sagt der Buch, er sagt, guck mal, Tabari sagt, du kennst den, der erste, der den Koran quasi als Tafsir, Tafsir gegeben hat und übersetzt hat, ist der Tabari. Tabari sagt, von den Bemessungszahlen, 100% gehen aus, der Anteil derjenigen, also der auf das 5% ist äthiopisch, 10% ist hebräisch, 10% ist natürlich romanisch, 5% ist persisch, 70% ist syrisch-aramisch. Und hier, wie der Tabari sagt, er sagt, die hatten eine eckige Schriftweise. Dann gibt es einen anderen Zeilen, wo er sagt, das arabische, der Tabari sagt hier, die haben gar keine Schrift gehabt, die haben das alles von den Aramäern, von den Christen übernommen, aber die hatten zu wenig Buchstaben, die waren gezwungen, 5 bis 10 anschließend diese Punkte, die du sagst, Al-Harakat, Al-Sau'at, Al-Tahrikat, die da drinne kommen, die mussten die halt von den Aramäischen übernehmen. Und deswegen gibt es Wörter, Beispiel, Beispiel, Al-Sirat, das ist ja ein aramisches, bei euch, der gerade Weg, aber es ist ein aramisches Wort, das heißt, der gerade Weg ist, das ist ein aramisches Wort. Und hat der Koran, ist ein aramisches Wort. Ich kann dir zu 70 bis 150, sorry, bis 150 Wörter, die im Koran sind, quasi auf aramisch, alles geschrieben sind. Du verstehst die Bedeutung, das versteht nur ein Theologe, der das geschrieben hat. Das heißt, es wurde alles von den Aramäern. Deswegen habt ihr auch so viele Wörter. Im Nachhinein, wurde es natürlich von der Ben Affan, immer wieder schön zusammengeschrieben. Man sagt auch laut dem Buch, sagt er, bis zum 11. Jahrhundert, wurde der Koran immer wieder reingeschrieben. Und immer wieder, ich zeige dir warum. Ich kenne doch das Buch. Ich kenne es, ich habe es doch gesagt. Naja, da ich sage dir was anderes. Warte mal, Schwester, ich zeige dir ein anderes, warum ich das sage. Da gab es so viele Schreibfehler und die haben das immer auf Liederhäute und sowas geschrieben. Das war eine Tinte quasi. Diese Tinte wurde verschworen. Die wurde hart aufgelöst und die haben immer wieder nachgeschrieben. Hier habe ich ein anderes Buch. Guck mal, es ist ein anderes Buch. Ich muss wieder von der Professor. Diese Bücher, die im Plural sind, weißt du, wo das herkommt? Wo das alles quasi aufgenommen wurde? Das ist dieses Buch, was bei euch in Istanbul, dieser einen Meter hohen Buch und einen Meter breit. Und davon wurde mit der türkische, pass auf, türkische Kulturministerium und türkische, quasi für Lehre und Sprache fotografiert und geschrieben. Und so steht das drinnen. Und hier seht mal, wir die wieder immer wieder reingeschrieben haben. Das heißt, der Koran, er wurde bis zum 11.100 immer wieder reingeschrieben. Und hier sind die ganzen Schriften. Und dieser Buch ist dieser dicke Buch, was ich dir gesagt habe. Im Nachhinein, 1924, haben die die Koran im Allah-Sahm-Moschee quasi zusammengefasst. Und daraus haben die 2, 3 Bücher rausgebracht. Der Al-Hafs-Buch, den ihr jetzt liest im Koran, er wurde 1924 quasi von den Profes, ich sage von den Imamen, Abbasar Moschee zusammengepackt. Die haben sämtliche Bücher genommen und daraus ein Buch. Deswegen dieses Buch, was du da liest, das ist ein Buch der Verfälschung, laut den Büchern. Weil ihr habt ja hier, sagen wir doch die anderen Professoren, die Wissenschaftler. So, wie gesagt, das ist ein Buch, der halt fotografiert wurde und halt sind ja die Isharat und die geschriebene Wörter, die halt, guck mal hier, wie das aufgelöst wird, die haben immer wieder reingeschrieben, neue Wörter, verstehst du? Und irgendwann kam die halt, das sind ja auch eine Sohre, da sind ja Sohren, die halt die frühe Wahl. Guck mal, zum Beispiel so, ich zeig dir eine Sohre, zum Beispiel, die Sohre hier, 227. Es ist zusätzlich gekommen. Natürlich, das kann man nur, wenn man Arabisch auch perfekt, wie der Citario, der spricht da perfekt Arabisch, kann man es lesen. Vorher war das so, die haben das halt anschließend so geschrieben, eingefügt, ist hier Unterschied. Deswegen habt ihr auch so viele Fehler in dem Koran und dieses Koran, den du liest, meine Liebe, der ist 1924 geschrieben worden und da sind wirklich so viele Fehler. Ich konnte dir gleich zwei, drei andere suchen, wie der sich da widerspricht, aber der kann Bruder Adam was dazu sagen. oder du kannst was dazu sagen, was ich da gesagt habe. Guck mal, du redest die ganze Zeit von der Schrift und die Schriften kannst du gar nicht eins zu eins so nehmen, weil ich könnte jetzt viele Beispiele nehmen, alleine schon, wenn ich jetzt beispielsweise sage, die Bibel, die ist ja auch auf Griechisch. Ich meine, erst 300 Jahre später die erste Schrift zusammengefasst worden und davor, wieso nicht auf Hebräisch zum Beispiel. Ich meine, verstehst du, was ich meine? Ich habe dich jetzt gerade ausreden lassen. Aber du musst ja schon die Wahrheit sagen. Ja, aber du doch genauso. Trotzdem muss man doch ausreden lassen. Nein, ich habe dir das bewiesen. Ich habe dir bewiesen, wenn du mir sagst, die Bibel ist im dritten Jahrhundert geschrieben, ich kann dir beweisen, dass es halt im siebten Jahrhundert vor Jesus... Warum lese ich das doch überhaupt gar nicht? Du versuchst mir doch gerade was zu sagen. Und ich will dir jetzt auch was sagen. So läuft Kommunikation ab, aber Kommunikation ist nicht, es ist ja nur ein Monolog, was du hier führst. Lass uns doch mal ausreden. Du hast... Guck mal, genau das Gleiche mit der Schrift, mit der Bibel, kann man genauso sagen. Man kann so nicht machen. Ich kann nicht von jemandem, der was schreibt, sagen, oh ja, was er jetzt schreibt, ist dingfest. Inahara, diese eine Gruppe, diese ganzen hier Weltreligionen, was da entstanden ist, das sind auch Bücher, die mich interessieren. Ich beschäftige mich mit der Theorie. Das Ding ist aber nur, sie berufen sich auch auf bestimmte punktuelle Wahrheiten. Ich kann doch nicht nur eine Seite nehmen. Das ist das Gleiche, wenn man mir jemand erzählen würde, glaubt nur an die Schulmedizin. Wir wissen aber in Wahrheit, obwohl die Krankenkasse es nicht annimmt, dass die Naturmedizin genauso erfolgreich ist. Es ist immer was, wo man in Gleichgewicht kommen muss, in die Mitte. Verstehst du? Und genauso ist es auch bei den Schriften. Ich kann nicht sagen, weil jetzt zum Beispiel er, ich habe auch gesagt, am Anfang, syrisch-aramäisch angelehnt. Ganz am Anfang, das ist im siebten Jahrhundert. Das Ding ist aber, ich kann nicht sagen, nur weil ich ein Wissen von XY nehme, das ABC falsch liegt. Wir müssen schon ehrlich sein und alles zusammennehmen auf einen Nenner. Versteht ihr, was ich meine? Es wird immer Pro und Contra geben. Aber was ist die Wahrheit? Das wissen wir ja nicht. Deswegen ist es unsere Aufgabe, danach zu suchen und zu recherchieren. Und ich kann nicht eine Aussage von jemandem nehmen, der das macht, ist nah. In Todmehrleid ist es so. Also ich zumindest von meinem Teil macht es nicht so. Du, ja okay. Du kannst die Schrift, deine Schrift, weil du auch alles hier sagst, ich nehme das dich an, die Tafasir, die Geschichte. Du kannst deine Schrift nicht nachrecherchieren, indem du halt diese Bücher nicht nimmst, weil du nimmst das nicht an. Wenn ich dir Beispiel viele Hadithe erzähle oder viele Tafasir hier zeige, dann sagst du auch, da sind ja die Hadithe, die glaube ich nicht dran. Deswegen kannst du gar nicht recherchieren. Aber die Hadithe und die Tafasir bezeugen, bezeugen, dass der Islam quasi, er sei denn mit der Schrift, er sei denn mit der Eroberung, er sei denn mit der Schlachtel, er sei denn alles etc. bis jetzt. Heilen sind das halt durch die Bezeugnis der Belege, die wir lesen. Und das ist Fakt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht annehme. Ich habe gesagt, sie nehme ich nicht als religiöse Quelle. Das heißt, ich setze sie nicht über den Koran. Ich habe gesagt, die Tafsire und auch die Hadithe werde ich historisch sowohl auch als Weisheit, wenn ich von zum Beispiel Paracelsus nehmen kann, dass er sagt, die Dosis macht das Gift. Paracelsus. Ist eine Weisheit für mich, nehme ich an. Und wenn der Prophet sagt, wenn ihr jemanden kritisiert, bevor ihr jemanden kritisiert, vier gute Dinge sagen sollt, bevor ihr ihn zum Beispiel kritisiert, dann nehme ich das auch als Weisheit an. Wo ist das Problem? Okay, okay. Der Bruder Adam kann dir was sagen. Ich wollte gleich auf drei Suren zurückkommen, aber ich will ja nicht hier die ganze Zeit alleine sprechen. Der Bruder Adam kann noch was dazu sagen. Vielleicht hat er einen... Ja, lieber Safran, ich meine, du richtest dich ausschließlich nach dem Koran. Es ist zwar nicht legitim, aber auch das können wir annehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann müsstest du ja uns eigentlich den Koran dann erklären. Zum Beispiel in der Sura 24 zum Beispiel, Vers 33. Kannst du uns den Koran aufschlagen? Was steht da? Kannst du uns das erklären? Moment, ich muss erst mal wissen, worum es dabei überhaupt geht. 24. Ich versuche es, ich kann nicht jeder. Auf was liest du den Koran? Also so, wenn ich lese, so erstmal für mich allgemein, auf Deutsch, Bubenheim. Okay. Und sonst? Kannst du türkisch? Kannst du türkisch? Biraz. Okay. Ja, bist du türkisch oder nicht? Ja, ja, unter anderem. Schon. Was heißt das jetzt unter anderem? Klär uns auf. Ich bin Mischling. Ich habe halt verschiedene Elternteile, unterschiedliche Nationalitäten. Okay. Also türkisch und? Deutsch. Ah, korrekt. Also 24, 33. Ich lese das einfach mal vor, worum es erstmal dabei geht. Mhm. Diejenigen, die keine Möglichkeit haben, zum Heiraten finden, sollen keusch bleiben, bis Allah sie durch ihre Huld reich macht. Und diejenigen von denen, die eure rechte Hand besitzt, die einen Freibrief begehren, sollt ihr einen Freibrief ausstellen. Wenn ihr an ihnen etwas Gutes wisst, und gebt ihnen etwas vom Besitz Allahs, den er euch gegeben hat. Und zwingt nicht eure Sklaveninnen, wo sie ehrbar sein sollen, zur Hurerei oder nach Trachten, nach Glücksgütern des diesseitigen Lebens. Wenn aber einer, die sie dazu zwingt, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, allvergebend und barmherzig. So. Was ist die Frage? Du bist eine Deutsche, sagen wir mal. Was besagt denn hier dieser Vers über denjenigen Frauen, über den Sklavinnen? Und zum Schluss sagt er, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, allvergebend und barmherzig. Was wird damit gemeint? Diejenigen, die keine Heirat finden sollen, keusch bleiben. In erster Linie geht es darum, dass sie auf jeden Fall warten sollen, bis sie geheiratet sind. Also heiraten nicht, dass sie den Geschlechtsakt ausüben sollen. Ja, ja, richtig, Safran. Aber jetzt gehen wir zum Schluss. So ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, allvergebend und barmherzig. Ja, wenn sie dazu gezwungen worden sind, zum Beispiel ein Mann hat sie jetzt zum Beispiel erniedrigt und hat sie zur Prostitution gezwungen und dass sie um ein Leben fürchtet, dann ist er natürlich allvergebend und barmherzig. Klar. Oder kann jemand was dafür, wenn man gezwungen wird? Also ist Hurerei eigentlich erlaubt? Im Klartext. Nein. Doch, die Männer, schau her, die Männer können die Frauen zu Hurerei zwingen und er verzeiht Ihnen. Ja, wenn du das so nimmst, dann ist es so. Aber weißt du, das Ding ist einfach nur, wenn du eine Gebrauchsanweisung hast und nimmst nur einen Teil, wo du deinen Fernseher bedienen sollst und programmieren sollst, dass du nur zum Beispiel A bis Z hast und du nimmst jetzt nur A, B, dann ist es klar, dass du danach keine Programmierung in deinem Fernsehen hast. Du musst erst mal alles durchlesen. Das heißt, es heißt ja auch, Stück für Stück ist er gekommen und wir sollen ihn vollständig nehmen und das darf kein Widerspruch sein. So ist es in jeder Schrift. Egal in welcher Schrift, ob es Tora ist, ob es Evangelium ist oder Koran. Safran, erklär uns diesen Vers bitte noch einmal. Also ich verstehe den Sohn. Zum Schluss sagt er, also so ist Allah, also wenn aber einer sie dazu zwingt, einer sie dazu zwingt, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, allvergeben und barmherzig. Ich verstehe das so, dass diese Männer Hurerei betreiben können und Allah verteidt ihnen. Nein. Ja, okay, das sage ich ja. Letztendlich ist es ja eine Interpretationssache. Aber wie verstehst du das? Ja, sagte ich doch schon bereits. Das heißt für mich, außer mit Ausnahmen, also im Prinzip sollen sie keusch bleiben, es sei denn, sie wurden gezwungen und wenn sie gezwungen wurden, dafür können sie nichts, dann wird Allah ihnen natürlich vergeben. Aber unser Maßstab ist, keusch zu bleiben. Deswegen beginnt ja auch die Aja so, man soll keusch bleiben. Es sei denn, man wurde gezwungen, dann wird er uns dafür nicht der Sünde anklagen, weil nämlich Unzucht wird mit 50 bis 100 Teitschenheben bestraft. Wir reden hier nicht über die Unzucht. Kann ich dir was vorlesen kurz? Ich lese dir nur ein Hadith, die hier nur ein Hadith, aber die glaubt er nicht dran. Aber sie sollst du einmal hören? Sie glaubt nicht an, sie glaubt nicht an Hadith. Ja, aber guck mal, was hier gesagt wird. Guck mal, das ist ein Bukhari. Guck mal, ich habe gehört, wie eben Abbas, das ist der Cousin von Mohammed, ein Urteil fiel, als er nach der Mut'ah, Mut'ah, weißt du was das ist? Diese Zeit er mit den Frauen gebracht wurde und er erlaubte es. Nikah. Nikah bedeutet, hat es sie Ex mit Frauen. Also Nikah. Daraufhin sagte eine, seine freilassene Sklaven zu ihm. Das ist nur, das ist nur dann der Fall, wenn es sehr dringend nötig ist und es kaum Frauen gibt. Daraufhin sagt er, bin Abbas ja. Also er hat das erlaubt, mit der Sklaven, das ist ja zu der Suche, was wir jetzt gerade gelesen haben, dass es quasi gelassen wurde. Also das Frauen, versklavte Frauen, quasi mit den machen, buchte, was man will. Das wollte ich mal nur kurz nennen. Ich habe noch andere Sachen, aber ich will nicht so weit gehen. Schrecklich. Schrecklich. Ich begrüsse dich zu diesem Thema, warte mal, zu diesem Thema will ich auch nicht sagen. Also steht, das ist in Deutsch falsch übersetzt. Ganz kurz, Jungs. Also da ist falsch übersetzt. Auf Türkisch steht so, falls die Frauen gesungen werden zur Prostitution, wird Allah die Frauen verzeihen. Aber der Zuhälter hat er gar nichts. Keine Strafe, nichts. Die Männer sind die Zuhälter. Aber Gott wird die Frauen verzeihen. Also da gibt es keine Strafe vor den Zuhälter, obwohl diese Frauen zwingt. So haben wir es auch. Du kannst es gleich auf Türkisch präsentieren. Du grüßt erst mal den Bruder Hudhud. Der kennt das auch alles. Ich grüße dich, Bruder. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Dieser Vers ist sehr fraglich in arabischer Sprache, weil nach diesem Vers, man kann einfach ein Bordell aufmachen und ist es halal. In diesem Vers gibt es drei Anweisungen. Aber es gibt eine vierte Anweisung, die rein versteckt. Die erste Anweisung, es gibt die Frauen, die finden keine Heirat. Also sie heiraten nicht. Sie müssen warten, bis Allah irgendwann ihre Probleme löst. Das sind die erste Gruppe von Frauen. Die zweite Gruppe von Frauen sind die Sklaven, die wollten ihre Freiheit kaufen. Allah sagt, wenn eine Sklaven ihre Freiheit kaufen will, dann bitte erlaube sie das und gibt ihr auch Geld dazu. Das heißt, rechnet mit ihr gut ab. Das heißt, wie viel hast du gearbeitet, so viel hast du verdient, dann bekommst du 20% davon und so. Also richtig so abrechnen mit ihr. So, die dritte Gruppe, die dritte Gruppe, die Frauen, die wollen nicht mehr arbeiten. Ja? Diese Frauen, sie wurden gezwungen zur Präzision. Ja? So, jetzt, was sagt Allah? Allah gibt eine Empfehlung. Er sagt, wenn solche Frauen kommen und er sagt, er zwingt ihnen nicht zu diesem Tag. Aber trotzdem, wenn er das tut, das heißt, ein Mann sagt, nein, du musst weiter auf Striche gehen. Mir ist egal, ich will Geld verdienen. Wenn du das trotzdem tut, dann Allah ist der Barmherzigkeit und er verzeiht das. Er verzeiht diese Aktion. Aber jetzt kommt die vierte versteckte Gruppe. Und da sind die, die wollen das tun. Ja? Was, wenn eine Frau mit ihrem Herrn will das machen? Das heißt, sie will arbeiten. Was passiert im Islam? Laut dieser Vers, es ist okay, da ist kein Problem und kein Streit und alles klar vor Allah. es gibt keine Probleme laut Islam. Das heißt, wenn eine Frau, eine Sklaven oder seine Tochter, seine Ehefrau und so sagt, ich gehe jetzt auf Strich, mein Herr, mein Papa, mein Vater oder sowas, ich gehe jetzt Geld verdienen und er sagt, okay, ich habe kein Problem, dann Allah hat auch damit keine Probleme. Versteht ihr? Weil du musst genau das Gegenteil jetzt, wenn ich dir sage, wenn du Alkohol trinkst, du landest in der Höhle. Das heißt, das Gegenteil, wenn du kein Alkohol trinkst, du landest nicht in der Höhle. Dann steht nicht Alkohol. Ich sage ein Beispiel. Jetzt Allah sagt, wenn du die Frau zwingst zur Protektion, Allah verzeiht ihr. Ja? Und verzeiht euch, ja? Aber wenn ich sie nicht zwinge und sie geht, sie will freiwillig gehen, was machen wir? Nichts. Nein, 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 nein. Unzucht ist ganz klar verboten. Wenn es aber, das ist ja, musst du jetzt auch so verstehen, es ist das Gleiche, wenn ich dir sage, ey, pass auf, du bist jetzt auf der Arbeit, ich bin jetzt dein Arbeitgeber und sage dir, ey, du sollst die Regale aufstappeln, so wie ich dir das gesagt habe. Und lass gar nichts runterfallen. Ist klar, sonst haftet ihr mit der Versicherung und so und solche Dinge. Dann bin ich auch sauer auf dich. Kündigung. Aber dann auf einmal ist dir versehentlich runtergefallen. Dann sage ich, okay, wenn es dir versehentlich passiert ist, dann kann ich das darüber noch hinwegsehen. Ist es jetzt ein Umkehrschluss für dich doch erlaubt, dass du was mit Absicht was kaputt machen kannst? Nein, nein. Dieser Beispiel ist falsch. In diesem Vers geht sowieso um Verkauf, also Sexverkauf. Nein, du redest dann konstant hier, wo ist diese? 34. 33, ja, 24, 33. Was wichtig ist? Die letzten drei Zeilen, weil die erste, zwei ist schon gelöst. Das ist kein Problem. Also das ist kein Problem, dass man Sklaven hat und sie wollen ihre Freiheit kaufen. Das heißt, man nimmt Geld. Das ist kein Problem. Das heißt, ob das Sklaven steht. Das steht da drin. Was heißt, wie heißt das? Was eurer rechte Hand besitzt? Malekat Aymanikum. Melkel Yamin ist Sklaven. Und wenn sie vor dich ein Kind gebeten, wer ist das? Sicario? Allah, Herr, Bruder. Ich habe schon mit ihr vorhin gesagt, aber Malekat Aymanikum, la adol ghraat mujudin. Das ist eine, zum Beispiel, guck mal, Malekat Aymanikum ist Sklaven, ja? So, wenn der Herr mit ihr Geschlechtsverkehrsmarkt und die Sklaven gebärt ihm ein Kind, dann ist sie nicht mehr Malekat Aymanikum, sie heißt Amma. Verstehst du? Sie heißt Amma jetzt, ja? Und diese Malekat Aymanikum ist wie Ware von dem Mann. Er kann sie verkaufen und kaufen. Das heißt, im Islam, also im Scharia, du kannst zum Beispiel Sklaven kaufen und sie irgendwo einbringen und lässt sie sich vermehren. Und du kannst ihre Kinder so, ihre Produktion weiterverkaufen. Das kannst du Sklavenfarm machen, zum Beispiel. Das ist auch so. Man schaut auch die Schriften, mit deren Kinder auch heiraten, quasi, von Sklaven. Nein, nein, das stimmt nicht. Kinder hat man nicht heiraten. Guck mal, das ist... Doch, 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 doch. Nein, nein, nein. Was ist, guck mal, was ist, wenn man eine Frau, eine Sklaven, Nackentherapie macht, ja? Was ist die Strafe in Islam? Nackentherapie? Du meinst, ich habe Nackenschlagen, meinst du dieser? Ja, wenn sie, äh, äh, so auf... Wenn er sie tötet, zum Beispiel. Naja, töten nicht, es ist ja, wenn man sie niederschlägt, sozusagen, im Sinne von, dass sie bewusstlos werden, weil, was passiert dann, wenn du jemanden auf den Nacken schlägst, du wirst bewusstlos. Nein, 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 was passiert, wenn ich jetzt... Nein, er meinte, wenn er tot ist, wenn du einen Sklaven tötest. Ja, was ist die Strafe? Wenn ich jemanden töte? Ja, was ist die Strafe, deine Strafe? Du bist ein freier Mensch und du hast eine Sklaven, deine Sklaven oder Sklaven von jemand anderem getötet. Nein, man muss von Rechenschaft geflogen werden, das gleiche. Nein, ich rede über Scharia, nicht über... Scharia ist der Koran. Ja, was ist deine Strafe? Meine Strafe? Ach, Strafe. Nee, habe ich doch gesagt. Also, Enser hat wegen Geld aussündungen lassen oder die Todesstrafe kann derjenige... Es kommt ja auch darauf an, ob ich mit Absicht gemacht habe. Nein, also laut Koran, Verse 273, nein, keine Todesstrafe, aber Geld. Was von Geld bezahlst du? Natürlich, wenn ihr zum Beispiel einer von meiner Familie umgebracht wird, dann kann ich die Todesstrafe für jemanden verlangen. Meine Liebe, du hast die Frage nicht verstanden. Er hat zu dir gesagt, wenn du ein freier Mensch bist und du tötest eine Sklave, also du bist frei, du bist ein freier Mensch, du bist der Herr, du hast Sklaven. Und du hast eine Sklave getötet von... Dein Nachbar hat auch Sklaven und du hast seine Sklave getötet, ja? Was ist denn deine Strafe? Ja, aber... Nicht bei dir und deiner Familie. Wir reden von einem Sklaven. Es spielt doch gar keine Rolle, ob ein Sklaven... Natürlich spielt eine Rolle im Islam. Natürlich spielt eine Riesenrolle im Islam. Nee, im Koran steht ganz klar, wenn du einen Menschen tötest, ist es so, als wenn du die ganze Menschheit tötest. Ja, nein, das stimmt aber nicht. Das ist dieser Fers Geld für Bani Israel. Erstmal das. Da ist eine zweite Sache, es gibt ein Fers im Koran. Komma, es gibt ein Fers, sagt er zu dir. Al-Hurru bil-Hur, wal-Abdu bil-Abdu wal-Maratu bil-Maratu bil-Maratu. Hast du verstanden? Nein. Was machen wir denn damit? Was machen wir denn damit? Hudhud, erklär ihr bitte. Was heißt denn Al-Hurru bil-Hur, wal-Abdu bil-Abdu wal-Maratu bil-Maratu bil-Maratu. Erklär ihr das bitte. Auge um Auge. Komma, komma, Safran, komm, ich erklär dir. Aber ihr lässt mich da gar nicht ausreden. Safran, hat jemand mich gestummt gerade? Es hat er eh schon. Ja, ich habe dich geflogen. Alles gut. Das steht doch selber Sklave für Sklave, Frau für Frau, Mann für Mann. Das steht in Wiedervergeltung für den Toten. Hudhud, du bist wieder gestummt. Ja, es ist wieder gestummt, oder? Komma, es gibt eine Wiedervergeltung für den Toten, frei für frei, Sklave für Sklave und Frau für Frau. Das heißt, wenn ich als Mann die Frau von meinem Kollegen töte, meine Frau wird getötet, nicht ich. Und wenn ich die Sklave von jemandem töte, meine Sklave wird getötet. Ja, Tamam, das ist aber dein, das ist nicht mein Verständnis. Und wenn ich einen Mann töte, dann werde ich getötet. Ja, Tamam, aber das ist doch dein Verständnis, das ist nicht mein Verständnis. Wenn du es so verstehst, dann ist es das so. Ich lese es nicht mehr heraus, was du sagst. Safran, das ist nicht unser Verständnis. Das ist der Gesetz im Islam. Das ist nicht unser Verständnis und nicht dein Verständnis. Es gibt Gesetze, zum Beispiel, wenn du in Deutschland lebst und du bist über die rote Ampel gelaufen, da gibt es eine Strafe. Es gibt 15 Euro Strafe. Ob du das bist oder dein Vater ist oder deine Mutter ist, diese 15 Euro musst du bezahlen. Und im Islam gibt es diese Scharia. Diese Scharia, es ist der Gesetz, lass mich ganz kurz erklären. Diese Scharia im Islam, ob du willst oder willst du nicht, du musst sie annehmen, weil es ist eine Scharia für den Islam. Das heißt nicht, dass du das interpretierst, wie du willst. Das ist einfach Scharia. Er sagt hier, Also du kannst nicht interpretieren, wie du willst. Das ist ein Gesetz, meine Liebe. Ich verstehe euch, wie man die Scharia, was du gerade sagst, so auslegt, dass du das so machst und kopierst von den anderen. Da steht das nicht drin. Das gibt es doch gar nicht. Lass mir doch jetzt nicht unterstellen, wie ich es in der Vorstellung habe. Das steht doch drin, meine Liebe. Das steht doch drin. Ich erkläre dir doch gerade, ich habe dir doch ein Vers gelesen. Es ist nicht von meinem Vater geholt, diese Vers. Holt, holt, bitte übernehmen du mal. Darum geht es doch gar nicht. Es gibt doch keine Rolle. Guck mal, guck mal. Nein, du musst wissen, im Islam, es gibt dieses Strafgesetz und es gibt, sagen wir, so normales Gesetz. Das heißt, sagen wir, wenn du Geld spendest, was Allah dir gibt, und so, du bist der Gewinner und so. Und es gibt aber Gesetze für Strafe. Das heißt, Kassas. Ich verabschiede mich, ich gehe jetzt mal runter, Leute. Ich weiß, wie ich das mache. Aber ihr versucht, dir was zu erzählen, was die Masse... Ja, ja, warte, warte. Thomas, das Gleiche, was du mir erzählen wolltest, die Erde ist flach. Obwohl ich ganz genau weiß, zum Beispiel, nein, die ist nicht flach, die ist rund. Genau das Gleiche, weil die Mehrheit der Erde ist flach. Ja, ja, jetzt, Moment, ich will nur bis Ende führen, diese Punkte, ja. So, jetzt vor dem Strafgesetz, zum Beispiel, in Deutschland steht, vor dem Gesetz, alle Menschen sind die gleich, ja? Ja, okay? Kennst du diesen Satz, ja? Alle Menschen vor dem Gesetz sind die gleich. Menschen werden unantastbar. Nein, nein, diese Strafe, ja, also vor dem Gesetz stehen alle Menschen gleich. So steht diese in Paragraph 2, glaube ich, oder sowas. Ja, aber im Islam steht, vor dem Gesetz sind die drei Arten von Menschen. Es gibt die Freien, die Sklaven und die Frauen. Verstehst du? So, jetzt, wenn du zum Beispiel eine Straftat beziehst, dann kommst du zu diesem islamischen Gericht. Dann erste Frage, bist du Muslim oder Mujrim, also kriminell? Das heißt, nein, ich bin Muslim, weil die Menschen, die so glauben, sind die zwei Gruppe. Die Muslims und die Kriminellen. Alle anderen sind die Kriminellen. Du sagst, nein, ich bin Muslim. Okay, du bist freier Muslim oder Sklaven? Es gibt auch Sklaven, die Muslim sind, ne? Oder du bist eine Frau. Dann du sagst, ja, ich bin ein Muslim, freier Muslim, ne? Ich bin keine Frau und keine Sklaven. Okay, dann gilt dir hier ein Strafgesetz. Was hast du getan? Ja, ich habe den Sklaven von meinem Nachbar zum Beispiel umgebracht. Dann was sagt dir der Richter? Dann du gehst bitte zum Sklavenmarkt, kaufst du einen Sklaven und gibst du ihm als Ersatz. Oder er kann ihn toten. Oder er kann ihn einfach nehmen als Ersatz. Weil das ist wie Ware, ne? Ja, oder zum Beispiel du sagst, ja, aber meine Frau hat eine, sagen wir, eine Sklaven getotet. Ja, dann du gehst, kaufst eine Sklaven statt deiner Frau und gibst du ihm. Und so ist das. Also umtauschen, ne? Und genau so ist das im Scharia-Gesetz. Du musst das so vorstellen. Das war so früher. Ich verstehe, was du meinst. Ich kenne das alles. Ich bin so groß geworden. Ich bin muslimisch auf die Welt gekommen. Ich bin auch so groß. Mein Vater ist Hoja. Ich kenne das alles. Das Ding ist einfach nur, es steht da nicht so drin. Das versuche ich ja klar zu machen. Wenn die Leute das so verstehen, wenn du es so verstehst, dafür kann ich nichts. Mann, Alter. Ich sehe es, ich lese es nicht heraus. Okay, machen wir den Vers zusammen. Willst du es zusammen lesen? Ich habe die ganze Zeit nicht ausreden lassen. Ich möchte jetzt auch ausreden. So, ich lese es nicht heraus. Und es gibt auch Leute, Professoren, die es auch nicht so rauslesen. Was machen wir denn jetzt? Haben die recht oder haben wir jetzt recht? Was soll ich, was kann ich, Stefan? Nein, die haben kein Recht. Sie haben keine Ahnung. Sie erzählen irgendwelche Geschichten, weil sie wollen, diese Islam nicht wahrhaben. Das ist das Problem im Islam. Das ist das Problem. Es gibt ein Vers, es steht ein Vers. Wie kannst du den Vers, du sagst doch, du bist Koraniter. Nimmst du den Vers, wie der geschrieben ist oder nicht? 278, also Surah 2, Al-Baqarah, 178. Ist deutlich und klar. Du kannst nicht, also egal wie man es definiert. Jetzt lenkst du auch den Koran ab oder was? Also ich verstehe dich nicht. Ja, klar. Also nur weil ich, was soll ich denn? Es ist doch ein Surah vom Koran, ist kein Tafsir, kein Hadith, meine Liebe. Da ist kein Tafsir und kein Hadith. Es ist eine Surah, er sagt, die Al-Hurru bin-Hurr. Also wie willst du den verstehen? Egal wie du die rumdrehst oder rum. Verstehe mich dann hier die ganze Zeit von der Seite an. Was soll denn das? Das ist deine Meinung, meine Meinung. Was ist denn das? Ganz kurz, ganz kurz, darf ich ein bisschen dazwischenreden, liebe Leute? Tun wir uns ein bisschen beruhigen. Schau mal her, liebe Safran, ich habe ein bisschen euch zugehört. Du sagst, da gibt es Professoren, die verstehen es anders. Also wenn du dich dann nach den Professoren richten solltest, dann stimmt da etwas gewaltig nicht, weil die Hadithe und die Tafsire, das haben die Gelehrten schon damals aufgesetzt und aufgeschrieben, da können jetzt nicht auf einmal Professoren herkommen, das alles anders uminterpretieren. Aber wer sagt denn das, Adam? Ja, aber das macht keinen Sinn. Nein, vielleicht war es einfach genau deswegen, weil eine Gegenbewegung damals war und das kennen wir auch aus der Geschichte, wurden einfach umgebracht, weil sie stillfeigend sein wollen. Du weißt ganz genau, dass viele durch Politik und an Macht vermonten durch die Religion. Glaubst du im Ernst, es war immer die Religion im Vordergrund? Guck dir doch an, bei dem Christentum an, was die da gemacht haben. Guck dir das doch bei den Juden an, guck dir das beim Islam an. Es ist immer das gleiche Klischee. Und erzähl mir jetzt bitte nicht was anderes, weil die Geschichte sagt ständig was anderes dagegen. Es will immer ummachen. Safran, Safran, schau her, die Gelehrten sind ja 200 und 300 nach Mohammed da gewesen und die haben alles aufgeschrieben. Und die Sahabas haben mit ihm gelebt und die haben das auch aufgeschrieben. Schau mal her, du kannst jetzt nichts sagen, jetzt haben es Professoren, die deuten das anders. Wir lesen das, sogar nach unserem Verständnis gleicht es eher den Gelehrten von damals. Das stimmt nicht. Ich habe Bücher, nein, Moment mal, ich kenne auch Bücher, die in Damaskus bestätigt worden sind, aus dem 12. Jahrhundert, dass auch andere Meinungen da sind. Und die sind auch bestätigt worden, nur die werden nicht zugelassen. Bis heute gibt es noch die... Okay, 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 alles gut, alles gut. Dann haben wir aber nochmal einen gewaltigen Problem, Safran. Dann widerspricht sich ja der Koran in jeder Hinsicht, überall. Weil da gibt es keine klaren Aussagen. Aber das Ding ist, wir reden doch hier von Tafsire und Hadith und die Schariah-Ausgabe. Nein, wir reden hier vom Koran auch. Nein, das reden wir nicht, wir reden hier von zwei verschiedenen Schuhen. Safran, guck mal, es gab immer so diese Gruppen in islamischer Geschichte, die sich so abgespalten. Und weil dieser Streit ging immer um, was ist Gott und diese Eigenschaft von Gott. Und ist der Koran von Gott geschaffen oder von Gott zitiert oder gesprochen oder, verstehst du, das war das Problem. Diese Verse um Strafen und so, da ging kein Streit darum, niemals eine Streit, weil sie waren deutlich und klar und verstanden. Verstehst du, also dieser ganze Streit ging um Gott selbst. Wie sieht er aus? Hat er Hände? Hat er Beine? Und zum Beispiel, du kannst dieser Mu'tazila, Al-Qadriyin, diese Jabriyin, zum Beispiel dieser Jabriyin, die sagen, alles ist Schicksal. Und die anderen sagen, nein, du hast dein Schicksal in deiner Hand. Also, aber sie haben keinen Streit um solche Sklaven oder freier Mensch oder, verstehst du, der Streit ging um was anderes, um etwas so logisch denken. Verstehst du, was ich meine? Das weiß ich alles, aber das Ding ist, überseht die ganze Zeit, ihr nehmt immer nur die Masse. Ich verstehe das nicht. Das ist das Gleiche, wenn du mir sagen würdest, nö, nur die Schulmedizin hat recht. Obwohl wir ganz genau wissen, dass die Schulmedizin eine reine Symptombehandlung ist und obwohl sie nur Unfälle behandelt. Obwohl wir auch wissen, dass die Naturheilkunde genauso erfolgreich ist. Aber ihr sagt, ich soll die Naturheilkunde ablehnen. Genau das Gleiche macht ihr jetzt. Safran, Safran. Schau mal her. Wir reden jetzt nur noch über Koran. Liebe Leute, keine Tafsire, keine Hadith, gar nichts. Okay? Also dann erkläre uns bitte die Sure 11, 119. Dein Vater ist ja ein Ho-Jong. Also bitte erkläre uns die Sure... Was hast du damals gesagt? Mein Vater ist Sufi. Ja, ist ja egal. Also das heißt, du hast dich schon damit beschäftigt. Also von daher, bitte erkläre uns die Sure 11, 119. Was wird damit gemeint? Sure 11, 119. Ja. Außer denen derer sich dein Herr erbarmt hat, dazu hat er sie erschaffen. Und so erfüllt er sich das Wort deines Herrn. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit den Dschinn und den Menschen und allesamt füllen. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht, was ist die Frage? Die Frage ist, was versteht man darunter? Warum macht ein Gott, warum tut ein Gott die Hölle mit Dschins und Menschen füllen? Er hat sie dafür... Entschuldigung, Aram. Das ist hier zum Beispiel ein Streitpunkt. Und davor gibt es so zwei Gruppen von Menschen. Hat Gott alles schon vorgeplant, dass die Menschen, die in die Hölle landen werden, ihr Schicksal ist schon entschieden oder der Mensch hat einen Fluss? Hier ging es zum Beispiel um Streit im Islam. Und davor entstanden zwei Gruppen von Muslimen, ja? Die natürlich gegenseitig sich bekämpften und andere haben die anderen vernichtet. Wegen so einem Pferd zum Beispiel. Also hier steht definitiv erstmal, das sind sozusagen die unvernünftigen Menschen. Ja, nein, ich sage dir, mit solchen Fersen gibt es den Streit und so spalten sich die Muslime. Aber mit Fersen, die Hand abhacken oder Sklaven handen, da gibt es keinen Streit. Verstehst du, was ich meine? Ja, da gibt es, da steht nicht Hand abhacken, da steht schneiden. Guck mal, ihr müsst jetzt mal verstehen, nein, ihr macht alle einen Fehler und das regt mich gerade auf. Ihr müsst erstmal verstehen, was es überhaupt bedeutet. Bis heute ist es mit den Hand abhacken. Wenn man vor Gericht geht, dann soll man schwören. Und was macht man? Man hebt seine rechte Hand. Früher war das aber so gewesen, dass man sie markiert hat. Man hat reingeschnitten. Und das Abhacken ist einfach nur falsch. Es ist schneiden. Man soll sie schneiden, markieren. Aber im Koran, was steht im Koran? Ithbah oder Iqta? Das ist aber nicht die Bedeutung von heute. Du kannst dich das Arabisch aus diesen Jawaal machen. Safran, bitte. Safran, ey, sag mal ganz ehrlich. Du kannst kein Arabisch, aber du willst uns erklären, dass es so Arabisch ist. Iqta heißt das streichen oder was? Und töten heißt das umarmen und küssen, ja? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wo habt ihr Iafur gefunden? Auf dem Foto. Wo war er? Er war bei mir versteckt. Er war bei mir. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ihr seid zu... Hey, hallo. Ihr seid zu fünft. Ihr seid zu fünft, lasst ihr auch mal ausreden. Die Safran ist eine gute Freundin von mir. Ein bisschen respektvoll bleiben, bitte. Weißt du, wie gesagt, ihr seid zu fünft, sie ist alleine. Toni, ihr seid zwei Stunden da, keiner hat die Ausgabe gesagt oder hat sie... Ich weiß, ihr seid alle korrekt. Sag noch, ich sag noch. So ein bisschen auch ausreden lassen, weil ihr seid zu fünft. Ich meine, ich bin auch nicht mit ihr an diesen ganzen Sachen, aber wie gesagt, trotzdem, jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Religion und sie verteidigt halt die Religion. Alles gut, alles gut. Liebe Safran, ja, ja, alles gut, Toni. Warte, ich frage mal Safran eine Frage. Safran, glaubst du an diese Versen, wo die alle Menschen töten sollen und die andere Religion haben? Nee, das steht da nicht drin. Nein. Okay, super. Also glaubst du nicht, also du darfst niemanden töten, ja, für dich? Es gibt kein Jihad. Natürlich darf ich jemanden töten. Das steht ja da drin, dass ich jemanden töten darf, aber nur wegen, da musst du auch die ergänzen, du musst 60, 5, glaube ich, nee, 60, 7 dazu und 8 hier setzen, dann weißt du ganz genau, warum. Es betrifft nur die, die dich angreifen, nur die, die dich deswegen verteilen. Nein, 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 ich rede, ich meine jetzt nicht, du hast mich verfallen, also das heißt, du würdest niemanden töten, der jetzt zum Beispiel aus dem Islam austreten, zum Beispiel. Zum Beispiel, ich bin jetzt mortal, ich bin, ich war Muslim, ich bin jetzt aus dem Islam draußen, würdest du mich töten oder nicht? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Okay, super, okay, das erste Frage, so, würdest du Kinder heiraten, bevor, bevor wurden? Nein, nein. Super, dann würdest du, würdest du andere Leute, die deine Religion, die nicht von deinen Religionen annehmen, würdest du die verfolgen und einfach vernichten? Nee, Quatsch, jeder hat seine Religion und jeder Meinung. Okay, das ist gut, Mensch, dann lass sie doch die Frau in Ruhe, dann hat sie doch reformiert, das Islam ist doch super, bleib doch so, wie du bist, wenn alle Muslime wie du sind, dann ist alles wunderbar, ist doch okay, lass sie doch so, wie die ist. Bravo, bleib so, Safran. Ich mache ein Video darüber, Zizio, ich mache ein Video, weil ich was entdeckt habe. Dann ist doch super, dann bin ich bei dir, dann bleib so, wenn die alle so wie du sind, dann ist okay, dann haben wir kein Problem damit, das ist ein reformierter Islam. Aber die Frage ist, Safran, wie viele Leute denken so wie du? Ich weiß, das ist schrecklich, wenige. Das ist schrecklich, deswegen sind wir ja da, das ist schrecklich. Guck dir mal, die neue Generation, die sind 18, 19, 20, die kommen jeden Tag debattieren, die wollen die Scharia hier, haben und alles, verstehst du? Da musst du hingehen und deine eigenen Leute da zu erklären, seid mal so wie ich und reformiert mal den Islam, dann hat kein Mensch gegen den Islam was. Also, wenn die kommen, dann wollen sie andere Leute herbringen. Guck mal, warte mal, mach ich doch, warte mal ganz kurz, mach ich doch, ich habe doch ständig deswegen Diskutiererei, werd nicht akzeptiert, werd verflucht, werd außen, die ganze Zeit, die verfolgen mich und solche Dinge, war ich dagegen. Video wollten die über die machen. Dann bin ich bei dir, mein Lieber, dann bin ich bei dir, dann bleib so wie du bist, ich bin bei dir. Die Haribo-Bande wollte doch über sie ein Video machen, deswegen habe ich doch diesen Fettmausi letztens da und diese ganzen Jungs da ein bisschen runter gemacht, weil die wollten noch Video von ihr machen und sie machen die doch runter und alles, das ist doch, verstehst du, die ist doch genauso, wird die runter gemacht, also von denen. Dann ist alles gut, dann lass sie doch in Ruhe, wenn die niemanden irgendwie was dätet und hin und hier, dann lass sie doch in Ruhe, dann lass sie doch in Ruhe, dann ist alles gut. Jungs, Jungs, trotzdem würde ich noch eine Frage an die liebe Schwestern stellen, natürlich ihre Denkweise, ihre Ideologie, von daher alles schön und gut, ja, aber ich hätte wirklich eine Frage noch an dich, liebe Safran. Ist laut Koran Isa gestorben, tot oder nicht? Er ist laut Koran tot. Ja, hafar, amin. Ja. Wo hast du das gelesen, hallo? Ich glaube drei, also im Rahmen. Drei, drei ist 50. Allah sagt, Sie haben ihn nicht getötet, also weder getötet noch gekreuzigt. Und von was wurde er gereinigt? Gereinigt? Also so viel, was, also es geht doch jetzt um die Töten. Safran, Safran, ich gebe dir, ich gebe dir die Antwort, meine Liebe. Sag in Surat Al-Umran 55. Da gibt es, Inni mutawfika wa rafi'uka. Komma, ich helfe dir, jetzt bin ich auf deiner Seite. Ja, aber das ist, in Surat Al-Umran, In Surat Al-Umran, Nr. 55, Da steht drauf, Inni mutawfika wa rafi'uka, also ich würde dich töten und dann zu mir hoch bringen. Also das ist tot. Warte, jetzt hat Allah uns gegen die Band gefahren. Ist er tot oder nicht? Tabhan! Tabhan! Schöfft ich noch einen Yahud-Hun? Heller, aber nachlau'n bei L'Itania, Habibi! Ey, ey, guck mal, guck mal, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Anfall lese, höre ich was ganz anderes wie Safran, aber das ist gut, wenn sie so sieht. Ist top! Ja, verstehst du? Ich finde das doch selber gut. Ja, ich finde das top. Also, deswegen bin ich hochgekommen, habe ich gesagt. Also, Guck mal, sie hat, sie hat erwähnt, wer eine Seele totet, wie er die ganze Menschheit getotet. Das ist dieser Vers, was auf Bani-Israel gekommen ist. Das ist Bani-Israel. Ja, aber das ist der gleiche Allah. Guck mal. Ja, gleiche Allah. Er sagt vor Israeli, wer eine Seele totet, wie er die ganze Menschheit, das heißt nicht mehr totet. Aber später kommt und sagt den Muslimen, den Muslimen, tote alle Unigläubige, egal wo sie sind, wo sie betrifft. Ne? Und vertreibt sie. Wie kann... Das ist der gleiche Gott. Einmal die Tote, einmal die Tote. Ja, Habibi. Ja, Hudhud. Von denen, die ungläubig sind reinigen und diejenigen, die dir folgen bis zum Tod der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein und dann werde ich zwischen euch richten über das, worüber ihr uneinig sein pflegtet. So, was heißt das im Klartext, liebe Safran? Entschuldige, manchmal war es abgehackt. Kannst du mir die nochmal sagen? Ich muss sowas selber lesen. Das ist die Sura 3, 55. Achso, die ich dir schon gesagt habe. Naja, wie gesagt, da steht drin, wie gesagt, dass er abgerufen wurde und empor gehoben wurde. Aber was heißt denn das, um dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind? Ja, weil dann weiter steht, dass das erklärt er doch. Was nun diejenigen angeht, die ungläubig sind, sie werden sich im Diesseits und im Jenseits mit strenger Strafe strafen und sie werden keine Helfer haben. Was aber diejenigen angeht, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, so wird es ihnen ihren Lohn in vollem Maße zukommen lassen und Allah liebt nicht die Ungerechten. Darum geht es. Es geht einfach nur darum, dass es hier verdeutlicht wird, dass er abgerufen ist. Es geht ja um den Tod und wenn wir unter, das ist es ja, die Kunst da drin, den Tafsir und die Hikma, die Weisheit, das kannst du aus dem Koran lesen, weil Allah erklärt auch die Begriffe. Wenn du jetzt abgerufen auf einer anderen Stelle liest, dann erklärt Allah, was er damit meint. Er sagt, abgerufen wird dich der Todesengel und damit weißt du definitiv, damit ist der Tod gemeint. Somit ist er tot. Das war ja die Frage. Alles gut, alles gut. Das wissen wir ja. Und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der Raufferstörung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Also hier ist ein bisschen unklar. Nein, das ist, guck mal, ihr müsst verstehen. In Nasara, in Al-Koran sind nicht die Christen, die in Europa sind oder die glauben an Gott und also Gott und Heiliger Geist und also Vater, Heiliger Geist und Sohn. Ja, da sind im Koran deutlich und klar, die sind Kuffar, also sind Ungläubige und Muschriks. Ja, es gibt diese Christen, diese Nasara im Koran, die waren in heißen Nestorien. Ja, und sie haben geglaubt, dass Jesus ein Prophet und er ist gestorben. Und seine, also die Leute, die ihm folgen, Allah wird ihnen so segnen und aufheben. Verstehst du? Das sind diese Menschen. Ja. Aber was ist... Aber vor den Juden sagt, ihr habt einen falschen Mann gekreuzigt. Das heißt, dieser Jesus, der gestorben bei diesem Nestorien, er war nicht dieser gleiche Mann, der am Kreuz ist. Sie haben ihn nicht gekriegt am Kreuz, aber er ist normal gestorben, Allah hat ihn aufgehoben nach seinem Tod. Ja. Aber diese... Ja. Ja. Weißt du, ich will wissen, was mit dem Reinigen da gemeint wird. Von was Reinigen? Ja, die Reinigung bezieht sich darauf... Also du musstest so hoch sein wie die Fitna. Fitna, was bedeutet denn Fitna? Fitna ist nicht das, was wir heute eingebaut haben. Aber du meinst Fitra. Du meinst Fitra. Fitra meinst du. Nein, nein, Fitra. Nein, das heißt, er macht keine... Bitte, ganz kurz, nur ausdrehen lassen, dann versteht man auch, was ich meine. Fitna heißt nicht das, was wir heutzutage verstehen. Fitna heißt in Wahrheit, wenn zum Beispiel bei einer Bräuerei, wenn du nämlich die Trübesalung von der Klarheit trennen möchtest. Das bedeutet auch Fitna. Und Fitna ist auch positiv gemeint. Das ist damit gemeint, die Reinheit. Bitte, das ist so. Das heißt, ihr macht keinen Fehler mehr. Das heißt, ihr werdet in eurem Leben keinen Fehler mehr beginnen. Und so, Allah schießt Jesus von diesen Fehlern. Das heißt, Jesus, also Isa, wird keinen Fehler mehr, keine Sünde mehr machen. Und deswegen heißt es Tahara, ja? Das heißt, Allah wird dir von diesen, alle Sünden, auch wenn du gehst auf die Straße zwischen Menschen, dass du fehlerefrei sein. Ja? Und das ist genau, was Allah hat gemacht mit der Familie von dem Propheten Mohammed. Aber, liebe Leute, wir wissen, dass Isa ohne Fehler und ohne Sünde war. Also, warum wird da jetzt von Reinigen da gesprochen und gesagt? Also, das macht keinen Sinn. Er ist... Nein, nein. Ja, weil, guck mal, weil jetzt hier kommt. Isa selbst jetzt hat keine Sünde gemacht. Aber die Christen, die sagen, der ist Gottes Sohn, sie werfen auf ihn die Sünde, ja? Verstehst du? Dass sie behaupten, dass er Gottes Sohn. Und so sagt Allah, ihr habt damit nichts zu tun. Du bist clean, ja? Also, das ist nicht dein Fehler. Deswegen, Allah wird dich das nicht in Betracht nehmen. Aber, lieber Hut, wir gehen hier nicht nach christlicher Ideologie und Definition. Hier geht es nach dem Koran, nach der muslimischen Ideologie und Definition. Das hat ja mit der christlichen nichts zu tun. Laut Koran... Nein, er redet hier mit diesen Nasara. Nicht mit denen. Du musst unterscheiden zwischen Nasara im Koran und den Christen. Die jetzt sagen, Gott und das Heilige Geist. Tamam, auch die Nasara sagen, Isa hat keine Sünde. Ja, ja. Die Nasara, weil sie glauben, dass Isa ist ein Prophet, er hat sowieso keine Sünde. Und die später, alle Menschen, die Fehler gemacht, sie haben ihm als Gott, später zum Beispiel geglaubt, dass er Gottes Sohn und so. Allah sagt ihm, du hast damit nichts zu tun. Das ist nicht dein Fehler. Und das heißt mutahiru kahiru, in diesem Sinn. Verstehst du? Also das mit dem Reinigen, das passt hier überhaupt nicht dazu. Wie gesagt, ich weiß auch, dass die Nasturin, das sind die Nasturianer, die Nasara. Ja, genau. Das sind die auch Arameas, weil die eben Jesus und Gott getrennt haben. Deswegen haben wir sie eigentlich verstoßen. Und von solchen Versen, wir wissen, dass dieser Koran nicht in die arabische Insel gekommen ist. Nicht in diese Wurst. Ja, das ist woanders. Wir wissen auch, wer das geschrieben hat. Wir wissen auch, dass das auf Aramäisch geschrieben wurde. Das wissen wir alles, lieber Huthut. Die Frage ist nur hier, hier mit dem Reinigen, das passt nicht zusammen von der Ideologie, von der Denkweise des Islams. Verstehst du? Das macht hier keinen Sinn, dass er gereinigt wird quasi. Verstehst du? Das macht keinen Sinn. Allah, als Allah sagte, oh Isa, ich werde dich nunmehr abgerufen und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir folgen bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Das bezieht mich doch auf die Religion, dass er das doch nicht verkündet hat. Das ist damit gemeint. Lieber Safran, das ist so. Deswegen heißt er ungläubig. Und über sie stellen und von dem reinigen und am Tag der Auferstehung wird dann das Recht gewaltet werden, was einem zugeschrieben wurde. Naja, also ganz ehrlich, das ist nicht so klar, aber macht nichts. Wir können auch was anderes besprechen. Es ist schön, oder? Ein Vers im Koran sagt, stellt keine Frage, sie sehen gut für euch aus, aber sie konnten euch in die Hülle bringen. Deswegen einfach Augen dazu drücken und weiterlesen. Nicht denken. Das ist verboten im Islam, so etwas zu denken. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich meine, was hat eigentlich Issa mit der ganzen Sache hier zu tun? Ich meine, mit diesem Reinigen, diese ganzen Nassara und dieses und dem, das hat ja mit dem nichts zu tun. Hier steht doch Reinigen bis zum Tag der Auferstehung. Das passiert, wenn du irgendwelche Geschichte hörst und du wirst das weiter erzählen. Aber du hast die Geschichte nicht richtig verstanden. Aber du erzählst das weiter. Du hast so ungefähr verstanden, worum es ging, ja? Und du hast das weiter erzählt. Verstehst du? Und das ist genau, was ist hier passiert. Also Mohammed, man merkt im Koran, oder wird der Koran geschrieben. Er hat die Trinite nicht verstanden, was das ist, ja? Er hat diese Christenglauben gar nicht verstanden. Und er hat dieses Konzept Jesus nicht richtig verstanden. Deswegen, er hat das nicht richtig erklärt im Koran. Also ich als Muslim, ich weiß es nicht, was passiert. Wer war am Kreuz? Was passiert? Wo ist er hingegangen? Wie? Wer sind die Zeuge? Aber lieber Hutu, noch eine tiefgründigere Frage. Die Frage ist, für was wurde denn Issa eigentlich erschaffen? Für was? Das ist ein, also ich als Muslim und Ex-Muslim, ich betrachte das als eine Falle von Allah, um mehr Menschen in die Hülle zu bringen. Verstehst du? Für mich, dieses Konzept Jesus ist eine Falle. Verstehst du? Eine Falle, weil du sagst im Alten Testament, du bist allein, du wirst keinen Sohn, oder du hast keinen, in diesem Sinn, ja? Du bist Elohim, Elohim, Achad und so, ne? Und dann auf einmal, du behauptest, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Und danach, du kommst zurück und sagst, ich bin Gott. Ich bin allein. So jetzt, er hat seine Meinung geändert. Auf einmal, ich will keine Kinder und jetzt doch, ich will Kinder haben. und dann später sagen, nein, ich wollte keine Kinder. Ja? Und dann, in diesem Sinn, man muss sagen, und das ist wie eine Falle. Verstehst du? Das ist eine Falle für die Juden, zum Beispiel. Und eine Falle für die Muslime, weil die Muslime sind auch wie die Juden. Den Glauben an sowas nicht, kann Gott sowas nicht tun, ne? Stell dir mal vor, er hat das wirklich getan, nehmen wir an. Ich als Muslim sagen wir, ich gehe oben und ich sehe Allah und sein Sohn steht neben ihm, zum Beispiel, ja? Mir wird so peinlich, ich kann nicht reden, ja? Du bist verloren, lieber Hutut. Ja, da bin ich verloren. Aber diese Frage sollte eigentlich an Safran gehen. Ich würde schon gerne von der lieben Schwester hier ein bisschen diesbezüglich eine Antwort bekommen, wenn sie überhaupt darauf antworten will oder kann. Wozu wurde denn Isa erschaffen? Laut dem Koran. Für was? Ganz normal, wie alle anderen Menschen auch. Es wird ja noch erwähnt, dass er Adam ähnlich ist, ähnlich erschaffen ist. Aber nicht gleich, ne? Das ist mein System ähnlich. Du hast mich gefragt nach laut Koran und ich antworte dir laut Koran. Aber laut Koran ist, schau mal her, ich weiß ja, dass er auch manchmal wie Adam bezeichnet wird. Aber wir wissen, Adam wurde aus Lehm erschaffen und Jesus ist nicht aus Lehm erschaffen. Also von dem her macht es keinen Sinn, also diese Aussage. Null. Ähnlich. Ähnlich. Auch null. Null. Null Sinn. Das steht aber so drin im Koran. Ich erzähle nur Koran. Ja, aber liebe Safran, ich verstehe das hier, dass das so drin steht, aber es macht 0,0 Sinn. Alle Menschen sind eigentlich ähnlich wie Adam. Ja, aber Issa ist ganz normal ein Mensch. Der einzige Unterschied bei Issa ist, dass es keinen Zeuger sozusagen gibt. Aber bist du ganz sicher laut dem Koran, der Koran sagt was anderes? Ne, da steht doch drin ganz normal. Maria sagt doch selber, wie soll ich schwanger werden, wenn mich kein Mann berührt hat? Was soll denn das sonst heißen, ein Munkerschluss? Tja, ein Munkerschluss ist das ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, wir wissen ja… Nusserl ist ja aber ein Prophet und kein Sohn Gottes. Weil er hat keine Kinder, und das sagt er ausdrücklich, und das ist auch im Judentum so. Okay, aber wir wissen ja, wie ist denn Jesus entstanden? Wie ist er gezeugt? Wie ist er entstanden? Nein, guck mal, laut Koran ist mit Geschlechtsverkehr. Das ist deutlich. Ja. Das ist deutlich, weil diese Angel kam und hat ihr gesagt, ich bringe dir die Botschaft, dass du einen Sohn bekommst. Er sagt, wie? Und ich habe nie, also mich hat kein Mann berührt. Er sagt, ich bin hier, an anderer Stelle, ich bin hier, um dir das zu geben, in diesem Sinn. Das heißt, diese Angel hat sich so in einen Mensch gewandelt, und sie haben sich zusammen geliebt, ne? So sagt es auch der Koran auf einer Seite, ja. Genau. Und wiederum heißt es aber auch, der Geist Allahs ist zu ihr gesandt. Einmal ist es der Geist, und dann anderswo ist es Jibril. Und dann ist auf der Sura 78 Jibril der Geist, und auf der Sura 1785 ist Geist absolut Allah. Von Allah. Also das widerspricht sich total. Au, Alimur. Grüße dich, Lo. Was wollten die Brüder hier wissen, die Freunde? Also jetzt alle Koranitel sind hier jetzt. Ja, jetzt habe ich alle auf einmal die Chaoten. Salaam Alaikum. Allaikum Salaam. Wa Rahmasallahu wa Murak. Und Allah, Gottes Segen an alle. Gottes Segen. Was ihr wollt, Shalom. Um Gott segne dich. Also die Frage war, wir waren bei der Surah 3, Vers 55, von was sollte Isa gereinigt werden, A und B, wozu wurde Isa erschaffen? Allah hat nur damit bewiesen, dass er auch ohne Mann, ohne euch Männer, weil wir Chaoten sind, aus einer Frau ohne Mann ein Kind gebären kann. Ja, er beweist uns, dass er das machen kann. Ja, aber sie hatte Zakaria bei ihr und Zakaria war ein weiser Mann. Er konnte diesen Job erledigen. Und der Sohn konnte auch einen Propheten kommen. Ich sage doch, Allah zeigt hier nur, dass er etwas machen kann vor den Menschen, weil Menschen daran nicht glauben, sagte ich, er schaffe einen Menschen ohne einen Mann. Nein, aber er hat nichts, verstehst du, diese Angel kam, er hat sich in einen Mann gewandelt. Weil er hat gesagt, ja, das heißt, ich werde in diesem Sinn, ich werde mit dir Geschlecht vergeben, damit du schwanger wirst. In diesem, verstehst du? Nochmal, 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 nochmal. Und lattensahudhud, harrakashahwataha, lattensahharrakashahwataha. Wieso harrakashahwataha, wenn er mit ihr nicht schlafen will? Ja, aber er hat ihr gesagt, inni ateitu li'ahabalaki gulam. Verstehst du, er kam, um ihr ein Kind zu schenken. Aber guttut, mein Lieber, da ist es wieder ein Widerspruch, weil nicht einmal Allah kann ein Kind zeugen ohne eine Frau, weil er keine Frau hat. Also von daher, auch da ist es eigentlich ein Widerspruch. Er kann ja nicht einmal, nicht einmal Allah selber kann ein Kind zeugen, weil er keine Frau hat. Also somit ist auch diese Aussage eigentlich nichtig. Allah braucht, Allah ist ja nicht erzeugt worden, hat nicht gezeugt, das steht ja in dem anderen Surah, da beweist er was. Ich meine, wenn Allah sagt, ich habe nicht mal eine Frau, wie soll ich denn ein Kind zeugen, heißt nicht, dass er eine Frau braucht, um ein Kind zu zeugen. Das hat er ja uns mit dem Isa, alaihissalam, bewiesen. Er kann alles. Hä? Aber wiederum sagt er ja, er kann nicht, er kann nicht ein Kind zeugen, weil er keine Frau hat. Er kann nicht und er macht nicht oder er wird nicht. Wenn wir, ich lasse lesen, sehen wir, dass er nicht erzeugt wurde, nicht erzeugt hat. Also, Alimur, ich gebe dir ein Beispiel, ein Beispiel. Gut, 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 das kann ich mir ganz kurz abgesehen mal davon. Ich meine, bei Adam wird nicht groß diskutiert. Er hat doch Adam auch erschaffen. Wieso ist es jetzt so schwer zu verstehen, dass er jetzt es so macht, dass man nur einem bei einem weiblichen Wesen. Ich meine, da müsste ich mir eher denken, nach der Theorie her, dass es bei Adam eher fällig ist, beziehungsweise bei Eva, weil wenn es Umkehrschluss ist, sie haben ja nicht mal einen Bauchnabel, wenn es danach geht. Aber Isa schon. Noch einmal, Adam wurde aus Lehm erschaffen. Gut, die Erschaffung Adams ist auch widersprüchlich im Koran, ist ja aber egal jetzt. Okay, Isa ist aber nicht auf diese Art und Weise erschaffen, sondern er ist gezeugt. So, wir wissen, dass er gezeugt ist und wir wissen auch, dass Allah keine Kinder zeugen kann, weil er keine Frau hat. Und jetzt kommt die Aussage, jetzt kommt die Aussage, er hat, jetzt Moment Alimut, jetzt kommt die Aussage, Gott, Allah kann alles, er kann auch ein Kind zeugen ohne das Zutun von einem Mann bei der Frau. So, aber das ist widersprüchlich. Er kann keine Kinder zeugen, weil er keine Frau hat und wiederum kann er doch jetzt auf einmal Isa zeugen, also er hat es eingepflanzt, dass Maria ihn geboren hat. Henoch, lass den Quatsch, Lilith ist ein Dämon. Das kann ich dir aus dem alten Testament rausholen. Was ist Lilith? Das ist ein Nachtdämon. So was höre ich auch seit dem ersten Mal wieder. Ein Nachtdämon. Es gibt so viele Erlehrer. Die Menschen lesen, die hören ein, zwei Aussagen, dann denken sie, wow. Das weiß ich, das kenne ich. Also von daher ist es sehr widersprüchlich. Ja, guck mal, Allah sagt zum Beispiel, ich bin allmächtig, ich kann alles tun. Ich kann alle Türen öffnen. Dann kommt und sieht eine Tür vor ihm, was macht er? Er holt einen Schlüssel aus seiner Tasche und macht die Tür auf, ja, zum Beispiel. Für mich, jeder kann, wenn er diesen Schlüssel hat, kann die Tür auch aufmachen, ja. Das heißt, hier gibt es keine große Macht. Also ich brauche keine große Macht oder ein Mächter, um diese normale Tür mit Schlüssel aufzumachen. Und genau so für mich passiert diese Geschichte. Allah behauptet, er kann alles schaffen, alles machen, aber als ich zu Issa kam, er hat gebraucht einen Mann und eine Frau und sie haben sich geliebt und dann kam ein normales Baby raus. Das heißt, wo ist Gottes Wunder in diesem Fall? Für mich, es gibt kein Gottes Wunder. In welchem Fall? In dieser Issa und Mariam. Und Mariam, ja. Und so kommt man auf die jüdische Erzählung. Sie behaupten, dass Maria hat irgendwo mit jemandem geschlafen. Das glaubst du jetzt? Also das ist die logische Erklärung. Er sagt ja, wenn Gott das alles machen kann, wozu braucht er einen Engel, der ihn runterschickt, der einfach Maria heiß macht, dass er mit ihr sich als Mensch und dann mit ihr schläft, damit er Dingste hier erzeugt. Er hätte ja auch gesagt, du bist schwanger, dann ist sie schwanger und fertig. Aber da steht so kein Konferenkund, oder? Was verstehst du hier? Wir sind nicht Sunniten. Wir haben gegen niemanden was. Wir debattieren ja auch ungern. Ich weiß nicht, ob du mich kennst. Ich debattiere eigentlich mit niemandem. Weil ich sage, ich habe den Koran so verstanden. Ich will von niemandem was. Ich will von keinem Murtaat was. Ich will von keinem Christ, Jude, Andersgläubige was. Alles mir egal. Ich sage zwar so, aber wir lesen den Koran nicht mit einem Vers, sondern wir nehmen den kompletten Koran und verstehen den Koran. Ja, genau. Allah sagt uns im Koran, er hat ihr die Engel geschickt. Punkt. So jetzt, es gibt eine andere Location, sagen wir, die Angel war vor dem Tor. Jetzt die Angel hat sich umgewandelt in Mensch. Und dann ist er rein zu ihr. Also sie hat keinen Angel gesehen. Sie hat einen Mensch vor sich gesehen. Und deswegen hatte sie Angst. Und dann hat er gesagt, keine Angst, ich bin hier, um dir ein Kind zu schenken. Also das heißt, sie hat überhaupt keinen Angel. Er hat gesagt, nur Allah hat mich zu dir geschickt, damit ich dir ein Kind schenke. Verstehst du? Und diese zwei Verse erzählen genau zwei Situationen. Die Angel sind hier runtergegangen, aber sie haben sie noch nicht getroffen. Dann sind sie so Menschen geworden, sagen wir, er ist Mensch geworden. Dann ist er rein zu ihr gegangen. Also sie hat diese, sagen, diese Änderung von Angel zu Mensch nicht gesehen. Deswegen wusste sie nicht, dass er ein Angel ist. Sie hat überhaupt keinen Angel gesehen. Okay. Er hat nur einen Mensch versichert. Und dann, ja, er kam rein zu ihr und sie hatte Angst. Er sagt, sie hat ihm gesagt, Audu billahi minka in Kunta baghiyah. Ich fürchte Allah, also ich suche Schutz vor Allah von dir, wenn du ein Freier wärst, ja, oder ein Penner, sagen wir so, ja. Dann hat er gesagt, keine Angst, Allah hat mich zu dir geschickt, damit ich dir ein Kind schenke. Huthut, guck mal, ich will wirklich niemanden angreifen oder so. Ich habe den Koran nicht selber gelernt. Ich habe das mir von einem Professor lehren lassen. Ich bin ja nicht gekommen, um zu debattieren. Ich wollte nur zu Safran sagen, lass es. Ich wollte nur sagen, es bringt nichts, weil wir wollen ja niemanden debattieren oder so. Guck mal, Huthut. Die Araber erzählen immer, die, die Arabisch verstehen. Der eine, weil das eine reiche Sprache ist, ja, Schrift ist, erzählt jeder, wie es ihm nach seinen Gelüsten am besten liegt. Der eine mag den Islam nicht, sagt, ich lege den so aus. Der andere sagt, ich mag den Islam, legt sich für sich aus. Und ich sage, wir lernen den Koran so, wie es eigentlich Allah von uns erwartet. Wir nehmen den ganzen Koran und versuchen den Koran zu lernen, so wie wir es verstehen, ohne andere anzugreifen. Wenn du mir jetzt was sagst, würde ich dir jetzt nicht glauben, was ich mir von anderen Professoren anders lehren lassen habe. Weil keiner ist in dieser Hinsicht, sagt, ich sage nicht mit Absicht die Wahrheit, aber versteht ihn anders. Und du sagst mir, dass du den so verstanden hast, ist es in Ordnung. Wenn Sicario anders verstanden hat, ist es in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Ihr könnt gerne mit den Sunniten weitermachen, wie ihr wollt. Aber ich sage, wir haben den ein bisschen anders verstanden. Deshalb respektiert einfach das, was wir wollen, wie wir das gelernt haben, wie wir das verstanden haben. Wir respektieren euch auch. Alimo, mein Bester, du weißt auch, ich mag dich. Natürlich, es ist egal. Wir mögen uns beide, du weißt schon. Nein, nein, guck mal, ich sage dir, mein Bester, was es ist. Guck mal, dass du den so verstehst. Das heißt, du willst den so verstehen, wie du den verstehen willst. Weil du willst diese Religion nicht schlecht machen. Du bist mit dieser Religion aufgewachsen. Du willst ihn so verstehen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass es so böse Religion ist. das verstehe ich dich aber dass du sagst dass wir aber den koran nicht verstanden haben ja dann habe ich ganz kurz bitte 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 bevor bevor ich was falsches gesagt habe ich habe sehr kommen wenn einer denn ist du weißt ja selber die sprache ist sehr sehr aber kommen wir kommen ein haben wir haben kommen arabische sprache ist nicht so kommen für uns aber ich bin wir kennen auch die hocharabische sprache also wie kann hoch diese aber wie fast so und sie haben die da in der schule also studiert bis oben also wie kennen die wirklich und wenn was irgendwas schwer ist und paar worte was wir nicht kennen zum beispiel wir haben zum beispiel diese duden und hin und hier dass sie zu und wenn wir eine surah lesen oder eine lesen weißt du so wie verstehen sie sagen wir mal so einfach zu 90 oder 95 prozent ganz gut wenn es irgendwelche worte die da einfach darauf geschmissen dass wir die nicht kennen zum beispiel da muss man da gucken was das heißt aber wenn der wort du hast recht die sagen alle zum beispiel arabische worte da gibt es 1000 übersetzungen ja aber wenn der wort in diesem satz rein kommt da kannst du ihn nicht anders interpretieren verstehst du was ich meine wenn ich sage was du meinst das heißt ich liebe nein nein ist kein angriff namen gottes willen aber ich erkläre dir wie das ist weil wir verstehen den genauso wie er geschrieben ist und wie er drauf ist verstehst du also wir verstehen in 100 prozent wie er gesandt ist verstehst du du willst ihn aber anders verstehen okay ist dir gut ich finde es top also wenn du mit deine gedanken ich habe auch vorhin zu sagen gesagt ich habe gesagt wirst du jemand töten nein willst du jemanden hast du kinder erneut okay dann finde ich toll dann bleibt so wie du bist das recht ich habe nicht gegen den verstehst du was ich meine aber weiß was du mal aber aber so wie auf den koran rüberkommen und wirklich zu verstehen den koran der koran ist aber so mein lieber dass ihr alles versteht habt oder anders reformieren wollt oder anders verstehen wollt das ist euer sache finde ich toll aber so ist er aber nicht verstehst du das ist das problem ich verstehe dich sicherlich guck mal ich war ich bin ich bin als sunnite aufgewachsen ich war fast zehn jahre lang atheist noch schlimmer als du habe ich die bibel angegriffen den koran angegriffen alles angegriffen was gott gesagt hat ich war schlimmer als durch sagte wie es ist ja und ich wollte einfach irgendwann mal wissen was was ist ich habe denn so verstanden oder ich verstehe ihn so und habe mir so lehren lassen und wenn du das die meinung hast secario ne der ist also ich verstehe den so oder es ist so für mich fertig aus ich habe nichts dagegen ich sage nichts deshalb debattiere ich auch nicht mit leuten die andere meinung haben ich sag gut das ist deine meinung lass bitte meine meinung meine meinung sein ich lass deine meinung deine meinung sein verstehst du aber ich sage nicht hundertprozentig hundertprozentig ist es meins ist richtig oder hundertprozentig ist richtig sondern ich sage wir haben das so verstanden wir gehen tief in die materie und schauen was war es nicht ich weiß nicht vielleicht fünf jahre später sage ich vielleicht das ist doch nicht so wo ich nicht glaube aber beispiel deshalb aber wir verstehen das gerade deswegen bist du mein lieblings korani das ist es ist schön und gut dass dass du natürlich die meinungen von den anderen akzeptiert das finde ich wirklich sehr zu vorkommen muss ich es ist auch nicht zwingen du sollst so verstehen wie ich aber es ist auch richtig nein ich sage es ist ja auch richtig so sollte es ja auch sein nur wir haben ja ein riesenproblem ein lieber alimo wir müssen die fakten sprechen lassen faktisch gesehen faktisch gesehen wird der koran ausschließlich in arabisch übersetzt und gepredigt und erläutert und die araber die araber wir können uns nicht anmaßen zu sagen die araber haben den falsch verstanden oder sie können oder sie können denn nicht richtig interpretieren weil dann wird es eine anmaßung gegenüber eigentlich auch diesem allah weil wenn man dann das arabische tatsächlich auch nicht versteht und gottes wort quasi nicht interpretieren kann die araber selber sogar für sich selber dann wird es so oder so von vornherein der größte schwachsten überhaupt erstens das zweitens wenn wir von circa 1,5 milliarden muslime ausgehen liebe leute die sprechen bände über 90 prozent von diesen muslimen 95 prozent sogar glauben daran so wie es im arabischen steht und es wird auch praktiziert dann wenn man wenn die scharia herrschen sollten egal in welchem land liebe leute dann bin ich tot dann richtig dann bin ich der erste dann bin ich vor dir tot dann bin ich vor dir tot und ich gibt es auch guck mal ich sag das auch hier das ist noch mal von 90 leuten ich sagte ich bin vor dir vor dir bin ich ja ja ali ali mo schau hier wir müssen aber wirklich realistisch sein weißt du die die scharia gehört zum koran und und das wollen die meisten muslime dann auch haben jetzt pass auf und egal in welchem gebiet auf welchem kontinent in welchem land die scharia herrschen sollte dann sind wir alle kopf kürzer aber ganz schnell also von daher der koran der koran gibt diese gefährlichen surren und verse her und diese tötungsbefehle her wir können das nicht einfach verharmlosen wir müssen einfach den taten in die augen schauen und wir können das nicht einfach verschönigen beschönigen und leugnen versteht sie was ich meine liebe ich ganz kurz was dazu mal sagen weil das ding ist einfach es geht nicht also ich weiß ja was du meinst aber ich habe es ja vorhin schon angeschnitten mit dem arabischen das ding ist einfach wir reden von auslegungen es ist nicht das arabisch sondern die auslegung dessen die man das verstehen soll und wenn die mehrheit eine bestimmte auslegung hat weil sie eine bestimmte aber eben kathir erläuterung dann mehr hören und dessen auch so verstehen weil sie das mit hadith verbinden dann ist es eine andere sparte weil das die mehrheit macht aber es gibt es auch die rohversion das heißt sich nur auf den koran zu konzentrieren und es gibt es auch gelehrte die sich streiten auch dessen das muss man alles mit kalkulieren das heißt jetzt nicht dass jemand nicht arabisch kann im sinne von er versteht es dann einfach so es hat mit dem arabischen an sich nichts zu tun weil wenn man nach arabisch geht früher es steht auch im koran so drinnen er ist auf der gleichen sprache gekommen auf korea und sogar die leute die das kannten haben es nicht verstanden da sagt gott sogar selber nicht die blicke sind blind sondern die herzen sind dass die in den brüsten sind es ist eine angelegenheit letztendlich wie jedes jeder in anführungszeichen interpretiert beziehungsweise auslegt und wenn wir aber auch gelehrten haben dieses so auslegen und es sind einige gelehrte das heißt nicht unmittelbar dass wir falsch liegen nur weil die mehrheit dahin läuft nicht die mehrheit heißt dass sie im recht ist das muss es nicht bedeuten es ist die wahrheit können wir genauso sagen das problem ist die leute die koran übersetzt haben die sind keine araber verstehst du zum beispiel ich habe einmal eine übersetzung von jemandem heißt alle auf englisch etwas so die pakistaner haben diese übersetzung diese übersetzung ist eine katastrophe der mann hat übersetzt von seinem kopf wie er verstanden hat das ist das problem das heißt bin ich jetzt wenn ich jetzt sage ich werde koran übersetzen ich bin arab ich werde das übersetzen wie ich den kontext verstehe denn du wirst definitiv einen anderen koran in der hand haben ja du wirst einen koran sehen der dir angst machen wird glauben ja du wirst alle sagen das stimmt nicht das stimmt nicht das stimmt diese leute die koran übersetzen die sind alle keine araber die arabische sprache nicht ihre mutter sie haben die arabische sprache gelernt sie haben verstanden diese fest was bedeutet weil der imam der sein englisch vielleicht gebrochen war hat ihm so ungefähr erklärt was das soll bedeuten und natürlich wenn er zu einer bestimmten gruppe gehört von muslimen diese glauben gott ist ein wesen oder die glauben gott ist ein sagen wäre spirituell oder macht oder so dann gibt er natürlich die bedeutung in diesem sinn ja deswegen wenn er mit mir kommt und ich lese der koran und er gibt mir ganz andere bedeutet ist sagen woher hast du das geholt für mich ist so fremd weil das steht ganz anderes ja und sagt unser frau mein lieber ich gebe dir noch eins mit guck mal eben kassier du sagst eben kassier wer ist denn denn mehr eigentlich in dieser sprache dann tiefer vertieft ist es einer der so ungefähr in dieser zeiten von dieser mohammed und seine gelehrte damals gelebt hat und diese sprache gesprochen hat diese kuraischische sprache gesprochen hat oder einer der jetzt hier nach 1400 jahre der der jetzt die erzählt nee das ist nicht so wie animo gesagt hat sein gelehrter der von ihnen gelernt hat ist er gerade eben hier vor nach 1400 jahre will der koran so interpretieren wie er will aber diese andere mensch diese gelehrte aber allerdings haben kassier die haben in uralter zeiten wo die kuraischische sprache noch existiert also wo sie das übersetzt haben haben sie verstanden was damit wollte ungefähr verstehst du also besser als diese gelehrte die da jetzt verstehen erst mal dass die zweite sache gebe ich eine unser zeiten zum beispiel okay was heißt unsere zeit ja gut vor kurzem wir haben ein gelehrter heißt das ist ein ägyptischer poet eigentlich also er ist er ist die blind musst du dir nicht der ist blinder der ist ein blinder und der ist ein 1 sagt man dazu ist einer der besten arabische sprache kenntnisse der hat die besten arabische sprache kenntnis der war die haben in amide luga al arabie also einer der besten arabische schriften kennen weißt du so haben sie ihn genannt und der wurde koran gelesen hat ja und dann zum schluss er hat eine eine geschichte geschrieben geschrieben also ein gedicht geschrieben in die kunst du abu du schei tonen verstehst du er hat gelesen er hat er hat von dieser schere jahre diese arabische brüte es gibt diese arabische brüte sie sagen dass sie entstanden in koraner zeit sind ja wie schlacht diese genau er hat von dieser schrift und gerade redet ist genau du redest von dieser vorreichende sprache und diese hat diese vorreichende sprache gelehrt und die hat das mit diese gleiche sprache der gedichte geschrieben und hat also einer der größte gelehrte was es da war verstehst du und er hat den koran gelesen und er hat den adi war doch so mehr so der war richtig und zum schluss ist darauf gekommen hat er gesagt dieser koran ist von einem teufel dieser allah ist ein teufel der hat ein gedicht geschrieben darüber verstehst du dass der koran ist von einem teufel und nicht von einem allah er hat gesagt diese boete stammen nicht von dieser tausend für die menschen behaupten sondern ein bisschen zu uns in die zukunft mehr das heißt hier von von der jahre zurück also zu uns auf später ja genau mehr später genau also später nicht in dieser und dann deswegen und da sind einer der wirklich der überall in den ganzen arabischen welt hoch gefeiert war weißt du und danach wo er das gegen den koran haben sie ihn einfach zur seite keiner redet mehr von ihm der gegen den koran gesprochen hat verstehst du und der war eine eine einer der besten die wahrheit gesagt hat das ding ja aber ich meine ich meine nein es sind so viele das ist es ja man muss so viele aspekte berücksichtigen erstmal der koran ist zeitlos es spielt keine rolle wenn ich im nächsten jahrhundert jemand das liest oder diesen oder vor 1000 jahren es ist eine recht leitung für den gläubigen das ist punkt das stimmt doch nicht so einfach weil jeder kann man so ein schriftstift jeder interpretierte wie er will mich selbst du hast davor so viele also das ist der erste punkt der zweite punkt ist es gab es schon früher solche menschen wenn wir jetzt diese ganzen parallelen zum beispiel nehmen wie oft ist es zum beispiel darwin darwins theorie wusstet ihr eigentlich dass darwins theorie nicht mal selber der angeblich wo sie das preisen dass er sagt wir sind von affen entstammen und solche dinge er selber hat das nur als theorie vorgeschlagen er hat aber nicht dran geglaubt was machen die sie preisen das hoch und sagen es gibt es die darwins theorie verstehst du wie ich das meine das ding ist einfach genau das gleiche haben sie schon immer gemacht sie haben einige menschen haben was erfunden was passiert andere haben es hervorgehoben haben das so deklariert als wenn die das waren in unserer geschichte gibt es tausend zigtausende dokumente die das belegen und es ist auch so dass wir haben schriften von früher die haben auch argumentiert nur was wollen die menschen die menschen menschen wollen nur populär was haben wo sie dann natürlich politik es war einfach nur macht sie haben die religion ausgenutzt um macht um was zu verändern um das für ihre hier zu kriege zu gewinnen und solche dinge das wissen wir aus der ganzen geschichte zeigt mir eine religion wo das nicht war kannst du kannst du sogar drei vier sieben aufmachen und ich kenne die auswendig die mutter schade hat was man einen tisch habe tot nein diese das ist diese ähnlich aber ähnliche aber nein 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 moment mit der schabe auf arabisch und du sagst schuba bedeutet missverständlich missverständnis aber wenn ein mutter schabe hat das heißt es gibt verse die euch in ihre in ihre vor in diesem sinn ja in diesem sinn aber die nummer sieben was das wichtig ist nummer sieben guck mal was aber sagt also an ich nehme an dass es koran von allem aber sagt hohe leute er ist es der euch im mutterleib bildet ja wie er will siehst du wie er will niemand ist anbetungswürdig außer ihm dem allmächtigen dem allwissen auf arabisch heißt hohe leute jetzt meine frage er diese missgebildete kinder das macht er mit absicht oder nicht er tut was er ist ja aber was ist das für ein barmherzige guck mal du verstehst du sieben gerade ich muss das noch mitkommen hat genau ja sieben und du hast du drei acht diesem sieben das mutter schade haben dann musst du drei sechs du hast andere nominierung bei koran dann ja okay das stimmt okay dann ist es sechs bei mir genau so was ich dir sagen will kommen ein guter warte was diese art von fersinn sie hat mich an diese glauben an gott richtig erschüttert immer sie hat sein sein meine vorstellung hat richtig kaputt gemacht ich konnte ihm nicht verstehen was ist er von allem für mich war was ist er ist er so richtig ist er böse ich habe ein paar zugefragt ist er richtig böse ich weiß was ein problem ist sein problem guck mal das problem was viele haben ich habe ja auch diese zwischendurch mal so eine gedanken gehabt habt das vorher auch nicht verstanden das ding ist aber den koran kannst du nur mit deinem herzen das heißt wenn du den wunsch hast deinen schöpfer kennenzulernen und erst dann öffnet er sich und dann musst du deinen verstand hinzufügen und wenn du die beiden kombiniert dann hast du den flüssel vorher geht es jetzt wenn du nur mit verstand reingeht funktioniert nicht wenn du nur mit dem herzen wirst du auch letztendlich verstehen du musst beides zusammen nehmen und erst dann hast du es ein sehr gutes aspekt liebe safran ganz kurz jungs also diesbezüglich öffnet ein herz liebe safran und dein herrn jetzt jetzt will ich von dir dass du nach bestem wissen und gewissen und nach deinem reinen glauben tiefgründigen glauben sura 65 und vers 4 und erklärt so bitte ich kenne die eier ja da geht es nicht um kinder ich erkläre es nicht erkläre es nicht erklärt das an warte doch mal du willst doch dass ich erkläre erst mal darum da steht erst mal warte da steht nissa nissa heißt frau frau wird definiert im ganzen koran kannst du gucken als frau eine erwachsene etwas was ausgewachsen ist punkt nummer eins dann steht da drinnen danach dass wenn sie älter ist und ihre tage nicht mehr hat und sich unsicher ist dann soll man trotzdem noch mal drei monate warten kannst du kannst du es kannst du kannst du es uns bitte vorlesen anstelle zu philosophieren ließ es uns vor und dann erklärt jedoch gar nicht ließ es vor so wie wir es auch machen wir lesen auch wirklich die schriften wort für wort jetzt ließ es uns vor in deiner übersetzung und erkläre uns das bitte auf deutsch wir verstehen gott sei lang alle sehr gut ich möchte aber danach ausreden das steht drinnen und diejenigen von euren frauen die keine monatsblutung mehr erwarten wenn ihr im zweifel seid so ist ihre wartezeit drei monate und ganz kurz ganz kurz ganz kurz kurz moment warte weil welche frauen werden hier gemeint älteren und dann weiter bitte wie gesagt am anfang steht frauen jetzt kommt uns es ist eine verbindung zum satz weiter jahres und ebenso diejenigen also frauen die keine monatsblutung haben ok warte und diejenigen die noch keine monatsblutung haben ja müssen drei monate aufwarten ja ja es ist das wird genauso wie bei der menopause von der frau aber du hast mich gefragt und ich möchte das bitte ja ja aber schon mal hier wir machen hier ein kann aber das geht nicht wenn du mich ständig unterbricht entweder machst du zuerst und ich argumentiere oder ich mache zuerst und du argumentierst eins von beiden weil so geht es dann ist noch einmal von anfang an durch ok und diejenigen von euren frauen die keine monatsblutung mehr erwarten wenn ihr im zweifel seid so ist ihre wartezeit drei monate und ebenso denjenigen die keine monatsblutung haben soll ich war ja fortfahren diejenigen die schwanger sind ihre frist ist wenn sie mit dem niederkommen was sie in ihrem leiden tragen und wer allah fürchtet dem schafft er seine angelegenheit in aller störung so das sind drei sorten frauen werden hier bezeichnet richtig oder also drei ausgangssituationen ja also das heißt einmal eine die wo wegen ihrem hohen alters nicht mehr menstruiert und dann andere frauen die wohl noch keine monatsblutung bekommen haben und dann diejenigen die wo schwanger sind sind drei verschiedene sagen wir mal frauen ok dann erklärt uns bitte das ich verstehe das total anders ok ja ich weiß aber wie gesagt man muss es deutlich lesen da steht am anfang und diejenigen von euren frauen nissa heißt frau eine frau ist man erst wenn man ausgewachsen ist das heißt wenn ich holama beendet habe pubertät erwachsen punkt 1 und es gibt frauen welche für es noch mal lest ihr welche für 65 4 und die frauen die natürlich dann erstmal ihre menstruation nicht mehr haben das sind natürlich dann frauen die in der menopause sind wir reden jetzt hier von der biochemie weil irgendwann tritt die menopause bei einer frau ein dank dass sie ihre tage nicht mehr hat aber es gibt es auch frauen die verspätet ihre tage bekommen wenn man zum beispiel 18 oder 20 ist noch nicht ihre tage hat es gibt es medizinische fälle denn allmach erschafft was er möchte das ist philosophie was das ist fakt es ist wissenschaftlich bewiesen und ich rede hier von biochemie und biochemie ist keine philosophie du redest von allgemeinen allgemein nein wie oft kommt denn in der menopause obwohl eine frau zum beispiel in der menopause mit 60 ein kind bekommen warum hat letztens zum beispiel eine 64 jährige ein kind bekommen das ist die ausnahme du redest du redest von ausnahmen er ist ja er denkt ja über alles nach aber ich rede hier gerade von biochemie und biochemie alles gut alles gut alles gut saffern bist du fertig nein also hier steht ganz am anfang frau nissa und das ist fakt das heißt man muss erwachsen sein man muss aus erwachsenem alter draußen sein punkt nummer eins punkt nummer zwei steht danach wenn sie keine mutans blutung hat es gibt fälle zum beispiel eine frau beispielsweise sie keine ahnung sie hat eine ziste ja oder eine krankheit dann hat sie auch nicht mal ihre tage dann soll man trotzdem warten versteht ihr was ich meine darum geht alles gut alles gut alles guter frauen jetzt haben wir es verstanden wie du von was du ausgegangen bist jetzt stelle ich dir noch eine andere frage liebe safran diesbezüglich hat mohammed eiche mit sechs jahren geheiratet ja oder nein 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 das ist lüge das ist satanische das ist satanische hadise sikario es gibt eine überlieferung dass sie 19 war auf meine seite ist dritte video guckst ja das sagt bis zu schiiten bis zu schiiten nein aber du redest genau die ist eine traditionalistische glaubenslehre wir reden hier vom koran sunniten gehen nicht nur mit koran sunniten im andere quellen wir reden aber nur von koran und koran sagt 46 sagt ja ganz klar das heiratsalter wann es bestimmt ist und ich kann ja auch weitere verse nehmen weil du musst holama beendet haben dann musst du es schätzt bekommen um überhaupt heiratsfähig zu sein liebe safran es gibt so viele in den muslimischen ländern die wo kinder heiraten und offiziell sie heiraten dürfen richtig kommt es warte mal kommt es von einfach so irgendwo daher oder kann es doch laut diesen schriften angewendet werden ich sag dir woher das herkommt es kommt von der lüsten der menschen das kommt von den gelüsten der menschen weil das geht aber laut schau mal her schau mal her wir sind ja nicht alle dumm hier lesen mir das auf deutsch auf dem deutschen sagt schau mal her ich lese es dir noch einmal vor also wir sind ja nicht blöd wir können auch abstimmung abstimmen diesbezüglich was da drin steht deutsche leute fragen die wo sich überhaupt nicht mit den schriften auskennen laut dieser aussage hier und diejenigen von euren frauen die keine monatsblutung mehr erwarten wenn ihr im zweifel seid so ist ihre wartezeit drei monate und ebenso derjenigen die noch keine monatsblutung haben ich garantiere die 99,9 prozent der deutschsprachigen menschen die wo sich mit der schrift nicht auskennen werden sagen das sind kinder damit gemein also wenn das 99 99,9 prozent der deutschen 99,9 prozent sagen obwohl 99 prozent dann kann ich nicht dafür dann ist es wirklich tut mir leid dann hat es wirklich was mit dem gedenk zu tun da steht 99 lasst mich doch ausreden 99 prozent 99,9 prozent der deutschsprachigen die wohl nichts mit diesen religionen zu tun haben wenn sie diesen text lesen werden sie sagen das sind kleine kinder damit gemein wie kann man die frauen schau her und du interpretiert hier irgendetwas philosophisches rein wo du gar keinen halt hast steht doch die noch nicht die noch nicht ihre demonstration haben die noch nicht versteht was was heißt denn die die noch nicht das heißt das nicht keine 18 jährige gibt es die eine die noch nicht menstruiert haben okay zeigt mir vom koran ich kann kein babys heiraten ja habe ich doch gerade gesagt du bist doch alles vom koran hallo aber gut ganz ehrlich mal ich rede die ganze zeit und habe zehnmal gesagt 46 das geht um erbe das geht um die weisen da geht es da geht zum erbe aber die kriegen die ihre ihre erbe erst im heiratsalter was ist der heiratsalter aber das steht prüfe sie das heißt ja ja bis zum guck mal dann kriegen sie ihr ihr ihre erbe ab dem heiratsalter jetzt frage ich dich wenn ich zu dir sagt wenn du in deutschland lebst und sagst und ich sage zu dir gibt deine kinder das geld erst dann wenn sie führerschein alter erreicht haben wie alt ist das denn hier in deutschland wenn ich zu dir sage du bist in deutschland und ich sage zu dir gibt denn ihr geld ab dann wenn sie den führerschein haben dürfen ab diesem alimo der koran ist nicht heute entstanden der koran ist 1400 jahre entstanden verstehst du und 1400 jahre dein koran stand von da und muhammad hat ein sechsjähriges mädchen geheiratet und wenn da drin steht dann willst du mir erzählen dass 99 prozent alle muslime die sunniten natürlich sind ja und links daher haben diese ganze versen die araber sind und die die einfach die arabische besprochen wir haben alle falsch verstanden außer ihr beiden habt ihr diese sprache richtig verstanden das musste ich habe euch gesagt vorhin ihr habt ihr genauso wie ihr verstehen wohl ist es toll ist es toll aber du kannst das nicht so nehmen dass du sagst das ist so das ist aber nicht so mein lieber so ist es geschrieben da sind kinder und auf diese wenn wir richtig liegen was ist denn dann ganz kurz werden sie von dir von deiner soße mehr als die andere soße darf ich was sagen ich würde dem alimo das noch auf türkisch vorlesen wollen er türkisch versteht ja türkisch versteht ja also suri 65 vers 4 adetten kesilmiş kadınlarınızla alakalı bir şüphe düşerseniz onların in der tüde 3 aydır adet görmeyenler de öyledir adetten görmeyenler der görmeyenler de öyledir ne demek oluyor was haltet görmeyenler die noch ne demek oluyor die keine menstruation haben fertig ja wir sind dann die keine menstruation das sind kleine kinder da steht auch sogar guck mal wenn wir nicht verstehen diese hat diese nichts verstehen ja und alle will nicht verstehen also ihr wollt mir ihr beide erzählen dass ihr das alles verstanden haben ich eine frau bin will ich auch am meisten reden weil es hier um frauen geht und erstens es sind nur männer du wünschst dir dass meine liebe das habe ich dir vorhin gesagt du wünschst dir dass das so ist aber ist aber leider nicht ist aber leider nicht aber dann will ich einen direkten verraten mich doch bei dem punkt ausführen so erst mal es haben nur männer geschrieben welcher mann hat ahnung über die biologie der frau eine frau weiß besser bescheid mit ihrer menschen bravo deswegen bestätigst du dass der koran falsch ist weil er ein mann geschrieben hat und er wusste nicht was es die frauen was sagst du für diese ich gebe dir die andere warte mal diese surah die sagt sie ja wie entsteht denn ein kind so wie willst du denn wenn eine frau du du erzählst mir dass hier im koran steht erst mal entsteht den skelett und den skelett wird überzogen über 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 fleisch wenn du jetzt ein fehlgeburt hast gebärst du ein skelett bittichen man schaltet man endlich mal euer gehirne ein guck mal das ist doch eine fehler im koran dieser koran ist alles voller fehler ist alles voller fehler woher kommt woher kommt noch ein anderer vers woher kommt denn eigentlich die männlichkeit schreibt dir die alle auf und dann recherchieren wir bitte nach wo kommt die im koran sagt dir die frau hat ein die frau hat samen und wir von wo kommen diese samen von den frauen das sagte die hat samen und von wo kommen die samen von einer frau von überer rippe von ihr die oberer rippe wurde ihre ihre kette trägt da kann man die samen von einer frau und der mann kriegt da steht samen der samen müßigkeit nein da steht zusammen das steht und danach mit und steht das ist man mit wasser aus wasser und diese wasser von turban a traber und wir wissen alle dass die frauen haben keine sperma allerdings da hier wir haben kein sperma ist zweiten ist kriegt der mann der sperma von seinen von seinen rücken weißt du hinterher rücken und die frau kriegt ihre ihre sperma angeblich das ist sperma im koran kriegt sie ja ja muss da oben noch mal welche hast du gerade gemacht es bringt von einem thema zu einem anderen damit ich endlich auch kann man das weil diese ganze diskussion ist alles umsonst bei denen die wollen so haben ist doch schön dass er so hat aber kummer der koran ist alles fehler alles fehler du hast den gerade bestätigt das ist ein mann ist ein mann ist dings da hier geschrieben das ist ja keine gelegenheit zu argumentieren du bist du redest springst von einem thema zu thema wir waren bei uns ich zeig dir die fehler im koran ich sag dir was du gerade gesagt dass ich zeig dir ich bestätige ich bestätige was du gerade gesagt dass das sind die frau geschrieben haben das alles fehler sind will ich wissen wir waren bei vier sechs und jetzt bist du fünf weiter gesprungen über irgendwo hin verstehst du wir können nicht mal eine sache durch und durch kommen es muss man ja es ist gut ist es ist gut alles klar ist super aber safran guck mal so wie wir es verstanden haben direkt ja haben die das anders verstanden habibi wir haben nicht verstanden steht so drinnen steht so drinnen ich kann die ich lese dir was drinnen steht und du kannst die worte deswegen habe ich gesagt geht doch mal zu der liste was du gerade sagst und übersetzt mal was da drin steht ja das ist das sind alle fehler das kann doch was er sieht und liest ist richtig und was wir lesen und richtig ist nicht falsch das ist also die ganzheit dass wir sagen das ist falsch das geht nicht so ganz kurz die karo mama 65 vier auf bitte noch mal jetzt da steht wenn ihr im zweifel seid über jene oder frauen die keine monatliche reinigung mehr erhoffen wir sind diese frauen die alten die alte frauen noch wer noch nur die alten 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 und es gibt es das sind die frauen die nicht aus geboren das ist ich sage mir jetzt ein bilder und schuldig wenn ich das sage dass die nie eine monatliche reinigung mehr haben das sind die frauen und das sind nicht ich bin minderjährige mit schien gemeint ist das problem ist im fers weiter das problem ist dann liest doch mal ein weiter dann liest doch mal nicht nur die fers doch mal weiter wir bleiben doch erst mal wenn ihr im zweifel seid über jene oder frauen die keine hier gibt es keine probleme hier gibt es keine probleme stopp mal schwester schwester saufmann bitte ja kannst du mir bestätigen welche frauen sind das einmal die ältere frauen und es gibt frauen die aus geboren also wenn die erwachsen sind und monatliche reinigung haben oder ja ihre menschen einige können auch nicht menstruieren natürlich das merkt man das merkt man in welcher alter dass sie nicht menstruieren wenn sie ausgereift sind haben aber noch zum beispiel nicht ihre tage bekommen oder auch später aus krankheitlichen bedingten sachen ist es jetzt hier ich weiß nicht wieso ihr dann jetzt meint das sind kinder gemeint an war du kannst heutzutage sogar die frau kann sich sogar operieren lassen dass sie gar nicht mehr fast ihre menstruation kriegt wenn die heiratet und heute scheiden lassen will wie willst du sich scheiden lassen okay was machen wir mit denen das ist nicht scheiden lassen unterleib komplett rausnehmen lassen genau und dann haben sie gar keine gar nicht ihre tage wie sollen sie sich scheiden lassen würde nicht heute eine frau sagen okay ich kann mich gar nicht scheiden lassen weil ich gar nicht im koran steht ja gut aber leute leute wenn es gibt ein gesetz das gilt nicht nur vor ausnahmen das ist interessiert und das ist allgemein vor allen normalen menschen jetzt stoppen jetzt lesen wir weiter dann wisst dass ihre frist drei monate ist also das heißt es geht hier zu mir diese scheidungsverfahren das heißt frauen die jetzt keine monatliche reinigung haben oder welche die auch schon haben die kommen im entscheidungsverfahren auch frauen die scheidung haben ob sie monatlich haben oder nicht hoffen ihre frist gilt drei monate jetzt kommen welche frauen mit 30 entscheidung mit 60 im entscheidung manche bekommen entscheidung vielleicht mit 55 die sollen aber drei monate sich zurückziehen zurückziehen heißt es nicht dass man sie sperren soll nein absolut nicht ja und das gleiche gilt für die die keine reinigung hätten das gilt auch für die ja und für die schwangeren soll ihre frist so lange wären jetzt achte mal während bis sie sich ihr bruder entledigt haben würde entledigt haben das heißt wenn eine frau zum beispiel scheidung ein reich ja und nach drei monate wird sie feststellen dass sie schwanger ist was macht sie dann an war an war hier ist klipp und klar gesagt und ebenso derjenigen die noch keine monatsblutung haben also das wird differenziert die frauen wir haben doch gerade von wir müssen das auf an war hier interpretiert so irgendetwas aus seinen gelüsten ist das auch hier nicht ich sage doch so da steht kein kindermann da ist das ist das ist das ist das ist was sagen bitte anwar 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 warte an lass mich alle morgen nur eine minute eine minute unterscheidet im koran er macht dort hätte er diese zweite satz nicht gesagt dann wäre diese komplett perfekt aber weil er das hat geschrieben und diejenigen die keine blutung bekommen er hat diese ganze satz so missverständlich gemacht ja von hier haben die leute verstanden das ist er meint nur die kinder weil wir sind welchen epileptischen anfall du sagst du kannst arabisch was steht da steht da steht da steht da bahn oder steht da nizza steht da bahn oder steht da nizza was bahn war es ja steht da steht da steht auf fall wirst du sagen nicht bei der abfall er ist alle alle alles vorgesehen alle alles vor nein 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 was hat der warte warte ist safra safra was hat der name von der schule was hat der name von suhrer war das ist diese artikel wann er vor dem benutzt man das die weiß doch nichts herrsel amir das ist mädchen artikel verstehst du darum geht das nicht da steht nizza du gehst von den namen von der schule meine liebe guck mal es gibt auch so steht da steht da steht doch sortel bakarach und sprechen sie von al bakarach im in in der surah was ist denn mit dir los darf ich darf ich kurz reden ja 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 so wenn ein kind die ist ja fünf jahre alt wenn sie heiratet ist sie noch ein kind oder eine frau erstes das darf sie nicht wir reden erst mal wir reden erst mal wenn dieser kind geheiratet hat sie ist ihre frau eine ehefrau ist sie ein kind noch oder eine ehefrau frau ist dies kind und sie darf noch nicht weiter mann das ist hier fünfjährige mädchen gemeint aber ich muss doch jetzt erst mal guck mal hier geht es doch um scheidung lassen wir doch erst mal lassen wir das ist ja erst mal er redet vom scheidung alle erredet von scheidung und wenn eine jetzt habe ich das extra aufgeschlagen nissa ikon und ja nissa ikon von euren frauen heißt es ja nissa ikon ja und das ist und nein 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 wir reden hier von frau und nicht von kind und wenn da drinnen nein das sagt also ich will nur sagen was du meinst du meinst du meinst das ist dann ist das heißt das ja nicht mehr kind nachdem du sie geheiratet hast ist sie automatisch frau deshalb steht ihr frau stimmt es galo ja richtig jetzt aber genauso wo wir die kinder ganz kurz bevor wir die babys heiraten scheiden lassen in diesem verkehr geht sie um scheiden können wir bietet sie erst mal heiraten befindet mir jetzt erst mal heiraten die kinder die baby ist die zweijährige will mir erst mal heiraten jetzt findet mir erst mal den vers aus dem koran wo steht die babys die kinder bitte heiraten weil da muss aber dann kinder stehen dann nichts mehr sein wenn ich sie heiraten muss okay kein problem kein problem finde mir finde mir ein vers aus dem koran wo steht der alter ja dann gehe ich runter dann gehe ich runter du hast sowieso nein nein du hast sowieso keine argumente verstehst du ihr habt keine argumente die ganze zeit was ich nur höre ist eure spekulation ihr geht nicht mal auf diesen einen wort du spekulierst das sind fakten das sind fakten geschriebene fakten das sind geschriebene fakten das sind geschriebene fakten und du du willst ja diskutieren und philosophieren verstehst du alle hunderttausend millionen menschen haben falsch verstanden nur du hast richtig verstanden und alimo zu dir ja mein lieber du hast gefragt welches oder ist das wurde einfach knochen ich habe dir zwei suren gebracht eigentlich diese zwei suren ist ein knickbruch für den koran das ist ein knickbruch für den koran das ist ja ich wollte wissen wo das skelett steht das wollte ich genau das ist oder total du musst du weißt du was total ist ich glaube ich weiß also bei uns noch mal nummer nummer vier oder sechs war das ich wollte nur mal nach der zeit der beschreibt ihr ganz genau was ist da sagte erstmal eine größe und sie sich so dass es okay gut oder 86 genau für 6 glaube ich oder entweder vier oder sechs was mich nicht irre und er sagt er ganz genau das war eine knochen und wir überziehen diese knochen mit fleisch später so das heißt wenn eine frau ein fehlgebot hat gebärt sie einfach ein skelett ich habe noch nie eine frau gesehen dass sie ein skelett geboren hat verstehst du noch nie in meinem leben so und das ist ein fehler ein kurdes lesen bruder ich wollte nur das mal bitte dann ließ mal bitte aber ihr entdeckt man sagt ihr ihr prägt oder koran wie er wohnt nein wir lesen den koran wir verstehen der koran wo der ist wie er geboren ist und wir verstehen den so wie wir lesen auf arabisch und wir haben auch die gelehrte die das sogar bestätigen dass es so ist wie wir sprechen wie gehen zu lisanal arab der sagt zu uns auch so geschrieben diese worte holen wir aus dem koran raus und lesen wir und genauso ich weiß das ganz genau aber wenn ihr ihn anders interpretiert und das ist eure interpretation nicht der anderen du nimmst der interpretation von anderen menschen woran du eigentlich nicht glaubt nein nein wir lesen wir sind das auch wir verstehen den arabisch ich und verstehen arabisch im gegensatz zu mir habe ich nicht zu tun ist der koran auf auf türkisch geschrieben und auf chinesisch geschrieben das gibt es doch nicht ich habe jedoch gerade gebracht einer der kurasische sprache geschrieben hat und der hat gesagt diese koran ist alles falsch also was willst du denn noch mensch soll allah kommen soll allah akbar zu dir kommen und sagt zu dir das ist falsch da unten da wirst du immer noch sagen die es falsch es gibt es doch nicht alter das kann doch nicht wahr sein junge das ist echt alter wie kann man so machen noch macht denn klar dass alles was ich kommen sie ganz hoch ist macht ihm eine rede das ist doch alles fähig man guckt ihr mal die ayat guckt ihr die ayat der sind grammatik fehler an diese bücher grammatik fehler in bücher tödliche grammatik fehler da sind verschiedene soren drinnen die eine gegen die andere ist einer sagt zu dir du sollst nicht machen die andere sagt du sollst machen was verstehst du denn da was willst du soll ich machen oder soll ich nicht machen der sagt zu dir lasse die jahoudin was aber man hat er dann auf dem bühne wieder sagte dass wenn ihr hut und dann andere sagt er hat das ganze bei nico leider alles ausgerottet verstehst du so ihr sollt egal wo er trifft auf die kaffee ihr sollt ihr ihr köpfe den weg rollen verstehst du was ist denn das vom koran der gegensätzlich alles widerspricht ein vers gegen den anderen ein vers gegen an der anderen und du willst mir denn denn so schön interpretieren wie du willst ist doch schön dass du daraus anders kriegst aber das ist nicht der richtige meinung ist ich kann auch tausend und eine nacht interpretieren der wolf der der dings da hier gegessen hat das war ein ganz lieber wolf der hat sie nur gefressen weil er sie beschützen wollte er hat sie in seinen magen reingemacht weil er die beschützen wollte von den anderen wölfe verstehst du so kann ich gerne auch interpretieren mein port macht mal euer gehirn einmal auf 99 prozent alle muslime glauben daran und ihr ein prozent da wollt ihr alles die ganze welt ändern weil ihr dann seid richtig und alle menschen die ganz arabisch kennen und die ganze arabische sprache studiert haben und die ganze archäologen und die kann die sind alle dumm alle dumm alle dumm ihr seid die einzigsten gehirn habt und die habt ihr so verstanden und habt ihr so rausgekommen mein gott schaltet euer gehirn mal ein ich habe euch beide gesagt es ist schön dass ihr so denkt verstehst du ich finde es toll dass ihr so denkt ich bin auch mit euch mit dass ihr so den aber so ist es aber nicht meine liebe wenn du die wahrheit siehst das ist nicht die wahrheit das ist deine interpretation was du da haben nicht ist was du nicht dass es so ist okay aber es ist aber leider nicht kommt zur wahrheit verstehst du nimm deine rote rosa brille weg und dann liest man dann richtig und du sagst mir was hat er mit arabische sprache zu tun wieso gehst du denn zu lisa arab wenn du denn nicht daran glaubst ist ein arab sagt auch nicht der korechische sprache er deutet auch nicht nur die arabische sprache wieso gehst du lisa namen geht doch zu chinesische bedeutung ist doch besser unglaublich unglaublich hatte seit drei stunden diskutieren wir und die kopie ist immer noch nicht was wir meinen wir haben nicht gegen dich gesagt wir sagen dein verständnis ist schön und gut wie du verstehst deine interpretation aber du kommst hier und sagst du zu uns dass wir so interpretieren wie wir wollen also das heißt du hast den fall richtig verstanden und alle 99 prozent der menschheit hat alles falsch verstanden super sehr schön weiter so sicario ich verstehe dich du hast den koran so gelernt aus der sunnitischen lehre ich verstehe dich wenn du sagst kommt zur wahrheit könntest du mir sagen was die wahrheit ist kein glauben kein gott oder gibt es eine religion wo man die religion so auslegt dass alle alle menschen in der gleichen meinung sind ob das jetzt biblisch ob das juden sind ob das hindus sind ob das buddhist sind gibt es so eine religion wir glauben daran dass das richtig ist wie wir denken wie du das denkst weiß ich nicht weil ich mir sagen arabische schrift ist nicht immer wichtig aus einem einzigen grund wenn die arabische schrift wenn diese sprache so ist wie du es sagst warum gibt es dann so viele araber die anders sagen als du das mit mich interessieren nur aus interesse du sagst so der andere sagt so der andere sagt wieder was anderes der andere sagt wieder was anderes was ist jetzt die wahrheit aller hat uns verstand gegeben wir sollen den koran verstehen wir verstehen den so ich weiß nicht wo das problem ist es gibt leute die verstehen das anders es gibt leute die verstehen das so ich meine wenn arabische schrift nicht so wichtig ist mich interessiert das mich interessiert ist welche von den araber die rechte haben die 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 richtige die richtige erklärung geben welcher ich finde ich kann dir sagen welche aber auch welche dürfte ich noch mal was solche und solche aber die moore alle moore guck mal ich guck mal normalerweise für euch niemals so eine unterhaltung mit denen aber bitte hast du koran bei dir ließ mir zwei versen und erklär mir erklär mir gar kein problem ist es okay ich komme nachher zu dir und erkläre ich muss gleich raus ich komme zu dir ich komme zu dir Carlo zu dir ich komme hoch und dann sag mir ich gucke ob ich es erklären kann wenn ich es nicht erklären kann kann ich nicht wenn ich kann ich erkläre ich gebe dir was ich weiß ich guck mal das problem ist wenn ich sage Sikario ich weiß nicht ob du dich dann angegriffen fühlst guck mal ich finde lieber nein du verstehst mich nicht im gegenteil ich mag dich sehr du bist ein intelligenter mensch auch weißt du ich mag dich nein es geht nur darum wenn diese aussage gemacht werden von safra dieser ja ihr interpretiert so wie ihr wollt verstehst du so das heißt ihr seid die mehrheit und wir sind die Männerheit die nichts versteht verstehst du und dabei ist es anders ganz andersrum ihr interpretiert den koran wie ihr wollt und ihr wollt ihr so schön machen ist doch schön und gut habe ich doch tausendmal gesagt ist doch schön und gut könnt ihr so behalten aber das ist nicht die wahrheit die wahrheit ist so wie der angeschrieben ist da sind gelehrten die die koranische koranische wie sie haben möchte diese koranische sprache gesprochen habe ich habe die auch genannt auch welche kannst du auch nachschlagen Taha Hussein Taha Hussein kannst du dann nachschlagen und gucken ihr habt alles falsch verstanden und ihr habt alles richtig verstanden darum geht es ja guck mal Sikario ich habe vorher auch zu dir gesagt ich habe gar kein problem damit wenn jemand den koran so versteht Gott sei Dank sind wir ich sage Gott sei Dank sind wir in der Minderheit weil der koran sagt die Mehrheit wird nicht in der Wahrheit stecken und von denen über die Hälfte und von denen die unter die Hälfte sind die Mehrheit ein Schild sterben wird deshalb ich glaube daran dass die Minderheit Recht haben wird deshalb sehe ich dass ich im Recht bin ich sage nicht dass du mich anlügst mit Absicht sondern ich sage du hast das so verstanden ich habe das so verstanden können wir uns nicht beide gegenseitig respektieren und sagen okay wenn du das so verstanden hast ist in Ordnung das sage ich dir auch Alemu ich respektiere dich und verstehe aber was mache ich mit den 90 Milliarden die da rumhängen und die wollen mich töten weil die diese Fersen anders verstanden als du was mache ich mit dieser Menschen was mache ich Guck mal einer wie du einer wie du ich kann mit dir zusammen rausgehen du weißt dass ich ein Muster bin ich gehe mit dir raus und ich trinke mit dir Kaffee du wirst mir nicht tun im Gegenteil wir setzen da und kein Problem aber einer der so niedrig das anders versteht kann ich draußen gehen und einfach mit denen für das Beispiel Nein Ja was machen wir denn damit okay dann was machen wir mal mit den Männern guck mal du bist nicht mal 0,1% wie ihr wie ihr denkt 0,1% und was machen wir mit den 99% was machen wir damit die sind einfach die Mehrheit und die die jagen uns zum Beispiel verstehst du was machen wir damit wir müssen Fakten wie man diese rosa rote Brille die muss man abwagen wenn ihr so seid dann geht ihr überall in Moschee dann geh du mal in dein Moschee egal welche Moschee Geh mal irgendein und sag was du gerade sagst mal gucken was sie mit dir machen und du weißt ganz genau was sie mit dir sagen oder was sie mit dir machen Guck mal das verstehst du was ich meine ja sogar vorher dazu ich habe dir dazu sogar gesagt du hast in diesem Sinn recht ich habe vorher gesagt ich wäre der vor dir du bist mutat ich wäre vor dir erst mal da oben am seil hängen das weiß Ja siehst du und ich bin froh dass es nirgendwo diese diese Scharia aber es liegt doch an diesem Buch mein bester aber das liegt alles aus diesem Buch das liegt unser Problem ist diese Ideologie dieses Buch ist unser Problem verstehst du diese Buch wieso hat diese Allah diese Buch erschaffen wenn die Menschen sich streiten und keiner versteht den genau richtig wie den anderen wieso was ist das für Allah verstehst du was ist das für Allah wenn er dir eine Irre führt verstehst du ich verstehe so du verstehst du so die Ahmadiyya verstehen die so Ismailiten verstehen die so die Durziten verstehen sie so so wen glaube ich denn nun steht im Koran dass ich einen Murtad töten darf Ja ja steht kann ich kannst du dann Kann einer bitte die Sura dann 4137 aufmachen Habibi deswegen sage ich dir jede Sura ist gegen andere Sura das ist das Problem im Koran diese Gegensätze eine Sura sagte zu dir nein nein eine Sura sagte du sollst ihn töten die andere Sura sagt wo ihr sie trifft sollt ihr töten deswegen sage ich doch diese Irre führen im Koran was mache ich denn damit was mache ich mit dieser Irre führende im Koran Ich sage Allah sagt in den Koran Religion ist bei Allah ist nur Islam wer andere Religion annimmt wir werden das von ihm nicht annehmen dann kam der Prophet er sagt ich wurde befohlen die Menschen zu bekämpfen wie sie dem Islam folgen Wir haben doch für jede Ayat eine Erklärung ein Tafsir Aber die sind Ayat Die glauben nicht an diese Tafsire mein Lieber das sind Koraniten Ja die sind Koraniten die glauben nicht an Tafsire Die Koraniten sind nicht falsch Wir haben den Koran falsch verstanden weil wir denken dass wir auf der Wahrheit sind du sagst du hast den richtig verstanden du bist auf der Wahrheit lass uns doch alle mal irgendwann mal sterben und vor Gott stehen dann sehen wir Aber vorher würde ich gerne noch was sagen Ja also ich würde mich die ganze Zeit angegriffen in Anführungszeichen jetzt nicht so aber die ganze Zeit wird über mich eine dritte Person geredet ihr redet die ganze Zeit ich wollte die ganze Zeit was dazu sagen Er hat die ganze Zeit Redezeit bekommen soweit ich anfangen zu reden wird es nicht zugehört Ich habe gesagt letzten Endes das ist deine Interpretation auch wenn du sagst du kannst Arabisch es hat nichts mit Arabisch zu tun denkst du nur jeder der Arabisch kann kriegt eine Rechtleitung die Rechtleitung Die Rechtleitung gibt es nicht Nochmal nicht meine Interpretation nochmal Ja aber du sagst nochmal du sagst nochmal dieselbe Fehler wiederholst du nochmal Deine Invitation das ist deine Invitation nicht meine das ist deine Hauptsache du redest nicht Lass sie doch ausreden Lass sie doch ausreden Lass sie doch ausreden Lass sie doch ausreden Sobald ich anfange zu reden du redest dazwischen aber kannst 3 Minuten gegen mich reden Ganz kurz bitte ganz kurz Lass sie mal die Sanktanz hat das Wort gehabt lass sie mal ausreden Hallo ganz kurz bitte Sikario macht deinen Nerven nichts kaputt. Wer macht Häuscherei und lügt wie derjenige war oben, ich schicke ihn wieder runter. Mach deinen Nerven nichts kaputt. Wenn die lügen, ich schicke ihn direkt runter. Bleib immer auf dem Thema. Wenn einer versucht, den Islam schön zu machen, ich schicke ihn runter, weil du holst den von Koran-Ferzeh. Und die wollen die Koran-Ferzeh lügen und die ihre Meinung sagen, das ist anders. So geht nicht. Ich mache alles sauber jetzt. Ich weiß nicht, von wo du jetzt gekommen bist, aber bitte lass mal die Leute debattieren, die vorher debattiert haben. Bitte. Okay. Also jetzt muss ich auch noch aufpassen, was ich sage, weil ich dann runtergespüßt werde. Sag, was du willst und wenn du dich runter, schmeißt du dich runter. Ich will das jetzt mal ganz ernst. Jetzt bin ich nicht über Koran-Ferzeh. Jack, Jack, lass die Leute unterbrechen, wenn ich rede. Jack, Alimut kannst du es gerne lassen. Safran, bevor du noch mal anfängst, ich sag dir noch mal, sag bitte nicht, du interpretierst. Ich sag, guck mal, wenn ich von rede, was ich rede, ich rede von ungefähr 1,5 Milliarden Menschen, die das so denken, dann sag nicht, du. Verstehst du? Also das ist nicht meine Meinung. Ich lese und verstehe und interpretiere, was da drin steht. Ich, Hut, Hut, die anderen Leute, die das alles verstanden, wir haben alle falsch verstanden. Aber sag bitte nicht, du, guck mal, ich habe auch nicht, wenn du sagst, du, das ist ja für dich eigentlich, dann musst du sagen, ich interpretiere so. Dann ist es okay. Aber sag nicht, du interpretierst so, weil du hast nicht verstanden. Wir haben das ganz genau verstanden. Okay? Bitteschön, da kannst du jetzt hier stundenlang reden. Bitte. Was ich sagen wollte. Faxmaschinen. Wer hat mich denn hochgeholt? Jeder fällt dir ins Wort, Alter. Lass die doch mal reden. Mach mal. Ich finde das wirklich krass, wirklich. Jetzt sind wir mal ganz ernsthaft. Was soll denn das die ganze Zeit? Macht ihr das, weil ich eine Frau bin? Ihr redet die ganze Zeit von den Islam, ja, dass die keine Frauenrechte haben. Ihr macht es die ganze Zeit hier oben und redet die ganze Zeit daneben. Ihr seid es genau. Ich bin ein Safflan, du hast halbe Gehirn, deswegen. Das ist echt voll heftig, was ihr macht. Das ist extrem. Die denken, du hast halbe Gehirn. Ihr spiegelt genau das, was ihr die ganze Zeit anprangert. Ich will reden, die ganze Zeit werde ich unterdrückt. Warum? Und dann redet ihr über den Islam. Es ist nicht der Islam. Safflan, du redest seit drei Stunden, hat dich keiner unterbrochen. Jetzt mach mal bitte. Ja klar, also ganz ehrlich, zum Glück ist es aufgenommen und Gott ist mein Zeuge, dass es nicht so ist. Was ich sagen wollte letzten Endes ist, dass ich habe gesagt, dass jeder seine eigene, das, was er für am besten für sich hält oder aber am richtigsten für sich hält, nachdem er es gelesen hat, dementsprechend wird er danach gehen. Aber die Mehrheit ist leider so, weil die Mehrheit mal diese Interpretation oder Auslegung hat. Natürlich bedient er sich dessen Quellen und geht auch danach. Es heißt aber auch, wer sich denn so bemüht wie ich zum Beispiel, dass ich auch andere Quellen vergleiche und lese, dass ich dadurch mein Fazit mache. Das, darum geht es ja. Aber es heißt jetzt nicht, letzten Endes ist es aber die Interpretation. Was soll ich dann sagen? Ich kann es nicht die Mehrheit, das da sagt. Es ist richtig. Damit willst du mir am Umkehrschluss sagen, dass das, was ich gelesen habe oder was ich nehme, ist falsch. Verstehst du, darum geht es einfach nur. Das weißt du nicht. Das will ich sagen. Jeder hat eine andere Auslegung von den Gelehrten. Jeder, wenn er Koran liest, liest in etwa was anderes heraus. Die Kunst ist aber da drin, sage ich mal, die Hikma rauszuholen aus dem Koran und nicht aus Tassir. Und das mache ich zum Beispiel. Ich verbinde die Aya miteinander und führe den Nenner, weil Allah sagt ganz klar, es gibt keinen Widerspruch. Und wenn kein Widerspruch existiert, dann ist es meine Aufgabe, wenn ich gläubig bin, weil die ist es eine Rechtsleitung für die Gläubigen, dass ich keinen Widerspruch finde. Und so ist es in der Religion. So, und wenn du jetzt anders interpretierst oder jemand anders, dann ist es sein Problem, nicht meins. Jeder sein Glaube, mir mein Glaube, sage ich nur dazu. Jetzt würde ich auch gerne mal was sagen. Ich bin schon länger hier drin und habe noch gar nichts gesagt. Also zu der Safran, mein Glaube und dein Glaube oder ich interpretiere ihr so, wie ich das möchte. Also laut Koran darf man, also den Koran darf man nicht interpretieren. Man muss das 1 zu 1 übernehmen, so wie das da drin steht. Und ein Iman oder ein Scheich, ich weiß nicht genau, der hat gesagt zum Beispiel mit der Kinderehe, das steht so da drin, Ayshe war 5 und die war 6, als sie geheiratet wurde und mit 9 haben sie eben die Ehe vollzogen. Wir reden nur über den Koran, nicht über Hadith. Das steht nicht im Koran. Danke. Und warum hat das dann ein Scheich gesagt? Der Scheich ist unter meine Füße. Okay, ja, das ist dann... Unter deine Schuhe. Okay, dann gehen wir darauf zurück hier mit der Scheidung. Wenn da steht... Lass mal schon alles kurz, Bruder, du bist zu spät gekommen. Lass mal. Gepard. Lass die anderen reden. Auf jeden Fall steht da nicht Frau, sondern, naja, also... Du bist zu spät gekommen, Gepard. Jungs, Jungs, Safran, jetzt möchte ich hier Zure 14, Vers 4 vorlesen, aber es ist komisch, das wird nicht jetzt... Und wir haben keinen Gesandten gesandt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen die Botschaft klar macht. Allah lässt dann in die Irre gehen, wen er will, und leitet Recht, wen er will, und er ist der Allmächtige und Allweise. Jetzt lesen wir zur Verbesserung noch, zum Klarmachung, in der Sura 43, Vers 3 weiter. Du hast ja gesagt, man muss es ja natürlich für sich selber raussuchen alles hier. Was sagt jetzt hier die Sura in Vers 3? Wir haben es ja zu einem arabischen Koran gemacht, auch das ihr begreifen möget. So, und hier, meine liebe Safran, es ist jetzt alles unsinnig, was du weiter sagst, diesbezüglich. Die Araber können es verstehen, du nicht. Ganz einfach. So, Aram, wenn du schon vor Kamera bist, am Aram, du bist gerade vor Kamera. Ein Wort nochmal. Also, du hast gesagt... Nochmal? Du 60, 8, bitte, wenn du schon vor Kamera bist. Ja, mach mal. Guck mal, Safran, du hast doch gesagt, du hast jetzt verstanden, und die Araber heißt das, wenn du auf Arabisch liest, das heißt das nicht, dass du irgendwas verstanden hast. So, das heißt, wenn der Koran jetzt auf Türkisch gekommen ist, und ich verstehe kein Türkisch, und ich komme jetzt zu dir als Türkin, und versuche dir jetzt zu erklären, was auf Türkisch da entsteht, obwohl ich diese türkische Sprache nicht mal verstehe, ja? Was würdest du denn zu mir sagen, bitte schön, deine Meinung? Was würdest du denn zu mir sagen, da steht der Vers im Koran, was er dir gerade gesagt hat, wir haben den gesendet auf arabische Sprache, verständliche arabische Sprache, nicht auf türkisch, auf arabisch. Das steht da aber nicht, er hat gesagt, ich bin im Koran, steht aber, ich sag dir diese Vers, und dieser Vers steht in der, Safran, lass doch bitte mal den Aram-Bruder, den 60. Vers. Er hat doch gerade was zu mir gesagt, wieso darf ich denn keine Stellung nehmen? Weil das abgebrochen wird, was ich denn hier vorzeigen will. Allah verbietet euch nicht gegenüber diejenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft, und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss Allah liebt die Gerechten. Kannst du auch die 437 lesen? Ganz kurz, und dann gehe ich runter. Das könnt ihr ja gerne gegen die Leute verwenden, wo sagen, dass sie... Hier 100? 137. Gegen die Leute verwenden, die wo doch immer sagen, wenn einer Murtad ist, darf man knicken. Warum wird das nicht scharf? Jetzt, gewiss diejenigen, die gläubig sind, hierauf ungläubig werden, hierauf wieder gläubig werden, hierauf wieder ungläubig werden und dann an Unglauben zunehmen. Es ist nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Und was steht im nächsten Vers? Verkünde den Heuchler, dass es für ihr Schmerzhafte bei Allah gibt. Also, wo darf ich denn jetzt, wenn einer Murtad wird, laut Koran, irgendjemandem was tun? Wem denn? Ich darf niemandem was tun. Ich muss mit jedem gerecht leben. Lies mal Sorte Taube Nummer 5. Genau das ist für Murtad. Die Sorte Taube Nummer 5 ist genau für die Murtaddin. Und das ist dieser Vers gegen Murtaddin. Ich habe die schon tausendmal gegenseitig gesagt. Alle Mor, alle Mor. Kennst du Ubay ibn Ka'ab? Dann, ja, lies mal bitte. Ganz kurz. 9,29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Okay. Gehen wir jetzt zu 5, nein, zu 10,99 bitte. Warte mal, was hast du denn davon verstanden? 10,99. Ich gebe dir Antwort mit Vers. Nein, du brauchst nicht zu verstanden. Diese Vers ist da. Wenn du ein anderes Vers hast, dann bestätigst du, ja, dann bestätigst du, dass der Koran gegensätzlich ist. Nein. Das ist, was ich die ganze Zeit sage. Guck mal. Ein Vers sagt zu dir, ihr sollt die töten. Wir lesen hier ein. Hutt, 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 hutt. Ganz kurz. Hutt und Habibi. Fahirmon Habibi. Allah und Jani Rasi, Wallah. Guck mal, du zitiert Verse, die du sagen, du sollst lieb sein, du sollst alle lieben, alle sind nett. Ich kann dir Verse jetzt zitieren und sage, du sollst gehen, alle umbringen, alle bekämpfen, alle vertreiben. Aus Koran. Aus Koran. Aus Koran. Guck mal, ich fange mit Safran. Soll ich ihr ein Vers zitieren? Sie hat gerade gesagt, ihr habt eure Religion und wir haben unsere Religion. Okay? Sie hat so behauptet, ja? La kum dina kum muliyadim. Ja? So, jetzt in Al-Umran, Vers 19 steht, inna dina inda Allahe al-Islam. Religion ist bei Allah nur Islam. Richtig. In Al-Umran steht, wer andere Religion außer Islam annimmt, wird von ihm nicht akzeptiert. Richtig. Das ist, jetzt jeder hat eine freie Wahl oder nur Islam. Guck mal, heißt, dass ich dich richten darf? Nein. Warte, wir kommen noch zu diesen Versen. Warte, das ist nur ein Schritt zu den anderen. Erstmal, erstmal, die erste Frage, wird von dir angenommen, außer dem Islam, wenn du eine andere Religion nimmst, außer dem Islam? Allah sagt nein. Ja, bravo, jetzt kommt mal weiter. Mach weiter, Autot. Jetzt, Allah sagt, du hast gesagt, das heißt, es ist kein Problem, wenn du nicht für die Ungläubigen sein, aber an einem anderen Platz Allah sagt, die Ungläubigen sind unrein. Okay. Nehmt die Juden und die Christen nicht als Schutzherren. Was bedeutet das jetzt? Soll ich nicht zu ihnen sein oder soll ich nicht? Ich nehme sie nicht als Schutzherren, aber ich nehme sie, guck mal, da steht im Arabischen was nochmal? Ja, aber was heißt, guck mal, Ja, aber was heißt im Arabischen diese Schutzherren? Aulia. Aulia. Ja, ich soll sie nicht als Aulia nehmen. Steht da, dass ich sie nicht als Freund nehmen darf? Ja. Aulia ist Freund. Ist auch Freunde, ja. Schutzherren und Freunde sind anders. Weißt du was? Herr Gottes Segen, jetzt mal. Aulia und Freunde sind anders für mich. Guck mal, wenn du jetzt Aulia als Schutzherren nimmst, ist ja noch schlimmer. Das heißt, du kannst ja nicht in Deutschland... Hallo. Aber Sicario, guck mal, wenn ihr doch, wenn ich doch mit jemandem hier, ihr liest ja hier Verse, wo es irgendwelche Leute, irgendwelche Götzendiener gibt, dann nehmt ihr andere Verse. Nicht Götzendiener, mein Lieber, er sagt ja Aul al-Kitab. Wer ist es, Aul al-Kitab, Götzendiener? Wenn ich dir, ich habe dir gerade mal ein Vers gelesen, Soorte Taube Nummer 5. Lies ihn bitte, Aram, lies ihn bitte Soorte Taube Nummer 5 nochmal, damit die wirklich endlich mal verstehen. Ich hatte doch schon gelesen. Okay, dann gehen wir... Ja, aber was sagst du zu dieser Sura? Soll man die abschneiden vom Koran und verbrennen? Ich gebe dir doch ein... Ich gebe dir doch bitte... Ich gebe dir ein... Alimo, da siehst du doch die Gegensätze im Koran seit einer Stunde. Da gibt es eine Sura, du sagst zu dir, die soll nett sein. Die andere Sura sagt, genau diese Leute, die soll nett sein. Jungs, noch zwei Suren lese ich und dann könnt ihr weitermachen. Jetzt, pass auf. Sura 9, Vers 5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem... Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen, gewiss Allah ist all vergeben, warm und herzlich. Jetzt lesen wir die Nummer 1 auch noch. Eine Lossagung von Seiten Allahs und seines Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern, denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Okay, haben wir jetzt aus der Sura 9, die was 128 Verse hat, haben wir zwei gelesen und du hast mir den Koran erklärt. Okay, könnte ich dich fragen, Aram, könntest du 10, Sura 10, 99 auch lesen? Die 9 kamen vor, die 10, die 9 kamen nach der 10. Die 9 kamen nach der 10? Genau. Ist hier kein Problem, ist hier kein Problem, das wisst ihr, ich weiß es nicht, aber ist egal. Und deswegen, und 9, 1 sagt, ja los, sagen... Das kannst du mir nicht aus dem Koran beweisen. Allah sagt im Koran... Ich lese nur Verse. Ja, ja, im Koran sagt Allah... Bekämpft, so wie sie euch bekämpfen. Nein, nein, lass mich reden. Ich rede auf Arabisch und dann übersetze. Bekämpft alle Muschreki, bis das Wort Gottes ist das höhere Wort und die Religion nur bei Allah ist oder für Allah. Das heißt, nur Islam regiert. Verstehst du? Absolut. Das ist auch ein Feld. Okay, 10, 9. Du hast keine Chance. Ich habe mehr Chance, als du denkst, aber ist ja kein Problem. Diese Art Taube, Surat Taube, das ist eine Kriegserklärung. Das ist drinisch. Da wirst du keine, keine, keine Ausrede ausreden. Kommt, man ist hier ausreden. In Rene, in Rene verlangt Allah von Muhammad. Ihr sagt, aus dem Kriegserklärungsferse wollt ihr mir jetzt beweisen, dass ich jeden Ungläubigen töten darf. Da steht aber jeden Ungläubigen. Warte, Sekar, Allah sagt, Allah befehlt Muhammad in dieser Surah. El-Musjdeqin. El-Musjdeqin sind bestimmte Musjdeqin. Das weißt du als Darabar. Nein, El-Musjdeqin sind Al, alle, alle, El-Musjdeqin. Nein, nein, El-Musjdeqin sind die. Alle, die gegen Gott sagen. Bruder, dieses El ist nur der Artikel. Damit sind die gegen El-Musjdeqin. El-Musjdeqin heißt das, das ist die Artikel dafür. El-Musjdeqin heißt bestimmte. Ali, 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 der Fadi wollte gerade sprechen. Okay, gehen wir auf die 10, 99. Ali, eine Sekunde, der Fadi wollte gerade was sagen. Bitte, bitte. Ja, Gottes Segen ist, Mann, alle. Ich finde es sehr schön, dass sie jetzt die Koraniten mit den Christen und alles und die Nichtgläubigen an Gott zusammen so sprechen. Aber ich würde mal sagen, so die Dame oder Adi und so weiter. Danke dir, Habibi. Auf jeden Fall, der Koran ist einfach so ein Mischmasch, weißt du, für jede Zeit anpassbar und dann, wenn es nicht zeitbar anpassbar ist, zum Beispiel für die Kriegserklärung, das war damals und so weiter. Weißt du, das ist das nun leider so. Der Koran ist einfach gekommen, er hat viele Verse zu guter Zeit und schlechter Zeit. Weißt du, das ist so umblättern, wie es dir passt. Wenn du willst, die Leute bekämpfen, dann lest du die Kampfbefehle. Wenn du die Leute Frieden hast, hast du dein Glaube. Ich habe meine Glaube. Verstehst du? Und damals war Mohammed auch in Schwachstelle, wo die ihn verfolgt haben, kam er zu den Christen und sagte, ja, ihr habt eure Glaube, ich habe meine Glaube, weißt du. Wer stärker geworden ist, hat er den Schwert auf den Nacken gegeben, er sagt, wollt ihr meine Religion verfolgen oder nicht? Dann müssten die meisten Jizia, deswegen bin ich noch Christ geblieben in Syrien, weil mein Vorfahren die Jizia bezahlt haben, weißt du. Okay, aber guck mal, dafür kann ich dir doch zum Beispiel, ich habe den Aram gefragt, kann er mir mal bitte die Sure 1099 aufmachen? Natürlich, lieber Bruder. Ja, danke. Alimo, eine Frage habe ich noch. Eine Frage, ich mache das gleich auf, ich habe ja sowieso aufgemacht. Ich habe nur noch 2% Akku, das habe ich. Okay, Alimo, in welcher Sure steht, ich habe heute eure Religion abgeschlossen, welche Nummer ist das? In der Al-Mahida, glaube ich. Sur del-Mahida. Malida 3, vonkommen heißt es da. Und die 1099 wollte ich nur, bevor mein Akku weggeht. Jetzt reden wir und dann bin ich auf einmal weg, dann heißt es, der ist weg. Nein, nein, alles gut. Nein, Bruder. 1099 haben wir gesagt. Genau. Wenn du dich auf dein Handy draufsetzt, dann geht Akku hoch. Und wenn dein Herr wollte, würden für wahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden, willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? Das ist eine Frage, willst du sie dazu zwingen? Nein, darfst du nicht. Wenn wir den Koran komplett lesen, verstehen wir, dass es hier kein um irgendwas Zwang geht, sondern wir nehmen aus Versen oder viele Menschen nehmen die Verse und sagen, hier steht töten, hier steht Nackentherapie, hier steht dies. Ja, es steht drin, aber wir müssen den Koran bitte mit dem Kontext lesen, um ihn zu verstehen. Ich habe ihn so verstanden, Sicario. Ali Mohabibi, was habe ich dir von Anfang an gesagt? Ich weiß, was du dir gesagt hast. Aber guck mal, dieser Vers, was du gerade lest, welcher Sura ist denn das? Das ist diese Sura, genau. Und pass mal auf, welche Sura ist gekommen, zum Schluss hat sie alle abrogiert, Sorte Tauber. Abrogiert gibt es nicht bei uns, Bruder. Es gibt nicht, es gibt nicht. Das gibt es doch nicht. Deswegen sage ich dir, mein Lieber, mein Freund, deswegen sage ich dir, dieser Koran, es ist voll die Gegensätze. Du hast von uns jetzt fast 10 Ayat gehört, alles mit Töten. Und du kommst mir für 3, 4 Ayat, genau, genau. Und du gibst mir 10 Ayat, das ist einfach nicht mit Töten zu tun, immer Friede. So, nun, ich stehe in der Mitte. Was nehme ich mir? Das ist ein Supermarkt. Ich sage dir was. Ich nehme mir was, was mir gefällt. Nein, Sicario, guck mal. Das ist doch so, mein Lieber. Nein, guck mal, Sicario, dann nehmen wir das. Wir nehmen den kompletten Koran, verstehen ihn, mit Versen aufzudecken und zu lösen. So verstehe ich, dass Sicario... Weißt du, was du machen musst? Dann nimm den Koran, nimm dir die alle Suren, was wir dir gewissen haben, reiß sie aus aus dem Koran, druck mal einen neuen Koran, nur mit den schönen Versen, und ich bin der Erste, der wieder zu dir zurückkommt. Was heißt du denn davon? Okay, was machen wir? Ich mache es besser. Ich reiße sie nicht raus, und ich erkläre dir den Koran trotzdem, sodass du zurückkommst. Kannst du nicht, mein Lieber, kannst du nicht. Ich habe den viel zu viel gelesen, und mehr als du tausend Jahre, glaubst mir einfach. Und wir haben den verstanden, ich und Hut, Hut, weißt du, wir haben den schon auswendig so im Kopf schon, verstehst du, was wir haben. Richtig, glaube ich. Und deswegen, da kannst du dich rausnehmen. Es sei denn, wie gesagt, da musst du den Koran nehmen, dieses Suhr alles abreißen, wegschmeißen und neuen Koran, und dann sage ich, okay, ihr habt recht, dann ist der hier reformierte Koran, was wir davon in diesen Jungs reden. Der Koran ist richtig, und der ist reformierbar, und ihr könnt mit denen leben. Diese Menschen sind ganz so mit denen leben. Sie wollen nur Gott anbieten, sie wollen sich nicht einmischen und die andere Leute töten. Fertig. Alimo, vielleicht bekommst du heute Abend, im Schlaf mal hier. Kann noch sein. Nein, geht nicht. Aber ich will trotzdem zu euch sagen, wir werden nach dem Koran gehen, haben gegen andere Menschen. In Surat al-Tauba, diese Surat Nummer 9, Allah gibt den Befehl von Muhammad, auch mit denjenigen, mit denen der Vertrag, Friedenvertrag unterschrieben hat, dass er den Vertrag rückgängig macht, und ihnen zwei Monate oder drei Monate Zeit gibt, dass sie weg, und danach Krieg weiter. Ja, also, diese Surat al-Tauba, das ist der Hammer im Koran. Okay, guck mal, wie gesagt, wir können nie auf einen Nenner kommen. Nein, ihr habt den Koran so verstanden, ich habe ihn so verstanden, ich wünsche jedem trotzdem, dass er, bevor ihr stirbt, noch so weit geht, dass er, inshallah, alle im Paradies sind. Ich wünsche jedem das Schöne. Ich gebe dir ein Beispiel, ein kleines Beispiel. Mehr will ich nicht sagen. Ja, wie der Koran ist. Koran ist wie ein Messer. Allah gibt dir dieses Messer in der Hand. Und manche Sätze im Koran sagen, geh mit dem Messer und schneid dir Obst und Gemüse aus dem Baum, mit diesem Messer zum Essen. Und andere Verse sagt, geh mit diesem Messer und töte diese Menschen, die da sitzen. Sie nerven mich. So, jetzt, du bist der Mensch, du hast dieses Messer. Wenn du richtig Mensch bist und du willst nicht töten, dann bist du im Konflikt. Soll ich zuhorchen, was mir Allah sagt, gehen da, oder soll ich nur Essen damit holen? Oder soll ich das Messer zur Seite legen und ich brauche das gar nicht? Ich sage, ich schalte meinen Verstand ein und töte niemanden. Und ich sage zu Allah, ich habe niemanden getötet, weil ich das so verstanden habe. Wenn ich dafür bestraft werde, dann bestrafe ich mich. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist richtig. Das ist so, ist richtig. Aber jetzt, du musst alle Hadithe, die von Mohammed aberkennen. Ich, ich, es sind alle, diese Hadithe, was alle gegen dir spricht, sind unter deine Schuhe. Und das heißt, du bist nicht Muslim. Also, du bist kein Muslim. Okay, da bin ich, da bin ich ein Kerl für den Menschen. Oh, meine Akku ist gleich weg. Ich weiß, aber ich... Eine Sury würde ich gerne vorlesen. Lieber Ali Mohr. Ja, jetzt ist er weg. Wo sind die alle? Sind die alle weg? Ja, es ist... War zu viel für dich. Zu spät, wir wollen nicht schlafen. Ich muss auch gleich raus. Also, ich mache noch 10, 15 Minuten. Dann nicht raus. Hey, also, guck mal. Ich persönlich finde Anfall viel schlimmer wie Tauber. Ja, es gibt so... Anfall ist viel, viel schlimmer, weil das ist der Unfähigkeit. Der zeigt Unfähigkeit. Tony, lesen wir dir... Bei Tauber kann man noch irgendwie, irgendwo kann man noch sagen. Guck mal, weißt du, ich war ja auch Koranit. Ich sage, bei Tauber kann man noch finden, ja, okay, gut, wie gesagt, die waren ungerecht. Weißt du, da muss man kämpfen, da, wie, wo, wo. Aber Anfall, da macht er Fehler. Das ist das Problem. Ja, da täuscht er, da macht er Fehler. Guck mal. Da kommst du nicht raus, Anfall. So würde ich nicht sagen. Ich wollte vorhin nicht sagen, weil, die sind meine Freunde, weißt du. Ja, so würde ich nicht sagen. Aber auf Stream mit denen mache ich nicht da. Aber 33, 27 ist auch sehr, sehr schwierig. Das ist das, was die, guck mal, was die Israelis gerade in Palästina machen, steht bei 33, 27. Dass du ihre Häuser dann nehmen kannst, wenn du sie bekämpft hast, verstehst du, und ihr Gut und Hab. Genau das steht da drin, weißt du. Und das habe ich gesehen, habe gesagt, das kann ich sagen. Guck mal, Surat in Nisa immer, ihr geht auf die Verse unten, die mit den Frauen geht. Aber der erste Verse in der Surah ist eine wissenschaftliche Katastrophe. Ja. Allah sagt, Allah sagt, oder behauptet, dass ihr alle Menschen aus einer Seele geschafft habt. Und wir wissen biologisch, das ist unmachtbar. Das kann nicht, dass alle Menschen aus einer Seele. Du kannst nicht eine Herde von Tieren aus einer, so ein paar Tiere machen, weißt du. Das heißt, wenn sie weniger als, keine Ahnung, 500 oder 1000 sind, sind bedroht. Und Allah sagt, dass ihr die ganze Menschheit aus einer Seele. Also ich frage mich nur eines Jungs. Allein die Surah 65, Vers 4. Wie kann ein Mensch, der wo ganz normal denken kann, der ganz normal denken kann und das anders interpretieren, so wie es dasteht. Wie funktioniert das? Ich verstehe das nicht. Aram, also Hut, Hut, ich sage dir eine Sache. Du bist ein Prophet, dass du so viel Geduld hast. Also ich habe auch heute, habe ich mich so festgehalten. Also so viel Geduld habe ich nicht, verstehst du? Und du hast so heute wirklich, also deine Ruhe möchte ich mal gerne haben. Ja, guck mal, wer die Wahrheit hat, er redet leise und kurz. Das ist so. Holt, Holt, du hast gesehen. Nein, die kann nicht kapieren und die schiebt. Das ist ein Problem. Du sagst mir, wir interpretieren die Sache, wie wir wollen, verstehst du? Nicht, wie sie was will und sie interpretiert, wie sie will. Ich verstehe deine Erwohle. Verstehst du? Ja, das ist, guck mal. Und wir verstehen nicht. Und wenn wir Arabisch sind, verstehen wir nicht. Was die Araber versuchen, zum Beispiel ich oder andere, wir versuchen immer diese Sätze zurück zu ihrer Quelle zu bringen. Sie ziehen diese Texte weit von dieser Sprungsprache und spielen mit der Sprache, wie sie möchten. Wir sagen, Leute, das stimmt nicht. Bringt diesen Satz bitte zurück zum Anfang, wie es war am Anfang. Wie haben sie das benutzt? Das bedeutet genau so. Und deswegen, jeder versucht, diese Sätze nach seiner Lust und Laune zu interpretieren. Und wir kämpfen mit jedem auf andere Art und Weise. Aber deswegen, wir ärgern uns, weil für uns, zum Beispiel für mich ist deutlich und klar, ich brauche keine Interpretation, keine Tafsir für den Koran. Bei mir, zum Beispiel, kommt nur ein Wort, nicht ein ganzes Satz. Ein Wort, das für mich zum Beispiel ein bisschen so, ich muss das Original, also diese drei Buchstabe, Verb davon kennen. Damit ich weiß, wohin das Wort. Ja, ansonsten, und dann suche ich die richtige Bedeutung, die zu diesem Text richtig passt. Ja, aber mehr brauche ich nicht. Aber die verstehen besser. Wir haben keine Ahnung von Arabischsprache. So, wir müssen schlafen. So, gute Nacht wünsche ich euch. Danke dir, Abin. Halt durch. Ciao, ciao. Wie gesagt, Sura am Fall ist, das ist viel tödlicher. Also, das kann man auch interpretieren, irgendwie, weißt du, einen neuen Kriegsvers. So, dies, das, aber am Fall, dass da Fehler gemacht worden sind. Weißt du, dass Gott nicht mal wusste, dass sie zum Beispiel so schwach sind. Wie kann denn Gott nicht wissen, wenn er ein Mächtiger und ein Wissender ist? Natürlich, weiß ich das, mein Lieber. Aber komm, erzähl denen das, dann interpretieren sie es schon wieder. Kann die auch nicht raus, aber ich debattiere nicht mit Koranmuslimen, wie gesagt. Die interpretieren das eigentlich für sich richtig, ist in Ordnung. Die können ja dabei bleiben, verstehst du, aber diese 95 Prozent, die interpretieren das so, wie ihr das seht und liest und wie ich das lese. Verstehst du, ich meine, ja? Das ist das Problem. Zum Stoßen wir die Fehler. Ich sag dir, guck mal, diese ganze, diese ganze, diese ganze mit schwarzer Flagge, ja? Kannst du aus dem Koran raus holen, da brauchst du keine Haditha. Natürlich nicht. Du musst Anfall nehmen, musst du Dings Tauber nehmen, musst du Assab nehmen. Verstehst du, ich meine, das reicht schon eigentlich nicht. So, nehmen einfach nur Surat Mohamed. Das reicht schon. Surat Mohamed auch noch, auch noch, ja. Diese vier Suchen, du kannst alles rechtfertigen, was sie da gemacht haben. Ja, diese Surat Anfall hat die Trauma gemacht, oder? Okay. Bruder, Surat Anfall hat mich zerstört damals hier. Das hat mich zerstört, dieser Anfall. Verstehst du, das hat mich wirklich zerstört, dieser Anfall. Weil alle die, alle die, alle die gut ist. Bruder, ich hab gekämpft mit Anfall. Doni, Doni Montana. Ja, ja, ich weiß, ich hab früher mit dir viel debattiert. Ich weiß, wir kennen uns nicht seit gestern. Wir kennen uns nicht seit gestern. Ja, leg auch diesen Namen ab. Ja, ja, nee, das ist nicht. Kommt zu den Namen, Leute. Ja, der Name ist, guck mal, TikTok, TikTok ist für mich einfach nur Unterhaltung. Verstehst du? Ja, da kann ich auch mich Lucky Luke machen. Das ist kein Problem. Dieser Name hat doch nichts zu bedeuten. Verstehst du? Wenn du nicht hörst, dann hörst du nicht. Wenn du nicht hörst, dann hörst du nicht. Ich bin kein Türke, Bruder. Echt jetzt? Nein, 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 ich bin kein Türke. Was bist du dann? Aramäer. Spaß, Mann. Lass mich in Ruhe. Morgen kommt Dings, hab ich jetzt Bonner vor der Haustier. Warte, 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 warte. Ich soll dem Adresse gehen. Warte, warte, warte. Toni, Toni. Ich bin mal in Ruhe, Mann. Da wird dieses Geist gestört, Alter. Wow, Toni, du Kurmanji. Nein, Mann, nein, 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 nein. Morgen hab ich die Artier, allerdings muss ich unter dem Auto erst mal gucken, bevor ich einsteige. Du Kurmanji. Nein, nein, Bruder, ich bin kein Kurmanji, bin ich nicht. Okay, interessant. Wie gesagt, Dings, ich bin Afghane, Bruder. Ich hab kein Problem. Oh, noch besser. Ja, wie gesagt. Dann verstehst du schon Kurdisch. Ja, ein bisschen. Wie gesagt, weißt du, wie gesagt, guck mal, dieser Anfall ist wirklich, da gibt es ja nicht nur ein Problem, da gibt es viele Probleme bei Anfall. Weißt du, bei Anfall gibt es viele Probleme. Wenn du dir Anfall anhörst, da gibt es viele Probleme. Gibt es ja nicht nur das, dass er diese Fehler gemacht hat. Auch, dass er die aufeinander gehetzt hat. Das war noch schwieriger für mich. Dass er, Dings im Traum, hat er die Gegner, den Propheten weniger gezeigt und die Götzendiener hat er die Muslime weniger gezeigt. Verstehst du? Ja, warum? Oder bring doch einfach einen Engel runter, sagt, macht Waffen runter, gibt euch Hand, küsst euch und gut ist. Verstehst du? Aber noch nicht. Der hat ja Royal Rumble mit denen gemacht. Geht aufeinander drauf. Diese weniger, boah, ihr könnt die platt machen. Diese weniger, ihr könnt die platt machen. Das kannst du nicht erklären. Da kannst du dich drehen, wenden, wie du willst. Ja, die wollen, guck mal, du holst Shura vom Koran und die zeigt genau, was da steht. Die leugnen das, die leugnen das. Oder bei Assab, Assab, ja gut, Tauber kann man schon ein bisschen sagen, okay, gut, da steht auch immer hinterher, wenn die die Waffen näher liegen und dies und das, Kriegsszene. Aber dass Allah dem Propheten im Traum die Gegner weniger gezeigt hat und auch die überweniger gezeigt hat, das hat mich zerstört. Guck mal, Mo, das hat mich einfach innerlich zerstört. Weil Tauber, es gibt mehrere Versen, Tauber, guck mal, der erste Dings da hier. Das heißt, die kommen immer und die erklären dir zum Beispiel, ja, die Kaffar haben, die sagen zu dir, die Kaffar haben, haben die, äh, der, äh, der Propheten zum Beispiel, äh, äh, die haben einfach, äh, die, die, äh, wie heißt es nochmal, dieser Vertrag aufgelöst. Und da steht schon wortwörtlich, ja, so. Ja, ja. Bara'atun min al-Rasuli, äh, weißt du, Bara'atun min Allahi wa Rasuli. Da sagt er, Allah und der Prophet lösen sich von dem Vertrag. Nicht die lösen sich von dem Vertrag. Das sagt er wortwörtlich. Ich weiß, ganz am Anfang. Ich weiß, ich weiß. Aber das versteht auch nicht jeder. Ja, guck mal, du liest den Koran, denkst du, du verstehst ihn? Das verstehst du niemals. Da muss sich jemand drauf hinweisen. Das ist schwer. Das ist nicht so, guck mal. Ich hab einen Freund, das letzte Mal lesen lassen, warte mal. Ich hab einen Freund lesen lassen, letzte Mal. Der war neben mir, der ist auch ein Muslim, aber der hat noch nie Koran gelesen. Ich hab gesagt, lies mal diesen Vers. Was weiß ich, der sagt, Bruder, ich verstehe den gar nicht, was ist das wie ein komisches Deutsch? So, durcheinander, da weiß ich was. So kann sie noch sagen, die verstehen, die schon mal versuchen, verstehen das nicht. Ich hab versucht, den Koran auf Deutsch zu lesen, ich hab nichts verstanden. Oh, ja, das ist komplett, das ist eine Verfälschung. Auf arabisch verstehe ich, auf arabisch verstehe ich. Das ist eine Verfälschung, auf deutsches richtige Verfälschung. Ich konnte das nicht verstehen. Ich verstehe nur top auf arabisch, nur auf meiner Muttersprache verstehe ich. Ja, das glaube ich, ja, guck mal, das Ding ist ja der, du, du, ich hab einen Freund ein paar Verse lesen lassen, der sagt, was ist denn das für eine komische Schrift? Wie soll ich hier irgendwas verstehen? Verstehst du, so, 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 von oben nach unten geschrieben, von oben nach unten geschrieben. Bruder, das verstehst du ja nicht, auch bei so der Tauber, wie sollst du ganz am Anfang wissen, um was es überhaupt geht, Vertrag, du bist da schon, schon durch. Und dann hörst du, ja, da dies, dann sagen die, ja, dass man kriegst, dann fragst du, fragst du, ja, warum dies, das sagt, ja, das war ein Krieg und die haben uns zuerst mal angegriffen. Wir haben uns nur noch, okay, gut, das ist gerechtfertigt, fertig. Aber das Ding, warte, warte mal, warte mal, warte mal, aber das Ding in Anfall, wo er die Gegner weniger zeigt und den Muslimen, die Moschekin weniger zeigt, was, wie willst du das erklären? Ich habe, guck mal, warte mal, ganz kurz, ganz kurz, ich habe Tage darüber nachgedacht, Tage. Ich habe gesagt, wie kann man sich das erklären, wie kann man sich das erklären, plausibel, das ist, das kannst du nicht, das ist nicht möglich. Außer er will, außer Allah will, dass sie gegeneinander kämpfen. Guck mal, Gott hat die ganze Universität gelassen, um zu Mohammed Frauen zu besorgen. Guck mal, stell dir mal das vor, oder Mohammed fliegt mit Esel in den Himmel, ein kleines Kind kann das nichts glauben. Ja, gut, wie gesagt, ja, 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 gut, aber das ist bei Angläubigen so, wenn du so anfängst, du bist auch gläubig, dann kann man auch, bei so Dingen, als Gläubiger, als wir, Agnostiker, okay, wenn wir das untereinander, aber als Gläubiger, das zu sagen, dann, Gott kann doch alles. Ich verstehe schon, aber ich weiß, ich weiß ja, von wo die Geschichte, Sicario, Sicario, du hast letztes Mal einen Fehler gemacht, die Geschichte mit dem fliegenden Esel kommt von Dings, Sura Astria, Bruder, der kommt nicht von Gilgamesh. Gilgamesh ist wie der andere, das mit Noah. Gilgamesh ist Noah. Was ist mit Surat Al-Hzab 50? Nein, es gibt auch, es gibt auch, es gibt es auch. Schwierig, wie gesagt, ich habe mit Sunniten geredet, die verleugnen von rechter Hand, dass das Sklaven sind, die verleugnen das. Die verleugnen unsere eigene Taksit, die droht so raus, verleugnen die. Lieber Toni, lass mich mal das Ganze alles weg. Du bist doch ein schlaues Kerlchen, also von daher, warum liest du nicht die Bibel? Guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, es ist eine Ernst-Geräusche. Guck mal, ich habe, ich habe, ich habe mit den Koraniten, ich bin gut mit denen, verstehst du, sie tun keinem was, ich debattiere nicht mit denen, ihr Freikirchler, ihr habt euch auch von der Kirche gelöst und alles, wie ist das, weil ihr nicht blöd seid, weil ihr das alles gerafft habt, ich debattiere mit euch genauso wenig, verstehst du? Ja, nur wenn einer unbedingt will. Wie gesagt, ich habe da auch, ich habe für mich Probleme, ja, ich habe Fehler entdeckt, ganz einfach. Nein, Toni, ich bin kein, ich bin kein Freikirchler, ich bin ein absoluter, ein absoluter Kirchler. Okay, Bruder, mit der Kirche habe ich riesen Probleme, weil ich weiß, was die gemacht haben. Nein, du weißt gar nichts, das ist das Problem. Gut, ich weiß, was die Päpste gemacht haben. Nein, du weißt eben nicht, was die Päpste gemacht haben. Das weißt du nicht. Darf ich dir einen Tipp geben, Toni? Ach, hallo, Gottes Segen. Na, hallo. Ja, gut, wie gesagt, ich bin kein Junkie, der von jetzt Dings von Droge zu Droge rennt. Bruder, für mich gibt es Gott, einen Schöpfer gibt es, Bruder, ich bin zufrieden damit, das ist alles in Ordnung. Ich habe kein Dings-Vergangen jetzt da, homosexuell zu werden oder Alkoholiker zu werden oder Drogensüchtiger, verstehst du? Ich bin schon über 40, wie gesagt, du weißt, ich brauche das alles gar nicht. Gott gibt es, weißt du, ich kann ihn auch anders anbeten, wie ich will, weißt du, wenn ich ihn brauche, beten ihn an, wenn ich ihn nicht brauche, beten ihn auch an. Das ist kein Problem für mich, weißt du, aber ich brauche da jetzt keine Religion, wo mich dann nach links leitet, nach rechts leitet. Toni, ich habe eine Frage an dir, Toni, ich habe eine Frage an dir. Hörst du mich? Ja. Guck mal, du hast irgendeine Straftat gemacht. Und du gehst in den Knast. Aber für deinen Knast, du kriegst fünf, sechs Jahre. Und dann komme ich, ich sage, lass mal Toni draußen, ich werde seine Strafe nehmen. Und du gehst auch draußen. Was willst du von mir denken, Lebenslang? Bruder, ich glaube doch gar nicht, dass wir bestraft werden. Ich glaube doch gar nicht. Nein, 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 ich will. Ich weiß, Jesus ist für die Strafe der Menschheit gestorben. Kein Problem, wenn ihr so denkt, verstehst du, solange niemandem was tut. Und ich meine, ihr seid ja im Endeffekt so, wie die Koraniten, ihr seid im Endeffekt so. Guck mal, guck mal. Es ist doch kein Problem, aber ich glaube an das alles doch gar nicht. Guck mal, wenn du, wenn du jetzt kriegst. Wie gesagt, ich glaube nicht an Wasser, gespaltene Mäher. Ich glaube an diese Sachen nicht mehr. Ich sage dir was, wenn einer an Jesus Christus glaubt, der wird nichts mehr was geben oder andere was geben. Du bist für dich, für dich das machen. Da willst du die Wahrheit erkennen. Guck mal, es fängt wieder so eine Debatte an. Ich habe für mich Fehler entdeckt, überall habe ich für mich Fehler entdeckt. Lass es einfach fertig. Weißt du, lass uns einen schönen Abend haben. Die hatten mit denen debattiert, alles schön gut. Die wollten debattieren. Ich habe keine Lust jetzt gerade zu debattieren. Wie gesagt, weißt du, wenn ich auch bei Agnostikern bin und da kommt irgendein Christ oder ein Muslim und dann sagt er hier, will debattieren, dann debattiere ich gerne mit dem. Aber ich komme noch nicht bei Christen und debattiere mit denen. Ich meine, Mo, es soll keine Debatte werden, es soll nur eine Unterhaltung sein. Wie das Christentum aufgebaut ist, wieso, warum, weshalb, kann man einigermaßen erklären. Letzten Endes, lieber Toni, ist es dann auch noch eine Glaubenssache, ganz sicher. Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube nicht daran. Verstehst du, das ist mir nicht übel. Ihr könnt ja daran glauben, solange tut hier niemandem was. Das ist ja das. Absolut nicht. Verstehst du, deswegen, um Gottes Willen, es geht nicht darum. Es ist, guck mal, ein blöder Spruch. Es passt eigentlich nicht so. Aber die Schlange, die dich nicht beißt, die soll tausend Jahre leben. Das ist jetzt nicht gemeint, dass ihr eine Schlange seid. Es ist auch, nein, nein, ich habe das schon verstanden. Eine Kuh, die euch nicht beißt, kann ich auch sagen. Ich habe das schon verstanden. Ein Engel, der dich nicht beißt, soll tausend Jahre leben. Ich habe das schon verstanden. Es ist auch richtig so. Der Gedanke ist richtig. Wenn du mir nichts tust, warum soll ich dich angreifen? Das ist ganz sicher richtig. Es geht nur darum, es geht nur darum, wirklich, also es gibt sehr viele schlaue Menschen, die sich tatsächlich nicht mit den Schriften befasst haben. Dann sollten sie sich mal diesbezüglich vielleicht ein bisschen diese Mühe machen. Denn wer sucht, der findet. Man kann ja nichts verlieren. Man kann nur gewinnen. Ich habe mir das doch schon alles reingezogen. Den ganzen Weg von Jesus habe ich mir reingezogen. Das Alte Testament habe ich einen Teil gelesen. Offenbarungen habe ich einen Teil gelesen. Aber wie gesagt, das ist, was soll ich dir sagen? Für mich war am schlüssigsten war eigentlich wirklich der Koran. Nur wie gesagt, diese ganzen Sachen, wo er dann diese Fehler entdeckt habe, dann war er auch für mich dann irgendwann nicht mehr schlüssig. Tatsächlich, am schlüssigsten ist dir der Koran vorgekommen. Ja, so sage ich mal, da war weniger so ein Märchenbuch mäßig. Verstehst du, so ein Wunder, dies, das. Sondern es war strikt die Linie, das waren Gesetze und dies, das hinher und Befehle. Aber diesbezüglich kann ich deine Denkweise ganz ehrlich nicht nachvollziehen, weil du ja eigentlich laut dem Koran an Gott geglaubt haben musst. Und wenn du dann sagst, es ist ein Märchenbuch, die Bibel wegen diesen ganzen Wundern und Zeichen, Gott ist nun mal unerklärlich, Gott ist nun mal allwissend, Gott ist nun mal kompliziert. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich daran glaube, dass etwas Allwissendes da ist, dann müsste ich ja eigentlich diese und jene Sachen dann schon eher begreifen als einem Buch, wo ich sage, es gibt einen Gott, aber der hat nichts bewiesen und nichts bewirkt. Guck mal, der Gott des Alten Testaments ist auch der Gott des Neuen Testaments. Und ich habe einen Teil vom Alten Testament gehört und der war noch schlimmer wie der für mich, der des Korans. Da ist der noch barmherzig dagegen, ja, wie gesagt. Ja, gut, wie gesagt, kann sein, dass ich das falsch verstanden habe. Eben, das ist es. Ja, aber das sagst du auch über die Koraniten und die sagen auch, nein, nein, ich habe es so verstanden, fertig. Aber wie gesagt, ich habe mich auch natürlich auch mit dem Punkt gehalten. Aber Toni, Toni, wenn wir versuchen, schau her, da wird gesteinigt, da kann man anders. Das ist richtig, aber wenn man eine Erklärung dafür hat, dazu hat und du hörst dir das an, wenn es für dich nicht schlüssig klingt, dann ist auch alles okay. Ja, wie gesagt, ich will ja keine Debatte. Da sagt Moses auch, ihr sollt die jungen Frauen für euch behalten. Und verstehst du, ich meine, wie gesagt, da kann ich auch dort bleiben, muss ich nicht darüber gehen. Aber wie gesagt, es gibt schlüssige Erklärungen für einen gesunden Menschenverstand, dass man dann sagt, okay. Aber hier jetzt im Koran, wir erklären, wir versuchen zu interpretieren, wir suchen auch anders zu denken. Es gibt eigentlich nichts anderes her, wie man daraus liest. Und auch die Gelehrten von denen sind ja noch viel schlimmer bei der Erklärung. Das kommt ja noch schlimmer raus. Und wenn wir aber unsere Kirchenväter dazu nehmen, dann kommen Sachen raus, da denkst du, wow. Ja, aber ich weiß doch, was die Kirche gemacht hat. Ich weiß doch, ich weiß, wer die Könige eingesetzt hat. Ja, gut, die englische Queen hat der Papst eingesetzt. Spanische Königsfamilie, portugiesische. Und ich weiß, dass die Imperialismus... Aber wir reden hier nicht über die Katholiken. Ich bin ein Orthodoxe vom Orient. Wie gesagt, das soll jedem selber überlassen sein. Wie gesagt, ich will da jetzt... Absolut, absolut. Es ist eigentlich nur gut gemeint, lieber Thoma. Ich rede auch nicht über Jesus schlecht. Ich rede nicht über den Propheten schlecht. Ich rede auch nicht über Allah schlecht. Aber ich rede darüber, was da drin steht. Da kann doch dich keiner angreifen, wenn du... Seine eigene Schrift, wenn du sagst, hier, Anfall steht so und so. Gott hat die Menschen aufeinander geheizt. Richtig. Guck mal, guck mal, Thoma. Das kannst du doch nicht verdrehen. Nein, bitte auch, bitte. Ich war auf die Missionierung. Ja, bitte. Warte, Kurs, wir sprechen wollen. Guck mal, ich bin Christ geboren. Eines Tages... Das war... Ich habe gesagt, lieber Gott, du hast mich erschafft. Es gibt so viele Glauben auf die Welt. Es kann nicht sein, dass alle Glauben richtig sind. Entweder du zeigst mir dich, wer du bist. Bist du von Katholisch, von Orthodox, bist du von Islam, bist du von Seugehofer, bist du von Buddha? Ich frage dich, wenn du mir nichts antwortest, ich werde Atheist, dann gibt es keinen Gott für mich. Glaub mir, nicht ein Wunder hat mit mir gemacht. Der hat mehrere... ...dass ich an Jesus Christus geglaubt habe. Mehr sage ich nicht. Wenn man auf dem Herz, vom ganzem Herz, den wahren Gott ruft, der antwortet, vom ganzem Herz. Mehr... Guck mal, ich sage dir eins, okay? Wenn du dein Glauben ablegst und nur an Gott glaubst, du bist so erleichtert, du fühlst dich, als ob tausend Kilo von deinen Schultern gefallen sind, du hast keine Fragen mehr, du siehst jeden Menschen als Menschen, du magst jeden Menschen, du tust niemanden spalten, du streitest dich nicht mit Leuten um irgendwelche Religionen oder irgendwelche Sachen, du bist einfach Mensch, wirst du. Und diese, was wir haben, Gott hat uns schon dieses Buch in uns drin gegeben. Wir haben schon ein Buch. So wie jedes Tier ein Buch in sich hat, so wie jedes Wesen, was er erschaffen hat, hat ein Buch in sich, der weiß schon, was richtig ist und was falsch ist. So weißt du was falsch gemacht hast, als Kind weißt du schon, dass du was falsch gemacht hast. Du gehst gegen deine eigene Dingsdienst, was dir Gott gegeben hat, wenn du was Falsches machst. Und das merkst du schon. Wie gesagt, ich brauche kein Buch, ich bin alt genug, ich habe viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Ich habe versucht mit Bücherdienst, wie gesagt, ich habe Gott erkannt, so wie Abraham Gott erkannt hat. Und das ist alles schön und gut bei mir. Ich bin zufrieden, ich habe meinen Frieden damit. Ich brauche da keine Religion. Und wenn jemand das braucht, auch Islam. Es gibt Leute, sage ich mal, die wollen Selbstmord machen oder haben Depressionen und die finden Glauben, Christentum, Islam. Bitteschön, ich will die niemals da rausholen. Ich werde auch nicht mit meiner Mutter oder mit meinem Vater darüber debattieren. Die sind in diesem Glauben gewesen, das ganze Leben. Denkst du, ich kann die umstemmen? Nein, ich sage dir nicht mal, was ich bin. Fertig. Die sollen so bei diesem Ding bleiben, glücklich sein und gut ist. Weißt du, ich war. Wenn dir dein Glauben gut tut, bleib dabei. Fertig. Sag keiner was Falsches. Aber ich habe gesehen, wie Leute in die Irre gegangen sind, wegen irgendwelchen wertigen Leuten und die ihr Leben verloren haben. Junge Leute. Ja, Bruder, ich schaue. Verstehst du? Ich kenne zwei persönlich. Okay, einer hat sie überlebt, kam zurück in den Knast, aber der andere kam nicht zurück. Okay. Und ich habe letztens eine Frau kennengelernt. Ja. Eine deutsche Frau habe ich kennengelernt. Die war Christin, aber jetzt glaubt sie auch nichts mehr. Aber die glaubt an Gott, so wie ich. Und sie hat zwei Kinder aufgenommen von einer Frau, die gerade im Knast sitzt, weil sie eine Rückkehrerin ist und die wurde fünfmal verheiratet, die Frau. Ich habe sie persönlich kennengelernt, ich habe mit ihr geredet, verstehst du? Und das ist gefährlich, im Namen Gottes Leute umzubringen. Das läuft nicht. Fertig. Und davon muss gewarnt werden. Ja. Leute zu erniedrigen, zu töten. Im Namen Gottes. Im Namen Gottes wird getötet nur im Islam und nichts anderes. Ja, wie gesagt, davon muss gewarnt werden. Fertig. Egal was ist. Weißt du, und deswegen findest du es nicht falsch, wenn Leute davor warnen und den Leuten sagen, hier und dazu, da und da stimmt was nicht. Lies selber. Aber mit Beleidigungen und so. Tony, weißt du, warum die Reden über Islam hier? Wir kämpfen nicht gegen die Moslemy. Wir lassen die Moslemy wach zu werden, damit die gerettet werden. Weil die leben mit wahrem Gott. Das ist sehr schön. Dann willst du von dem Mulleimer rauskommen, dass du ein König bist. Das ist der Unterschied. Wir sind hier nicht gegen Moslemy zu sein. Nein, damit wir die Moslemy aufwachen. Wie einer ist im Koma. Du gehst ihm Spritze, damit er aufwacht. Guck mal, du und Aram, ihr wisst nicht, wie das ist. Ich und Fax und Sicario, wir wissen, wie das ist. Das ist nicht so einfach. Schwierig, schwierig, guck mal, es geht nicht so einfach. Das ist sehr schwer. Man glaubt ja so. Ich sag euch, guck mal, es ist nicht so einfach, wenn man schon den Religion ablegt. Erstens mit familiären. Zweitens die Freundschaft, die um sich geht. Weißt du, man ist richtig erst mal die erste Zeit richtig geschockt selber für sich selber. Verstehst du? Und du musst erst mal alles verarbeiten. Du kannst nicht von einer Seite zur anderen Seite einfach springen. Man muss auch denjenigen Zeit. Weißt du, guck mal, ihr sagt mir auch immer die ganze Zeit, wie soll ich lese die Bibel? Ja, ist gut, ich lese die Bibel schon. Mach, mach, ist okay, kommt schon dahin. Aber ich muss erst mal mit mir selber klarkommen, dass ich erst mal alles in Ruhe alles schaffe und dann sucht man sich irgendwo, wo man sich bindet. Aber dann musst du auch mal richtig lesen. Bei dir nehme ich das nicht mehr an. Du musst ab heute Abend schon anfangen zu lesen. Heute Abend, morgen früh. Hast du gehört, Toni? Hast du gehört, Toni? Du wirst ab heute lesen. Morgen früh frage ich dich, wie viele Kapitel du gelesen hast. Ich habe schon gelesen. Hast du schon gelesen, Toni? Es gibt so einen Unterschied, zu lesen, wenn man liest und tut. Dein Internet hängt, Bruder, gell? Dein Internet ist sehr, sehr schlecht. Man hört dich nicht. Der hat auch irgendwo aus Afrika ein Internet. Toni, hast du die Bibel gelesen? Nein, nein, ich ziehe WLAN vom Nachbarn, deswegen. Ach so. Hey, Toni. Toni ist wieder weg. Faxe, ich glaube, du hattest noch nie so viele Likes gehabt, ne? Deswegen war heute deine Dings sehr stabil. Ja, ja, ja. 96, das muss man, deswegen habe ich dir gesagt. Faxe, bitte, wenn einer kommt und redest du über Koran oder Verse und leugnet das, direkt runter schicken. Wir wollen nicht die Nerven von Sikaru kaputt gehen. Nein, nein, aber das geht nicht. Weil Sikaru redet was von Wahrheit. Israel. Er ist Scharia-Lehrer. Israel, Israel. Israel. Pass auf, Bruder. Wenn wir Leute erreichen wollen, müssen wir auch geduldig sein. Natürlich. Auch wenn sie lügen, auch wenn sie lügen, schau mal, die Diskussion war nicht schlecht, war nicht schlecht. Es war sachlich, es war respektvoll, auch wenn der eine oder andere ein bisschen lügt, das macht nichts. Deswegen kann man diese und jene Quellen präsentieren und zeigen. Und die Zuschauer unten, die profitieren davon. Verstehst du, es reicht ja, es reicht ja, wenn wir nur einen erreicht haben, das ist schon viel. Deswegen, lieber Sikaru, auch zu dir sage ich, auch zu dir sage ich, du musst schon geduldiger sein, langsam, nicht wie aus der Kanone. Ist kontraproduktiv. Warum? Bin ich das, oder? Warum haltet es? Bei dir, bei mir, Ara. Dann gehe ich kurz raus. Noch so fünf Minuten, ich muss um elf Uhr so ein Junge. Da war ich jetzt genau bei mir, hier in der Nähe. Ich muss den kurz besuchen. Du willst so machen, oder? Ja, gleich, also in fünf Minuten. Ich warte noch auf die 100.000, die Leute wollen noch 100.000 knacken. Wenn du in fünf Minuten zumachst, hast du ja recht, du bist ja wahrscheinlich den ganzen Tag schon on, oder? Ja, seit 16 Uhr schon, 15 Uhr. Auf jeden Fall, Cesario, Schau, Bruder, auch du, du musst ab heute schon anfangen zu lesen, Bibel. Erstens das, zweitens, nicht wie aus dem Maschinengewehr geschossen darfst du reingehen an die Sache. Du hast viel Wissen über den Islam, das ist sehr gut. Aber langsam, mit Geduld, Hedi, Hedi, langsam, Schweie, Schweie, Piano, Piano, okay? Also sehr wichtig. Du darfst nicht so viel auf einmal raushauen, das wird zu viel. Ganz langsam. Man muss viel Geduld auch aufbringen, auch wenn es sehr schwer ist. Ich bin immer ein bisschen, weißt du, ich bin ein bisschen impulsiv, weißt du, guck mal, wenn du so viel, wenn du so viel Informationen hast, weißt du, im Kopf, manchmal, ich merke mal selber, weißt du, wenn du so viel Informationen erwartest, du auch von den Leuten, das ist ja mein Problem immer, weißt du, wenn du, ich will jetzt nicht intelligent von mir sagen, aber wenn du so viel Informationen hast im Kopf, weißt du, über alles, weil politisch, Politik, da liest du, da liest du, da liest du, da liest du, Biologie, da hin und hier und da liest du mehrere Sachen. Du hast so viel allgemeinwissen und dann auf einmal bist du mit dir selber und wenn du mit jemandem redest, ja, und er versteht dich nicht, was du sagen willst, verstehst du, dann regst du dich auf, dann denkst du so, wieso versteht er mich nicht, verstehst du, ich rede doch kein Chinesisch, verstehst du? Und manchmal, danach sage ich zu mir, mein Gott, Alter, die sind doch nicht alle wie du, die haben doch nicht alle gelesen, verstehst du? Was, was mal die Indianer gesagt haben, die Indianer haben gesagt, wenn du mal deinen Feind verstehen willst, dann zieh mal seine Schuhe an, lauf ein bisschen mit seinen Schuhen, dann wirst du ihn verstehen. Guck mal, Schikario, wenn du Bibel, sagst du Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dieses Wort richtig verstehen, wenn es dein Buch ist. Und wenn du die Bibel liest, fang mal vom 5. 5. Matthäus, dann hast du ein Bild von Gott, 5. 5. Matthäus. Und dann, wenn du von Anfang an liest, dann verstehst du Gott, was will er damit. Weil früher war die Alte Testament, die Gesetze bei Moses, das war die Gesetze, wie man sagt. Die musste so, damit die Weg für Jesus Christus macht. Zum Beispiel, wo Jesus Christus gesagt hat auf Kreuz, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Weißt du, warum hat er das gesagt? Weil der hat den Jude erinnert, die David, der hat diese Psalm gesagt vor tausend Jahren, Vater, Vater, warum hast du mich gelassen? Jesus Christus erinnert, die Jude, die David hat schon über mich geredet, dass ich werde gekreuzigt. Und wenn man von 5. Matthäus und 5. Matthäus warst, war die Betrag 5, das ist eine Art des 1350 książek, wo es 5.5. Okay, okay, Gute, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin nur einfach drin. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin über die Lage, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, oder nicht in die Islam. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin, das ist ein gest 180. Ich bin, das ist ein gestatt, diese ist ein gestatt. ... ... Ja, ja, das ist es. Okay, Faxe, dann geh mal schlafen, mein Lieber, was machen. Komm, Jungs, alle, die hier sind, komm, wir gehen zu Adonis, alle zu Adonis gehen. Ich muss sowieso später raus. Bevor Fax, bevor du noch zumachst, du hast heute ein Verbrechen begangen, mein Lieber Fax. Ja. Weißt du was? Ja, Bruder. Meine Hände waren gefesselt, warum? Warum? Faxe, meine Hände waren gefesselt, warum? Deine Hände? Ja. Warum? Ja, denk mal nach. Ah. Ja, okay, 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 hier, Bruder. Ich habe die ganze Zeit geschaut, denke ich mir, was ist los? Ja, Bruder. Alles gut, alles gut. Gut, also, vielen Dank, lieber Faxe, Gott segne dich, Gott schütze euch alle, liebe Freunde und auch hier im Chat, vielen, vielen lieben Dank. Habibi Arab, Habibi. Vielen Dank, Cody. Dann wünsche ich euch alle eine gute Nacht, ich gehe kurz zu meinen Freunden, Adonis, genau, wir sehen uns vielleicht gleich da. Alle da hin, Jungs, im Channel. Wir sehen uns, Leute. Und dem Rehal-Hinzer. Leute, auf jeden Fall, danke für die Likes, ja, ups, danke, danke für die Likes, äh, und ich komme später online wieder. Ja, so um 1 Uhr, 1.30 Uhr wahrscheinlich, gehe noch kurz raus, Kollege besuchen, was abholen, dann komme ich wieder auf jeden Fall. Und Gottes Segen euch auch, und vielen, vielen Dank für die Geschenke, die Likes und, und alles echt. Also, muss gar nicht sein, nochmal, ich wiederhole das, aber sowieso, ich werde es an den Leuten weitergeben, also alles, was für mich kommt, gebe ich an den Leuten weiter. Also, es ist ja nur ein Kreislauf, und vielen, vielen Dank, Leute, und bis später, ja, wir sehen uns. Ciao, ciao, Leute. Dankeschön, Jason, dankeschön, Bruder. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Leute, echt, echt, echt. Und ich komme heute Abend, auf jeden Fall, und kann ein bisschen reden. Bis dann, Jungs.